Tom machte die Wäsche vor dem Mittagessen. Tom tat das Gegenteil von dem, worum man ihn gebeten hatte. Tom tat das Gegenteil von dem, was seine Eltern wollten. Tom hat das Richtige aus der falschen Absicht heraus getan. Tom hat das Richtige getan. Tom hat das Gleiche wie Maria getan. Tom hat 2013 das Gleiche getan. Tom tat das Gleiche wie Maria. Tom hat das Undenkbare getan. Tom hat das am Montag gemacht. Tom hat das vor über einem Jahr getan. Tom hat mir das angetan. Tom hat das gemacht. Tom saß wegen bewaffneten Überfalls im Knast. Tom machte 20 Liegestütze. Für sein Alter hat Tom sich gut geschlagen. Für einen Anfänger hat Tom sich gut geschlagen. Tom war gut in der Schule. Tom hat das gut gemacht. Tom tat, was ich von ihm erwartete. Tom tat, was ich ihm auftrug. Tom tat, worum Maria ihn bat. Tom tat, was er für richtig hielt. Tom hat das getan, was ihm gesagt worden war. Tom tat, was er mir versprochen hatte. Tom hat getan, was er versprochen hat. Tom hat getan, was er versprochen hat. Tom tat, was er verkündet hatte. Tom hat getan, was er wollte. Tom tat, wie ihm geheißen war. Tom hielt sein Versprechen. Tom tat, was die meisten in dieser Situation getan hätten. Tom nahm meine Entschuldigung nicht an. Tom schlug die Einladung aus. Tom hat eigentlich nichts getan. Tom hat das eigentlich gar nicht gemacht. Tom war eigentlich nie mit Maria aus. Tom hat seinen Fehler nicht zugegeben. Tom war mit meinem Vorschlag nicht einverstanden. Tom war nicht einverstanden. Tom ließ Maria nicht ans Steuer seines Wagens. Tom antwortete Maria nicht. Tom hat nicht alle Fragen beantwortet. Tom antwortete anfänglich nicht. Tom antwortete nicht, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Tom hat mir nicht geantwortet. Tom hat meine Fragen nicht beantwortet. Tom ging nicht ans Telefon. Tom antwortete nicht sofort. Tom nahm nicht ab. Tom hat deine Frage nicht beantwortet. Tom antwortete nicht. Tom hat sich für die Stelle nicht beworben, von der Maria ihm erzählt hatte. Tom wusste es nicht zu würdigen. Tom wusste nicht zu schätzen, was wir ihm Gutes getan hatten. Tom hat nicht zugestimmt. Tom machte keine Einwände. Tom kam nicht zur verabredeten Zeit. Tom schaffte es nicht vor der Morgendämmerung nach Hause. Als Tom ankam, war es schon zu spät. Tom bat Mary nicht darum, etwas zu tun. Tom hatte Mary nicht darum gebeten, ihn zu heiraten. Tom bat mich nicht darum, etwas zu machen. Tom hat nicht nach den Regeln gefragt. Tom hat nicht gefragt. Tom ist bei dem Treffen nicht erschienen. Tom wurde erst spät in seinem Leben berühmt. Tom glaubte Maria nicht. Tom glaubte es erst nicht. Tom schenkte mir keinen Glauben. Tom glaubte nicht, dass Mary irgendwas mit dem Diebstahl zu tun hatte. Tom glaubte nicht, dass Mary in der Lage war, so etwas zu tun. Tom glaubte das Gerücht Maria und Johannes betreffend nicht. Tom machte Maria keinen Vorwurf dafür, dass sie Johannes geschlagen hatte. Tom hat keinen Gesetzen zuwider gehandelt. Tom brach keine Regeln. Zum Glück hat Tom nichts kaputt gemacht. Tom hat seine neuen Schuhe vor dem Marathon nicht ausreichend eingelaufen und schlimme Blasen an den Füßen bekommen. Tom hat sich heute Morgen nicht die Zähne geputzt. Tom rührte sich nicht. Tom hat kein Brot gekauft. Tom hat keine Eier gekauft. Tom kaufte in dem Laden nichts, weil er die Preise für zu hoch hielt. Tom hat kein Brot gekauft. Tom hat es doch nicht gekauft. Tom hat es nicht gekauft. Tom hat mich entgegen seinem Versprechen nicht zum Mittagessen eingeladen. Tom hat Maria nicht aus Boston angerufen. Tom hat dich nicht angerufen, oder? Tom hat nicht angerufen. Tom beruhigte sich erst viel später. Tom kümmerte sich nicht mehr darum. Die Methoden waren Tom egal, solange es erledigt würde. Es war Tom egal, was geschehen war. Tom war es egal. Tom fing keinen Fisch. Tom blieb bei seiner Meinung. Tom hat nach Marias Auftritt nicht geklatscht. Tom kam nicht zurück. Tom ist gestern nicht nach Hause gekommen. Tom kam nicht nach Hause. Tom ist nicht rechtzeitig gekommen. Tom kam nicht zu meinem Konzert. Tom kam heute nicht zur Schule. Tom kam gestern nicht zur Schule. Tom ist nicht zum letzten Treffen erschienen. Tom ist heute nicht gekommen. Tom ist erst um 2 Uhr und 30 Minuten gekommen. Tom ist gestern nicht gekommen. Tom ist nicht gekommen. Tom hat das Verbrechen nicht begangen. Tom hat Marias Gefühle überhaupt nicht berücksichtigt. Tom hat mich nicht überzeugt. Tom hat gar nicht geweint. Tom hat nicht besonders viel geweint. Tom weinte nicht. Tom wagte es nicht, sich einzumischen. Tom wagte nicht, irgendetwas zu sagen. Tom getraute sich nicht zu sagen, was er wirklich dachte. Tom traute sich nicht, zurückzublicken. Tom traute sich nicht, seinen Mund aufzumachen. Tom hat es nicht abgestritten. Das hat Tom nicht verdient. Tom verdiente die Strafe nicht, die er bekam. Tom hat es nicht verdient, dass ihm das passiert. Tom hatte es nicht verdient, so zu sterben. Tom hatte den Tod nicht verdient. Tom starb keines natürlichen Todes. Tom ist nicht bei einem Autounfall gestorben. Tom ist nicht umsonst gestorben. Tom widersprach nicht. Tom hat die Angelegenheit nicht mit Maria besprochen. Tom hat sich beim Reinigen des Küchenbodens nicht besonders viel Mühe gegeben. Da ist noch immer Dreck. Tom machte keine einzige Arbeit. Tom hat nichts getan, womit er das verdient hätte. Tom hat nichts unternommen, um mir zu helfen. Tom hat nichts falsch gemacht. Tom unternahm nichts. Tom hat das nicht allein getan. Tom hat es nicht des Geldes wegen getan. Tom hat es nicht absichtlich getan. Tom hat das nicht getan. Tom hat das nicht für uns gemacht. Tom hat es nicht mit Absicht getan. Tom hat das heute Abend nicht getan. Tom hat das nicht sehr oft gemacht. Tom hat das nicht gemacht. Tom hat nicht abgewaschen. Tom hat das nicht getan. Tom hat nicht gut abgeschnitten. Tom hat nicht getan, wofür er bestraft wird. Tom trank die Milch nicht. Tom hat Maria nicht nach Hause gefahren. Tom ist nicht gefahren. Tom ist nicht ertrunken. Tom hat nicht mehr gegessen als üblich. Tom hat seine Pomme nicht gegessen. Tom hat gestern keine Pizza gegessen. Tom entschuldigte sich noch nicht einmal. Tom hat sich gar nicht einmal um die Stelle beworben. Tom hat mich noch nicht einmal danach gefragt. Tom stellte keine einzige Frage. Es kümmerte Tom gar nicht, dass ich mich verspätet hatte. Es kümmerte Tom gar nicht. Tom hat das Problem noch nicht einmal mit Maria besprochen. Tom konnte sich noch nicht einmal verabschieden. Tom hatte nicht einmal genug Geld, um sich eine Tasse Kaffee zu kaufen. Tom hatte nicht einmal den Anstand, seinen Fehler einzugestehen. Tom hatte nicht einmal den Anstand zuzugeben, dass er Unrecht hatte. Tom hatte nicht einmal den Anstand zuzugeben, dass er einen Fehler begangen hatte. Tom hatte nicht einmal den Anstand, sich zu entschuldigen. Tom hatte nicht einmal den Anstand, mich erst zu fragen. Tom hatte nicht einmal den Anstand zu sagen, dass es seine Schuld war. Tom hatte nicht einmal den Anstand zu warten, bis ich ausgeredet hatte. Tom hat Maria noch nicht einmal geholfen. Tom wusste nicht einmal, dass ich hier war. Tom wusste noch nicht einmal, wie man ein Mädchen küsst. Tom konnte nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben. Tom wusste noch nicht einmal, dass Maria weg war. Tom wusste noch nicht einmal, wo er war. Tom wusste nicht einmal, wer Mary war. Tom mochte Baseball gar nicht. Tom sah Maria noch nicht einmal an. Tom sah sich den Bericht, den Maria ihm gegeben hatte, noch nicht einmal an. Tom schaute nicht einmal auf. Tom liebte Maria noch nicht einmal. Tom hat es nicht einmal erwähnt. Tom bemerkte noch nicht einmal, dass wir da waren. Tom hat es nicht einmal bemerkt. Tom hat Maria nicht einmal einen Kaffee angeboten. Tom hat noch nicht einmal Marias Brief gelesen. Tom hat nicht einmal auf. Wiedersehen gesagt. Tom hat mich nicht einmal begrüßt. Tom hat nicht mal Hallo gesagt. Tom hat mir nicht mal die Hand gegeben. Tom hat nicht mal gelächelt. Tom versuchte nicht einmal, Mary zu helfen. Tom versuchte nicht einmal, so zu tun, als ob er Mary mögen würde. Tom versuchte nicht einmal, zu verstehen. Tom hat sich nicht die geringste Mühe gegeben. Tom wollte nicht einmal in den Park gehen. Tom hat Maria während seiner Abwesenheit nicht einmal einen einzigen Brief geschrieben. Tom erwartete nicht, dass Mary so freundlich war. Tom hätte nicht gedacht, dass Maria käme. Tom hätte nicht gedacht, dass Maria so schnell mit ihren Hausaufgaben fertig würde. Tom hätte nicht gedacht, dass Maria so reagieren würde. Tom hat sich keine Hilfe von Mary erhofft. Tom erwartete von Maria nichts. Damit hat Tom nicht gerechnet. Tom hat nicht damit gerechnet, dass der Test so leicht sein würde. Tom erwartete nicht, dass der Test so einfach sein würde. Tom hatte nicht erwartet, dass der Test so einfach sein würde. Damit hat Tom nicht gerechnet. Tom hätte nicht gedacht, dass er sich in Maria verlieben würde. Tom hatte nicht erwartet, dass er sich in Maria so schnell bei ihm melden würde. Tom nahm nicht an, er werde verlieren. Tom rechnete nicht damit, Maria noch einmal wieder zu sehen. Tom erklärte es nicht sehr gut. Tom war nicht nach Golfspielen zumute. Tom hatte keine Lust zu warten. Tom hatte keine große Lust, etwas zu essen. Tom war nicht gerade zum Lächeln zumute. Tom hatte keine große Lust zum Lernen. Tom fühlte sich noch nicht dazu bereit. Es ging Tom nicht besonders gut, aber er fuhr trotzdem zur Arbeit. Tom fühlte sich ungewollt. Tom fühlte sich nicht gut, aber er ging trotzdem zur Arbeit. Tom fühlte sich nicht gut. Tom fand Marias Witze überhaupt nicht lustig. Tom hat mich nicht gefunden. Tom erfuhr es erst später. Tom hat uns nicht gefunden. Tom hat das, was ich versteckt habe, nicht gefunden. Tom hat sein Abendessen nicht aufgegessen. Tom zuckte nicht zusammen. Tom folgte Marias Rat nicht. Tom hat meinen Rat nicht befolgt. Tom folgte nicht nach. Tom erfüllte seine Verpflichtungen nicht. Tom verstand Marias Witze nicht. Tom hat erst mit 30 seinen Führerschein gemacht. Tom bekam keine Antwort. Tom ärgerte sich nicht wegen Mary. Tom wurde nichts geschenkt. Er musste sich alles erarbeiten. Tom hat nicht alles bekommen, was er wollte. Tom hat es auch nicht verstanden. Tom hat kaum geschlafen. Tom stieg nicht wieder auf Marias Motorrad. Tom erhielt eine geringere Bezahlung, als er für sich für angemessen hielt. Tom wurde dafür nicht bezahlt. Tom wurde nicht bezahlt. Tom hat die Stelle nicht bekommen, für die er beim Bewerbungsgespräch war. Tom hat die Stelle nicht bekommen. Tom hat den Witz nicht verstanden. Tom begriff nicht, worum es ging. Tom hat die versprochene Gehaltserhöhung nicht bekommen. Tom bekam die Gehaltserhöhung, die ihm versprochen worden war, nicht. Tom stand nicht vor 6 Uhr auf. Tom ist nicht früh genug aufgestanden. Tom ist nicht sehr weit gekommen. Tom hat das, was er Maria besorgen sollte, nicht bekommen. Tom umarmte Maria nicht. Tom hat Maria kein Geld gegeben. Tom gab keine Erklärung ab. Tom hat's mir nicht gegeben. Tom gab mir nicht die Chance zu erklären, was ich meinte. Tom hat mir nichts zu essen gegeben. Tom hat mir keine Einzelheiten genannt. Tom gab mir mein Geld nicht zurück. Tom ließ mir keine Zeit zum Nachdenken. Tom hat mir nicht gegeben, worum ich ihn gebeten habe. Tom gab die Hoffnung nicht auf. Tom gab nicht auf. Tom hat uns kein Geld gegeben. Tom hat dir kaum eine Wahl gelassen. Tom ging nicht allein. Tom ist nicht angeln gegangen. Tom ist gestern Abend nicht nach Hause gegangen. Tom ging gestern nicht nach Hause. Tom ging nicht nach Hause. Tom ist nicht nach Australien geflogen. Tom ist letztlich doch nicht nach Boston gefahren. Tom ist letzte Woche nicht nach Boston gefahren. Tom ging nicht nach Boston. Tom hat nicht studiert. Tom ist gestern nicht zur Schule gegangen. Tom ist die ganze letzte Woche nicht zur Arbeit gegangen. Tom ist hier nicht aufgewachsen. Tom hatte die Adresse von Mary nicht bei sich. Tom hatte kein Fahrrad. Tom hatte kein Auto. Tom hatte keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen. Tom hatte keine Gelegenheit. Tom wusste weder ein noch aus. Tom hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Tom hatte keinen Mantel an. Tom hatte kein Fieber. Tom hatte keine Freundin. Tom hatte keinen Platz, um seine Sachen zu verstauen. Das macht Tom nichts aus. Da Tom keine Zahnbürste hatte, musste er sich eine kaufen. Tom hatte keinen Komplizen. Tom hatte keine Geschwister. Tom hatte keine Kinder. Tom verspürte nicht die geringste Lust, nach Australien zurückzukehren. Tom hatte zwar keine handfesten Beweise, hielt aber Maria für diejenige, die den Diamantring seiner Mutter gestohlen hatte. Tom hatte nicht die geringste Ahnung, wie lange er geschlafen hatte. Tom hatte keine Ahnung, wo Maria war. Weil er sich ein gekauftes Geburtstagsgeschenk für Maria nicht leisten konnte, schrieb ihr Tom stattdessen ein fürchterliches Gedicht. Da er kein Geld hatte, konnte sich Tom keine Eintrittskarte kaufen. Tom hatte kein Geld. Tom hatte keine andere Wahl. Tom hatte keine Privatsphäre. Tom trug keine Schuhe. Tom hatte zu dem Thema nichts zu sagen. Tom hatte nichts zu sagen. Für Tom war es nicht so schwierig, eine Arbeit zu finden, wie er dachte. Tom hatte nicht genug Erfahrung im Umgang mit Problemen dieser Art. Tom wurde wegen mangelnder Erfahrung abgelehnt. Tom konnte es sich nicht leisten, allen etwas zu essen zu kaufen. Tom hatte nicht genug Geld, um Maria das zu kaufen, was sie sich von ihm gewünscht hatte. Tom hatte nicht genug Geld zum Kauf dessen, was er benötigte. Tom konnte sich das, was er haben wollte, nicht leisten. Tom hatte nicht genug Geld, um auf das Konzert zu gehen. Tom hatte nicht genug Geld, um seine Miete zu bezahlen. Tom hatte nicht genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Tom hatte nicht genug Geld für eine Taxifahrt. Tom hatte nicht genug Geld. Tom hatte keine Zeit zum Mittagessen. Tom hatte nicht genug Zeit, um mit seinen Hausaufgaben fertig zu werden. Tom trug keinen Helm. Tom musste nicht lange warten. Tom hatte kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Tom hatte nicht viel Freizeit. Tom hatte nicht viel Geld. Tom hatte nicht viel Zeit zum Lernen. Tom hat nicht viel Zeit zur Verfügung. Tom hatte nicht viel zu sagen. Tom trug keine Schuhe. Tom hatte nicht den Mut, das Thema anzuschneiden. Tom hatte nicht den Mut, selbst Mord zu begehen. Tom hatte nicht den Mut, dort alleine hinzugehen. Tom traute sich nicht, Maria zu küssen. Tom hatte nicht den Mut, den Abzug zu betätigen. Tom wagte nicht zu verweigern, was Mary ihn bat zu tun. Tom hatte nicht den Mut, Nein zu sagen. Tom hatte nicht den Mut, Maria mitzuteilen, dass ihm ein Fehler unterlaufen war. Tom hatte nicht den Mut, Mary die Wahrheit zu sagen. Tom hatte nicht den Anstand, sich zu entschuldigen. Tom hatte nicht den Anstand zuzugeben, dass es seine Schuld gewesen war. Tom hatte nicht die Kraft dazu. Tom brachte es nicht übers Herz, Maria die Wahrheit zu sagen. Tom hatte nicht den Mut, die Wahrheit zu sagen. Tom hatte nicht die richtige Ausrüstung, um den Auftrag zu erledigen. Tom hatte keine Zeit, um seine Hausaufgaben fertig zu machen. Tom hatte keine Zeit, seinen Bericht fertig zu schreiben. Tom hatte keine Zeit, um sich zu verstecken. Tom hatte keine Zeit, den Bericht zu lesen. Tom hatte keine Zeit zum Nachdenken. Tom hatte gestern keine Zeit, um fernzusehen. Tom hatte keine Zeit. Tom musste mich nicht zweimal fragen. Tom hätte nicht sterben müssen. Das hätte Tom nicht zu tun brauchen. Tom musste das nicht tun. Tom musste das nicht essen, wenn er nicht wollte. Tom brauchte heute nicht zur Arbeit. Tom hätte sich nicht umzubringen brauchen. Tom hätte nicht auch noch darauf herumreiten müssen. Tom hätte es Maria nicht zu sagen brauchen, doch er tat's. Tom musste sich keine Sorgen machen. Tom hörte Maria nicht ins Zimmer kommen. Tom hat nichts gehört. Tom hat nichts gehört. Tom hat es nicht gehört. Tom hat den Hahn nicht krähen gehört. Tom half mir nicht. Tom hat nicht sehr viel geholfen. Tom half uns nicht. Tom hat uns nicht viel geholfen. Tom half uns nicht. Tom hat nicht geholfen. Tom hat keinen Moment gezögert. Tom hat nicht lange gezögert. Tom verheimlichte Maria gegenüber nichts. Tom hat Maria nicht geschlagen. Tom hat nicht gejagt. Es war nicht Thams Absicht, die Vase zu zerbrechen. Tom hatte nicht die Absicht, Maria anzurufen. Tom wollte Mary keine Probleme bereiten. Es war nicht Thams Absicht, Maria wehzutun. Tom wollte niemandem wehtun. Tom hatte nicht die Absicht, zuzulassen, dass Maria ihn küsst. Tom hatte nicht die Absicht, so viel Zeit beim Streichen des Zaunes zuzubringen. Tom hat sich nicht vorgestellt. Tom hat mich nicht eingeladen. Tom hat sich nicht nur den Knöchel verstaucht, sondern sich auch drei seiner Zehen gebrochen. Tom ließ Mary nicht zu lange warten. Tom hat den Termin nicht eingehalten. Tom hat sein Versprechen an mich nicht gehalten. Tom hat sein Versprechen nicht gehalten. Tom hat nicht Wort gehalten. Tom hat Mary nicht getötet. Tom hat Maria keinen Abschiedskuss gegeben. Tom hat mich nicht geküsst. Tom wusste nicht, dass ich Französisch kann. Tom wusste nicht, dass Mary schwimmen konnte. Tom wusste nicht, dass Maria das bereits getan hatte. Tom kannte Maria nicht allzu gut. Tom wusste nicht, dass Maria Hilfe von ihm wollte. Tom wusste nicht, dass Maria das bereits vorhatte. Tom wusste nicht, dass Maria das bereits vorhatte. Tom wusste nicht, dass Maria aus Boston kam. Tom wusste nicht, dass Maria erst 13 Jahre alt war. Tom wusste nicht, dass Maria dort war. Tom wusste nicht, dass Maria dort sein würde. Eine so gute Leistung habe ich gar nicht von Tom und Maria erwartet. Tom kannte Mary nicht. Tom hatte überhaupt keine Ahnung davon. Tom wusste nichts davon. Tom kannte niemanden auf der Party. Tom kannte niemanden im Zimmer. Tom kannte niemanden. Tom wusste nichts über Marias Vergangenheit. Tom wusste nichts über Maria. Tom wusste das auch nicht. Tom wusste nicht genau, was Maria wollte, dass er tun soll. Tom wusste nicht mit Sicherheit, wann Maria käme. Tom wusste nicht, dass er jemanden verletzt hatte. Tom wusste nicht, dass er jemanden beleidigt hatte. Tom wusste nicht, wie sie hieß. Tom wusste nicht, was er erwidern sollte. Tom wusste nicht, wie lange die Sitzung dauern würde. Tom wusste nicht, wie viel Geld er brauchen würde. Tom wusste nicht, wie alt Maria war. Tom wusste nicht, wie das passieren konnte. Tom wusste nicht, wie er das machen sollte. Tom wusste nicht, wie er Maria helfen sollte. Tom wusste nicht, wie er Maria erreichen könnte. Tom wusste nicht, wie er antworten sollte. Tom wusste nicht, wie er Maria die Wahrheit sagen sollte. Tom wusste nicht, wie er das Wort Computer übersetzen sollte, weil die Menschen, mit denen er sprach, noch nie einen gesehen hatten. Tom wusste nicht, mit dem Feuerlöscher umzugehen. Tom wusste nicht, ob es ihm gelingen würde. Tom wusste nicht, ob es sich lohnen würde, sich für die Stelle zu bewerben. Tom wusste nicht viel über Boston. Tom wusste nicht viel. Tom wusste nicht so recht, was er sagen sollte. Tom wusste nicht, dass jemand versuchte, ihn umzubringen. Tom wusste nicht, dass Hawaii zu den Vereinigten Staaten gehört. Tom wusste nicht, dass Maria krank gewesen war. Tom wusste nicht, dass Maria gerade erst geheiratet hatte. Tom wusste nicht, dass Mary gerne kochte. Tom wusste nicht, dass Maria Hilfe brauchte. Tom wusste nicht, dass Mary französisch verstand. Tom wusste nicht, dass Maria früher einmal französisch Lehrerin war. Tom wusste nicht, dass Maria Hilfe von ihm wollte. Tom wusste nicht, dass Maria bereits tot war. Tom wusste nicht, dass Maria bereits verheiratet war. Tom wusste nicht, dass Maria schlief. Tom wusste nicht, dass Maria sich für klassische Musik interessiert. Tom wusste nicht, dass Mary log. Tom wusste gar nicht, dass er einen heimlichen Verehrer hat. Tom wusste nicht, dass die Brücke geschlossen war. Tom wusste nicht, dass der Abgabetermin heute ist. Tom wusste nicht, was Anglophobie bedeutet. Er führte daher eine Schnellsuche im Netz durch, um zu sehen, ob er so hinter die Bedeutung käme. Tom wusste nicht, aus welchem Grunde Maria weinte. Tom wusste nicht, aus welchem Grunde Maria seine Einladung nicht annahm. Tom wusste nicht, wie sie hießen. Tom wusste das nicht. Tom wusste heute Morgen nicht, wo wir das machen sollten. Tom wusste nicht, was ich zu tun versuchte. Tom wusste nicht, was Maria davon hielt. Tom wusste nicht, was Maria zu kaufen gedachte. Tom wusste nicht, wonach Maria suchte. Tom wusste nicht, was Mary gerade las. Tom wusste nicht, wovon Maria sprach. Tom wusste nicht, wie Marias Familienname lautete. Tom wusste nicht, was er sonst tun sollte. Tom wusste nicht, was er noch sagen sollte. Tom wusste nicht, was er tun sollte. Tom wusste nicht, was er tat. Tom wusste nicht, was er fragen sollte. Tom wusste nicht, welcher Verwendung das Holz zugeführt werden würde. Tom wusste nicht, wann er erscheinen sollte. Tom wusste nicht, womit er anfangen sollte. Tom wusste nicht, was er mit seinen Händen machen sollte. Tom wusste damit nichts anzufangen. Tom wusste nicht, was er machen sollte. Tom wusste nicht, was er sagen sollte, und schwieg daher. Tom wusste nicht, was er sagen sollte. Tom wusste nicht, was er denken sollte. Tom wusste nicht, was vor sich ging. Tom wusste nicht, was wirklich vor sich ging. Tom wusste nicht, was mit ihm geschehen würde. Tom wusste nicht, wann Mary nach Boston gekommen war. Tom wusste nicht, wann Maria Geburtstag hat. Tom konnte nicht sagen, wann er zurück sein würde. Tom wusste nicht, woher Mary kam. Tom wusste nicht, wo Maria wohnte. Tom wusste nicht, wo er Marias Koffer für sie hinstellen sollte. Tom wusste zwar nicht, wo Maria hinwollte, ahnte es aber. Tom wusste nicht, wo Maria war. Tom wusste nicht, wo er war, als er schließlich aufwachte. Tom wusste nicht, wo er war. Tom wusste nicht, wo der Feuerlöscher war. Tom wusste nicht, woher das Geld kam. Tom wusste nicht, wo er den Müll verbrennen sollte. Tom wusste nicht, wo er eine Eintrittskarte für Marias Konzert bekommen konnte. Tom wusste nicht, wohin er schauen sollte. Tom wusste nicht, wo er sein Auto abstellen sollte. Tom wusste nicht, wo er seinen Schirm hin tun sollte. Tom wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Tom wusste nicht, mit wem Maria nach Boston fahren wollte. Tom wusste nicht, wer Marias Vater war. Tom wusste nicht, wer Marias Eltern waren. Tom hatte keine Ahnung, wer seinen Hund getötet hatte. Tom wusste nicht, wer es war. Tom wusste nicht, wem er Glauben schenken sollte. Tom wusste nicht, an wen er das Paket liefern sollte. Tom wusste nicht, wem er es geben sollte. Tom wusste nicht, wem er den Umschlag geben sollte. Tom wusste nicht, warum Maria sich 30 Dollar ausborgen musste. Tom wusste nicht, warum Mary nicht das tun würde, wonach er sie gefragt hatte. Tom wusste das nicht. Tom hat nicht lange durchgehalten. Tom lachte über keinen von Marias Witzen. Tom hat nicht gelacht. Tom hat Französisch nicht in der Schule, sondern von seinen Eltern gelernt. Tom hat in der Schule nichts gelernt. Tom lernte nichts aus seinen Fehlern. Tom hat das erst mit 30 Jahren gelernt. Tom hat erst mit 13 Jahren angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Tom hat erst mit 30 Schwimmen gelernt. Tom hat keine Nachricht hinterlassen. Tom hat mir nichts zu essen übrig gelassen. Tom hat mir nichts übrig gelassen. Tom hat die Tür nicht offen gelassen. Tom hat sich erst nach Mitternacht verabschiedet. Tom ging nicht weg. Tom ließ Maria nicht herein. Tom hat sich nicht von Maria küssen lassen. Tom ließ Mary nicht draußen spielen. Tom ließ Maria nicht mit den anderen Kindern spielen. Tom ließ niemanden in die Nähe des Grills. Tom hat seine Kinder nicht zu Marias Party gehen lassen. Tom ließ mich nicht tun, was ich wollte. Tom hat mich Maria nicht helfen lassen. Tom ließ sich nicht anmerken, dass er von der Überraschungsparty wusste. Tom gefiel der Französischunterricht nicht besonders. Tom mochte Maria von Anfang an nicht. Tom mochte Mary nicht besonders. Tom gefiel Marias Rat nicht. Tom mochte Marias Eltern nicht. Marias Salat schmeckte Tom nicht. Tom mochte Maria nicht. Tom mochte damals kein Bier. Tom war nicht gerne arm. Tom mochte Kinder erst, als er eigene hatte. Da ihm das Stadtleben nicht zusagte, zog Tom zurück auf den Hof. Tom ging nicht gerne zur Schule. Tom gefiel sein Name nicht. Da ihm sein Büro nicht gefiel, bat Tom seinen Chef, ihn ein anderes beziehen zu lassen. Tom schmeckte sein Brot nicht. Tom gefiel es hier nicht. Es gefiel Tom nicht sonderlich. Es gefiel Tom zwar nicht, aber er hat es trotzdem gekauft. Es gefiel Tom nicht. Tom gefiel das Leben in Boston nicht. Tom lebte nicht gerne auf dem Land. Tom mochte mich nicht sonderlich. Tom fand meine Idee nicht gut. Tom mochte nicht, dass er nicht genug Geld hatte. Tom gefiel es nicht in der Schule. Als Kind mochte Tom keinen Spinat. Als Kind mochte Tom keinen Spinat. Da ihm die Arbeit nicht gefiel, kündigte Tom. Das gefiel Tom nicht sonderlich. Tom mochte das nicht. Tom haben die Kekse, die Maria gebacken hat, nicht geschmeckt. Tom schmeckten die Kekse, die Maria gebacken hatte, nicht. Tom gefiel die Idee gar nicht. Tom mochte das Aussehen seiner Nase nicht, weswegen er sie richten ließ. Tom hat der Film nicht gefallen. Der neue Plan hat Tom nicht gefallen. Tom mochte den Ort nicht. Tom gefiel die Situation nicht. Der Geschmack sagte Tom nicht zu. Es gefiel Tom nicht, wie Maria seine Sachen bügelte. Tom gefiel das nicht. Tom verreiste nicht gern, Maria schon. So kam es, dass er letztlich doch viel auf Reisen war. Es gefiel Tom nicht, was er da hörte. Tom hörte nicht auf Marias Anweisungen. Tom hörte nicht auf das, was ich sagte. Tom hat nicht zugehört. Tom erlebte den Schulabschluss seiner Kinder nicht mehr. Tom erlebte das Ende des Krieges nicht mehr. Tom hielt seinen Teil der Abmachung nicht ein. Tom erfüllte nicht unsere Erwartungen. Tom sah sich das Bild nicht noch einmal an. Tom hat nicht Weg gesehen. Tom schien nicht erfreut, mich zu sehen. Tom schien nicht erfreut. Tom machte nicht den Eindruck, müde zu sein. Tom sah nicht erfreut aus. So beschäftigt wirkte Tom gar nicht. Tom sah nicht allzu glücklich aus. Tom sah nicht sehr glücklich aus. Tom sah nicht zufrieden aus. Tom sah nicht sehr glücklich aus. Tom hat nicht die Fassung verloren. Tom liebte Marie nicht. Der erste Eindruck von Tom war kein guter. Tom hat in dem Test heute keine Fehler gemacht. Tom hat keine Fehler gemacht. Tom tat sich schwerer als Maria damit, Freundschaften zu schließen. Tom schaffte es nicht rechtzeitig zum Bahnhof. Tom ist nicht sehr weit gekommen. Tom hat die Betten nicht gemacht. Tom hat es nicht in die Mannschaft geschafft. Tom hat Mary nicht geheiratet. Tom wollte niemanden beleidigen. Tom meinte es nicht so. Tom hat es nicht ernst gemeint. Tom wollte Maria nicht enttäuschen. Tom wollte das nicht tun. Tom wollte das nicht tun. Tom wollte nicht Marias Gefühle verletzen. Tom wollte niemanden verletzen. Tom wollte Maria nicht beleidigen. Tom traf weder Mary, noch sonst jemanden. Tom hat Australien nicht erwähnt. Tom hat Mary überhaupt nicht erwähnt. Tom hat mir nichts davon gesagt. Tom erwähnte keine Gründe für sein verspätetes Kommen. Tom hat nichts davon erwähnt. Tom äußerte sich in keiner Weise zu der Feier. Tom hat es mir gegenüber nicht erwähnt. Tom erwähnte nicht, dass er Mary gesehen hatte. Tom erwähne nicht, dass er Maria getroffen hatte. Das hat Tom nicht erwähnt. Tom erwähnte nicht, was er getan hatte. Tom erwähnte nicht, wohin er sich begeben hatte. Tom hat nicht erwähnt, warum er nicht hat kommen können. Tom erwähnte keine Gründe für sein verspätetes Kommen. Tom erwähnte nicht, warum er nach Maria suchte. Tom hat sie namentlich nicht genannt. Tom half Maria bereitwillig beim Abwasch. Es machte Tom nichts aus, allein zu leben. Tom hatte nichts dagegen. Tom ist nichts abgegangen. Tom bewegte sich keinen Zentimeter. Tom bewegte sich nicht. Tom gefiel nicht sonderlich, was er sah. Tom nannte keine Namen. Tom brauchte keinen Hammer. Tom brauchte nicht lange überzeugt zu werden. Tom brauchte keinen Dolmetscher. Tom brauchte es nicht mehr. Tom brauchte das nicht. Tom bedürfte meiner Hilfe nicht. Tom bedürfte unserer Hilfe nicht. Tom brauchte das Geld nicht. Tom hätte das Buch nicht zu kaufen brauchen. Tom brauchte nicht so früh zu kommen. Tom brauchte sich nicht zu beeilen. Er hatte noch reichlich Zeit. Tom brauchte sich die Speisekarte nicht anzusehen, weil er schon viele Male in dem Restaurant gewesen war. Tom hätte den Zaun nicht anzusehen, weil er nicht anzusehen konnte. Er wurde, eine Woche nachdem er ihn gestrichen hatte, abgerissen. Tom hätte nicht mit dem Taxi fahren müssen. Er hätte zu Fuß gehen können. Tom brauchte Maria nichts zu sagen. Tom brauchte nicht lange nachzudenken, bevor er Mary seine Antwort gab. Tom musste nicht sehr lange warten. Tom bedürfte unserer Hilfe nicht. Tom bemerkte nicht, dass Maria eine neue Frisur hatte. Tom bemerkte nicht, dass Maria gar nicht im Zimmer war. Tom bemerkte nicht, dass er verfolgt wurde. Tom bemerkte nicht, dass sein Hosenstall offen stand. Tom bemerkte die Einschusslöcher in der Wand nicht. Tom bemerkte die Veränderung gar nicht. Tom bemerkte den Unterschied nicht. Tom bemerkte Marys verächtlichen Blick nicht. Tom bemerkte die Überwachungskamera nicht. Tom hatte keine Einwände. Tom bot Maria nicht an, sie im Auto mitzunehmen. Tom hat Mary nichts zu trinken angeboten. Tom hat Maria nicht angeboten, sie heimzufahren. Tom hat uns nichts zu trinken angeboten. Tom hat uns nichts zu essen angeboten. Tom kam unserer Bitte nicht nach, die Fenster zu öffnen. Tom nahm nicht an der Diskussion teil. Tom hat die Prüfung nicht bestanden. Tom hat die heutige Prüfung nicht bestanden. Tom hat nicht bestanden. Tom hat es nicht aufgehoben. Tom hatte nicht vor, Zelten zu fahren. Tom wollte niemandem wehtun. Tom wollte niemandem über den Weg laufen, den er kannte. Tom hatte nicht vor, irgendwo hinzugehen. Tom hat dieses Jahr nicht genug Zwiebeln gepflanzt. Tom hat nicht Basketball gespielt. Tom hat nicht gebetet. Tom hat mir nichts versprochen. Tom gab nicht auf. Tom wusste nicht genau, was Maria meinte. Tom las keine der Nachrichten, die Maria ihm geschickt hatte. Tom hat das Buch nicht gelesen. Tom hat den Brief, den er von Maria bekam, nicht gelesen. Tom hat den Brief, den er von Maria bekam, nicht gelesen. Tom hat gestern nicht die Zeitung gelesen. Tom hat nicht die ganze Nachricht gelesen. Tom merkte nicht, dass Maria müde war. Tom merkte nicht, dass er seinen Pullover verkehrt herum anhatte. Tom war sich keiner Gefahr bewusst. Tom erkannte nicht, dass er sich in Gefahr befand. Tom begriff nicht, was los war. Tom hat nicht gerade ein Glanzstück hingelegt. Tom hat es nicht wirklich gefallen, Französisch zu lernen. Tom war letzten Sonntag eigentlich gar nicht in der Kirche. Tom hätte das nicht unbedingt heute zu tun brauchen. Tom wusste wirklich nicht, was er tun sollte. Tom wusste nicht so recht, was er sagen sollte. Tom wusste nicht so recht, was vor sich ging. Tom hat das nicht wirklich ernst gemeint, oder? Tom schien nicht allzu überrascht zu sein. Tom erkannte Mary nicht. Tom erkannte niemanden in dem Zimmer. Tom hat mich nicht wiedererkannt. Tom erinnerte sich nicht an mich. Tom dachte nicht daran, seine Miete zu bezahlen. Tom wusste nicht mehr, wo er seinen Wagen geparkt hatte. Tom wusste nicht mehr, wo er seinen Pass gelassen hatte. Tom wusste es nicht mehr. Tom antwortete nicht. Medizinische Behandlung war für Tom nicht erforderlich. Tom leistete keinen Widerstand. Tom hat auf meinen letzten Brief nicht geantwortet. Tom hat nicht auf meine Frage geantwortet. Tom hat mich nicht zurückgerufen. Tom hat uns nicht zurückgerufen. Tom hat auf unsere Anrufe nicht reagiert. Tom kam erst um 2 Uhr und 30 Minuten zurück. Tom kehrte nicht zurück. Tom rannte nicht. Tom sagte nichts. Tom hat mir kein Wort gesagt. Tom sprach kein Wort. Tom sagte nichts über sich. Tom hat davon in seinem Brief nichts erwähnt. Tom hat mir nichts davon gesagt. Tom verlor kein Wort darüber, warum er sich verspätet hatte. Tom sprach kein Wort. Tom hat mir nichts davon gesagt. Tom sagte nichts. Tom sagte nicht, wie er dorthin zukommen gedachte. Tom sagte nicht, wie er dorthin zukommen gedachte. Tom hat nicht gesagt, wie viele Male er schon dort gewesen sei. Tom äußerte nicht viel über die Geschehnisse am letzten Wochenende. Tom hat nicht viel gesagt. Tom sagte nicht, was er getan hat, um euch so zu verärgern. Tom sagte nicht, was er getan hatte. Tom hat nicht gesagt, was er wirklich dachte. Tom hat nicht gesagt, wann er das zu tun beabsichtige. Tom hat nicht gesagt, wann er hier wäre. Tom sagte nicht, wo er gewesen ist. Tom sagte nicht, wo er hinging. Tom sagte nicht, wo er gewesen war. Tom hat nicht gesagt, woher er seine neue Bassklarinette hat. Tom sagte nicht, wo oder wann man ihn treffen sollte. Tom sagte nicht, ob er auf Marias Feier gehen werde oder nicht. Tom sagte nicht, mit wem zusammen er vorhatte zu gehen. Tom sagte nicht, mit wem er gegangen war. Tom hat nicht gesagt, warum er Maria aus dem Weg geht. Tom erwähnte keine Gründe für sein verspätetes Kommen. Tom hat nicht gesagt, was ihn so beschäftige. Tom hat nicht geschrien. Tom konnte Maria nirgends sehen. Tom hat sich nicht mit Mary getroffen. Tom hat nichts gesehen. Tom hat es nicht gesehen. Tom hat mich nicht gesehen. Tom hat den Unfall ebenso wenig gesehen wie Maria. Tom hat sie nicht gesehen. Tom schien kein bisschen überrascht. Tom schien nicht überzeugt. Tom schien nicht erpicht, weiter auszuholen, und ich wollte ohnehin nicht alle Einzelheiten hören. Tom schien sich für nichts anderes zu interessieren. Tom schien kein Interesse zu haben, sich meine Bilder anzusehen. Tom schien nicht interessiert daran zu sein, Freundschaften zu schließen. Tom schien sich nicht für mich zu interessieren. Tom schien nicht interessiert zu sein. Tom schien nicht erfreut, mich zu sehen. Tom schien nicht überrascht zu sein, Maria zu sehen. Tom schien nicht überrascht, mich zu sehen. Es schien Tom nicht zu überraschen, als ich ihm sagte, er brauche das nicht zu tun. Tom schien nicht überrascht, als er hörte, dass Maria und Johannes geheiratet hatten. Tom schien nicht überrascht zu sein. Tom schien nicht allein zu sein. Tom schien nicht so hungrig zu sein, wie Mary. Tom schien sich nicht bewusst zu sein, dass Mary das tun musste. Tom schien sich dessen nicht bewusst zu sein, dass er das tun sollte. Tom schien sich nicht sehr zu amüsieren. Es schien Tom nicht sonderlich schwer zu fallen, Maria zu überzeugen. Tom schien nicht beeindruckt zu sein. Tom schien sich für das, was ich sagte, nicht zu interessieren. Tom schien nicht interessiert zu sein. Tom schien nicht eingeschüchtert zu sein. Tom schien nicht allein des Sanges Lust anheimgefallen zu sein. Tom schien nicht allzu motiviert zu sein. Tom schien nicht sonderlich krank zu sein. Tom schien gar nicht zu bemerken, dass Maria da war. Tom schien keine Waffe bei sich zu haben. Anscheinend kannte Tom Maria kaum. Tom schien nicht zu wissen, was er tat. Tom schien die Verpflegung nicht zu mögen. Es schien Tom nichts auszumachen. Tom sind offenbar keine Probleme aufgefallen. Tom schien nicht zu bemerken, dass Maria da war. Tom schien nichts zu bemerken. Tom schien sich an Maria nicht erinnern zu können. Tom schien erst nicht zu verstehen. Tom schien nicht zu begreifen, warum er das tun sollte. Tom schien nicht allzu begeistert zu sein. Tom schien nicht allzu erfreut, mich zu sehen. Tom schien nicht allzu erfreut. Tom schien nicht sehr beschäftigt zu sein. Tom schien nicht sehr enthusiastisch. Tom schien nicht sehr beeindruckt zu sein. Tom schien nicht allzu interessiert, mit uns aufs Konzert zu gehen. Tom schien nicht sehr interessiert zu sein. Tom schien sich seiner selbst nicht allzu sicher zu sein. Tom schien nicht sehr überrascht zu sein. Tom schien nicht bereit zu helfen. Tom hat nicht geschossen. Tom ist zur Sitzung nicht erschienen. Tom ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Tom ist gestern nicht auf der Arbeit erschienen. Tom tauchte nicht auf, bevor die Besprechung vorbei war. Tom ist nicht aufgetaucht. Tom hat es nicht gezeigt. Tom sang nicht das Lied, um das wir ihn baten. Tom sang das Lied nicht, um das wir baten. Tom hat nicht gesungen. Tom hat letzte Nacht kein Auge zugetan. Tom hat letzte Nacht kein Auge zugetan. Tom hat heute Nacht nicht in seinem Zimmer geschlafen. Tom hat vorige Nacht nicht sehr gut geschlafen. Tom hat nicht geschlafen. Tom hat nicht gelächelt. Tom klang nicht so aufgeregt wie Maria. Tom klang nicht glücklich. Tom schien nicht sonderlich besorgt zu sein. Tom klang nicht so optimistisch. Tom klang nicht allzu gut französisch. Tom konnte damals kaum französisch. Tom sprach überhaupt nicht mit mir. Tom hat nicht gesprochen. Tom übernachtete nicht zu Hause. Tom stand nicht. Tom hat erst mit 30 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Tom begann erst mit 20 Jahren Posaune zu spielen. Tom hat erst angefangen, Französisch zu lernen, als er 30 war. Tom hat erst mit 30 Jahren angefangen, Lieder zu schreiben. Tom ist nicht in Australien geblieben. Tom ist nicht lange geblieben. Tom ist nicht allzu lange dort geblieben. Allzu lange ist Tom nicht geblieben. Tom hat mir nichts gestohlen. Tom rührte sich nicht. Tom hörte nicht auf zu reden. Tom hat gestern kein Französisch gelernt. Tom hat kein bisschen gelernt. Tom hatte keinen Erfolg, doch nicht, weil er sich nicht bemüht hätte. Tom hatte keinen Erfolg. Tom hat nicht gelitten. Tom schwamm nicht, weil es zu kalt war. Tom ist heute nicht geschwommen. Tom ist nicht geschwommen. Tom nahm Maria nicht ernst. Tom nahm Maria nicht allzu ernst. Tom hatte eine Woche lang nicht gebadet. Tom hat gestern Abend nicht gebadet. Tom nahm keinen Schirm mit. Tom hat mir nichts weggenommen. Tom hat nichts mitgenommen. Tom hat sich nicht das Leben genommen. Tom hat seine Schuhe nicht ausgezogen. Tom hat seinen Schirm nicht mitgenommen. Tom nahm seine Uhr nicht ab. Tom fotografierte auf seiner Reise nicht viel. Tom ließ sich nicht lange bitten. Tom zog seine Jacke nicht aus. Tom hat seine Maske nicht abgenommen. Tom nahm seine Uhr nicht ab. Tom nahm an unserer Unterhaltung nicht teil. Tom biss nicht an. Tom nahm die Nachricht nicht allzu gut auf. Tom hat nicht über Australien geredet. Tom redete nicht. Tom sagte Maria nichts von seinen finanziellen Problemen. Tom hat Maria nichts davon gesagt. Tom verschwieg Maria, dass er seine Arbeit an den Nagel hängen wollte. Tom erzählte Mary sein Geheimnis nicht. Tom hat Maria nicht die ganze Wahrheit gesagt. Tom hat Maria nicht die ganze Wahrheit gesagt. Tom hat Mary nicht gesagt, dass sie das tun soll. Tom hat Maria nicht unterrichtet, was zu erledigen war. Tom hat Maria nicht verraten, warum er das gemacht hat. Tom verschwieg es Maria. Tom hat keinem etwas davon gesagt. Tom hat es niemandem erzählt. Tom verriet niemandem, was er kurz davor war zu tun. Tom hat es niemandem gesagt, wer er wirklich war. Tom hat niemandem erzählt, warum er zu spät gekommen ist. Tom hat es niemandem erzählt. Tom hat es nicht allen gesagt. Tom hat mir nicht gesagt, dass Maria seine Cousine ist. Tom hat mir nicht von dir erzählt. Tom hat mir nichts davon gesagt. Tom hat mir nichts davon erzählt. Tom hat mir nichts von ihnen erzählt. Tom hat mir nichts erzählt. Tom hat mir nicht alles gesagt. Tom hat mir nicht gesagt, dass er verheiratet ist. Tom hat mir ihren Namen nicht verraten. Tom hat mir sein Geheimnis nicht verraten. Tom hat mir nicht viel davon erzählt. Tom hat mir nicht gesagt, dass er verheiratet ist. Tom hat mir nicht die ganze Geschichte erzählt. Tom hat mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Tom hat mir nicht gesagt, das zu tun. Tom hat mir nicht gesagt, wann er das zu tun gedenkt. Tom hat mir nicht gesagt, wem ich das hier geben soll. Tom hat mir nicht gesagt, warum er das getan hat. Tom hat mir nicht gesagt, dass du hier bist. Tom hat mir nichts gesagt. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom hat mir nicht gesagt, was in jener Nacht passierte. Tom sagte uns nicht, was wir wissen wollten Tom hat uns nicht gesagt, wann er das vorhat Tom verriet uns nicht, warum wir kommen sollten Tom hat uns keinen Grund genannt Tom hat dir nicht erzählt, was mit Maria geschehen ist, oder Tom hat dir nicht die ganze Wahrheit erzählt Tom schrieb Maria nicht zurück Tom dankte Maria nicht für ihre Hilfe Tom bedankte sich bei Maria nicht für das Geschenk Tom glaubte, ich würde seine Abwesenheit nicht bemerken Tom meinte, Maria sei dazu nicht in der Lage Tom glaubte nicht, dass Mary seine Uhr reparieren könnte Tom fand nicht, dass Maria recht hatte Tom glaubte nicht, Maria würde einen Fisch fangen Tom meinte, Maria esse den Salat nicht, wenn Zwiebeln darin wären Tom ging nicht davon aus, dass es Maria auf seiner Feier gefallen würde Daher lud er sie nicht ein Tom ging nicht davon aus, dass es Maria auf seiner Feier gefallen würde Tom hätte nicht gedacht, dass Maria ihn küssen würde Tom glaubte nicht, dass er Mary vertrauen könne Tom rechnete sich zwar keine Erfolgschancen aus, wollte es aber zumindest einmal versuchen Tom glaubte, kein Verbrechen zu begehen Tom war nicht der Ansicht, gegen irgendwelche Gesetze zu verstoßen Tom sah darin kein Problem Tom fand das nicht witzig Tom hielt es nicht für richtig Tom hielt es nicht für angebracht, dass Johannes Maria eine Perlenhalskette schenke Tom dachte ganz und gar nicht so Tom war anderer Auffassung Tom dachte, Maria könnte nicht schwimmen Tom ging nicht davon aus, dass Maria ihre Drohung wirklich wahr machen würde Tom hätte nicht gedacht, dass Maria ihn küssen würde Tom hätte nicht gedacht, dass man ihn erwischen würde Tom hielt das, was Maria sagte, nicht für wahr Tom glaubte nicht, dass das jemals passieren würde Tom hätte dir das nicht zugetraut Tom dachte nicht, dass der Regen so lange dauern würde Tom fand das, was Maria trug, für den Anlass unangemessen Tom hatte nicht gedacht, dass ihnen die Idee gefallen würde Tom hätte dir das nicht zugetraut Tom rührte sein Mittagessen nicht an Tom hat Maria nicht sehr gut behandelt Tom traute Maria nicht und Maria traute Tom nicht Tom vertraute Maria nicht so viel, wie sie ihm vertraute Tom traute Maria überhaupt nicht Tom traute Maria nicht Tom hat den Käsekuchen nicht probiert Tom versuchte gar nicht, Marias Anschuldigung abzustreiten Tom versuchte nicht, etwas zu machen Tom versuchte nicht, weiterzukommen Tom machte keinen Versuch, Maria aufzuhalten Tom kehrte nicht um Tom hat das Licht nicht ausgeschaltet Tom hat das Licht nicht ausgeschaltet Tom hat das Licht nicht ausgeschaltet Tom tauchte nicht auf Tom verstand Marys Witz nicht Tom hat nichts verstanden Tom verstand Tom verstand kein Wort von dem, was Maria sagte Tom verstand kein Wort von dem, was Maria sagte Tom hat das gar nicht verstanden Tom verstand nichts Tom hat mich nicht verstanden Tom hat mein Französisch nicht verstanden Tom verstand die Frage nicht Tom verstand nicht, was Maria meinte Tom verstand nicht, was Maria wirklich meinte Tom verstand nicht, warum er anders als die anderen war Tom hat ihren Witz nicht verstanden Tom verstand es nicht Tom hat das Wort unmöglich nicht gebraucht Früher war Tom nicht so Tom hat früher nicht so viel getrunken Tom hat früher nicht getrunken Tom sagte kein einziges Wort Tom hat nicht für mich gestimmt Tom hat nicht auf Maria gewartet Tom wartete nicht Tom hat mich nicht geweckt Tom wollte nicht, dass Maria mit seinem Auto fahre Tom wollte nicht, dass Maria auf seine Kinder aufpasste Tom wollte nicht, dass Maria betrunken Auto fahre Tom wollte nicht, dass Maria mit Johannes ausging Tom wollte nicht, dass Maria ohne ihn nach Australien flöge Tom wollte sich nicht von Maria küssen lassen Tom wollte nicht, dass Mary wusste, dass er reich war Tom wollte nicht, dass Maria von seinem Reichtum erfahre Tom wollte nicht, dass Maria nach Boston zog Tom wollte nicht, dass Maria nach Boston zog Tom wollte nicht, dass Mary mit seinen Kindern spielt Tom wollte nicht, dass Maria mit seinen Kindern spielte Tom wollte nicht, dass Maria mit Johannes sprach Tom wollte nicht, dass Maria länger blieb Tom wollte nicht, dass Maria mit Johannes spräche Tom wollte nicht, dass Maria für ein Weicherei hielt Tom wollte nicht, dass Mary arbeitet Tom wollte keine teure Kamera haben Tom wollte kein Frühstück Tom wollte nicht, dass irgendeiner seiner Freunde seinen Führerschein sehe Tom wollte nicht, dass jemand unglücklich ist Tom wollte nicht, dass jemand unglücklich ist Tom wollte mit Maria nichts zu tun haben Tom wollte nichts Tom wollte nicht, dass seine Freunde ihn weinen sahen Tom wollte nicht, dass seine Eltern es erführen Tom wollte es nicht Tom wollte nicht, dass ich Soldat würde Tom wollte nicht, dass ich nach Boston käme Tom wollte nicht, dass ich mit Maria einkaufen gehe Tom wollte nicht, dass ich ihn küsse Tom wollte nicht, dass ich blieb Tom wollte zwar nicht, dass ich dir das sage Aber er hat gerade seine Arbeit verloren Tom wollte nicht, dass ich ihn berühre Tom wollte meine Hilfe nicht Tom wollte nicht, dass man dächte Er tut Tele mit Maria Tom wollte das nicht Tom wollte die Stelle nicht Tom wollte das Geschenk nicht Tom wollte nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hatte Tom wollte nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hatte Tom wollte Marias Frage nicht beantworten Tom wollte nicht mit Mary streiten Tom wollte nicht um Hilfe bitten Tom wollte keine Aufmerksamkeit erregen Tom wollte weder Rechtsanwalt noch Arzt werden Tom wollte am Valentinstag nicht allein sein Tom wollte nicht unterbrochen werden Tom wollte nicht mit Maria zusammen gesehen werden Tom möchte nicht ausgenutzt werden Tom wollte das nicht als erster tun Tom wollte dem Gerücht, Maria und Johannes betreffend, keinen Glauben schenken Tom wollte Maria nicht beim Lernen stören Tom wollte Maria nicht das Herz brechen Tom wollte zwar nicht, ist aber dennoch gekommen Tom wollte nicht eintreten Tom wollte keinen Kommentar abgeben Tom wollte das Gespräch nicht fortführen Tom wollte nicht mehr tanzen Tom wollte nicht mit mir tanzen Tom wollte Maria nicht enttäuschen Tom wollte seinen Vater nicht enttäuschen Tom wollte seine Mutter nicht enttäuschen Tom wollte seine Eltern nicht enttäuschen Tom wollte das nicht tun Tom wollte nichts tun, was er bereuten würde Tom wollte nichts tun, was er bereuten würde Tom wollte das nicht mehr tun Tom wollte das nicht tun Tom wollte nicht die Dreckarbeit für sie erledigen Tom wollte sich nicht wie die anderen Jungen kleiden Tom wollte doch nicht essen Tom wollte nichts essen Tom wollte nichts essen Tom wollte nichts essen Tom wollte Maria zu nichts motivieren, was sie möglicherweise in Schwierigkeiten brächte Tom wollte nicht mehr kämpfen Tom wollte nicht in Schwierigkeiten kommen Tom wollte nicht in den Kampf verwickelt werden Aber er hatte keine Wahl Tom wollte nicht aus dem Bett Tom wollte nicht zurück Tom wollte nicht allein dorthin Tom wollte nicht studieren Tom wollte nicht mit Maria in den Zirkus gehen Tom wollte nicht zum Arzt gehen Tom wollte nicht in den Film gehen Tom wollte nicht ins Kino gehen Tom wollte nicht in den Zoo Tom wollte nicht in den Krieg ziehen Tom wollte nicht gehen Tom wollte nicht gehen Tom wollte nicht gehen Doch sein Vater zwang ihn Tom wollte nicht gehen Tom wollte sich Marias Sorgenkatalog zwar nicht anhören Aber er saß trotzdem still da und lie sein Ohr Tom wollte nichts von dem hören Was ich zu sagen hatte Tom wollte uns heute zwar nicht helfen Tom wollte uns heute nicht helfen Tom wollte Marias Gefühle nicht verletzen Tom wollte Maria nicht verletzen Tom wollte Maria nicht beim Lernen stören Tom wollte Maria nicht unterbrechen Tom wollte Maria nicht einladen Tom wollte niemanden umbringen Tom wollte von meinen Problemen nichts wissen Tom wollte nicht wissen, warum Maria das beabsichtigte Tom wollte Australien nicht verlassen Tom wollte nicht früher gehen Tom wollte seinen Hund nicht bei mir lassen Tom wollte nicht gehen Tom wollte nicht gehen Tom wollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen Tom wollte nicht hinschauen, aber er konnte sich nicht abhalten Tom wollte seine Frau nicht verlieren Tom wollte seine Frau nicht verlieren Tom wollte nicht verlieren Tom wollte keine Staatsaffäre daraus machen Tom wollte Maria nicht heiraten Tom wollte mich nicht heiraten Tom wollte die Bauerntochter nicht heiraten Tom wollte nicht nach Australien ziehen Tom wollte nicht nach Boston ziehen Tom wollte keine Namen nennen Tom wollte sein neues Auto nicht auf der Straße parken Tom wollte nicht so viel für die Eier bezahlen Tom wollte kein Völkerball spielen Tom wollte kein Völkerball spielen Tom wollte mit Maria nicht Tennis spielen Tom wollte seine Freundschaft mit Maria nicht durch den Versuch aufs Spiel setzen eine Liebschaft daraus zu machen Tom wollte nichts überstürzen Tom wollte nichts sagen Tom wollte nichts sagen was er möglicherweise bereuen würde Tom wollte mich nicht sehen Tom wollte sein Haus nicht verkaufen Tom wollte sein Spielzeug mit niemandem teilen Tom wollte nicht mit leeren Händen kommen Tom wollte nicht neben Maria sitzen Tom wollte nicht neben Maria sitzen Tom wollte nicht neben mir sitzen Tom wollte nicht anstehen Tom wollte kein Risiko eingehen Tom wollte den Familienbetrieb nicht übernehmen Tom wollte nicht über Maria reden Tom wollte nicht über seine Gefühle sprechen Tom wollte nicht mehr darüber reden Tom wollte nicht darüber reden Tom wollte nicht am Telefon darüber sprechen Tom wollte nicht mit Maria sprechen Tom wollte nicht über sein Privatleben sprechen Tom wollte nicht mit Maria reden Tom wollte nicht mit seiner Frau reden Tom wollte mit der Presse nicht über sein Privatleben sprechen Tom wollte nicht mit Maria reden Tom wollte nicht mit Maria reden Tom wollte nicht mit Maria reden Tom wollte Maria nichts von sich sagen Tom wollte Maria nichts sagen Tom wollte Maria nicht erzählen Tom wollte ich nicht überraschen Tom wollte niemandem seinen Nachnamen verraten Tom wollte es mir nicht sagen Tom wollte ihm über das Problem nicht mehr nachdenken Tom wollte nichts wegwerfen Tom wollte nicht so lange warten Tom wollte nicht so lange warten Tom wollte nicht warten Tom wollte mit dem Gedanken an die bereits vergeudete Zeit nicht noch mehr Zeit vergeuden Tom wollte das Hemd nicht tragen, das ihm seine Mutter zu Weihnachten geschenkt hatte Tom wollte am Heiligabend keine Überstunden machen Tom wollte nicht über die Vorfälle schreiben Tom wollte uns nicht auf seiner Feier haben Tom wollte uns nicht da haben Tom wollte nicht, dass wir das erführen Tom wollte nicht, dass du singst Nicht Tom hat Marias Wagen gewaschen, sondern Johannes Tom putzte sein Auto nicht Tom hat sich nicht die Haare gewaschen Tom wusch sich nicht die Hände Tom verschwendete keine Zeit, nicht wahr Tom verlor keine Zeit Tom winkte nicht zurück Tom hat nicht gewonnen Tom arbeitete nicht so fleißig wie Maria Tom hat letzten Montag nicht gearbeitet Tom hat Maria nicht zurückgeschrieben Tom hat Maria nicht zurückgeschrieben Tom hat nicht zurückgeschrieben Tom schrieb nicht so oft Tom hat Mary nicht angeschrien Tom hat nicht um Hilfe gerufen Tom starb am Montagmorgen Tom ist Montag gestorben Tom starb am 20. Oktober Tom starb als Bettler Tom starb vor ein paar Jahren Einen Tag später starb Tom Tom ist vor ein paar Tagen gestorben Tom starb ein paar Tage danach Tom starb ein paar Stunden später Tom starb ein paar Monate danach Tom ist vor ein paar Wochen gestorben Tom starb ein paar Wochen später Tom starb vor einigen Jahren Tom starb ein paar Jahre danach Tom ist als glücklicher Mann gestorben Tom starb als Held Tom starb vor langer Zeit Tom starb eines elendigen Todes Tom ist vor einigen Jahren gestorben Tom ist arm gestorben Tom ist vor anderthalb Jahren gestorben Tom ist vor ungefähr einem Jahr gestorben Tom kam ums Leben Tom kam ums Leben Tom war schon Tom war er mit dem Auto gegen einen Baum fuhr Tom starb Tom starb Tom starb Tom starb Tom war fast sofort tot Tom war fast sofort tot Tom ist vor fast drei Jahren gestorben Tom starb alleine Tom ist um zwei Uhr und dreißig Minuten verschieden Tom starb mit 65. Tom ist recht jung gestorben. Tom starb in hohem Alter. Tom starb in jungen Jahren. Tom starb in seinem Haus in Boston. Tom starb im Alter von 97. Tom starb im Alter von 99 Jahren. Tom ist im Krankenhaus gestorben. Tom starb am Unfallort. Tom starb noch am Unfallort. Maria und ihr Vater wurden schwer verletzt und befinden sich im Krankenhaus. Tom ist seinen Verletzungen erlegen. Tom starb, bevor Maria geboren wurde. Tom starb noch vor der Geburt seines Sohnes. Tom starb vor der Geburt seines dritten Sohnes. Tom starb, bevor der Krankenwagen kam. Tom starb, ehe die Rettungsmannschaft ankam. Tom starb bei etwas, was er gern tat. Tom starb während der Operation. Tom starb am frühen Montagmorgen. Tom starb am frühen Montag. Tom starb auf dem Weg zum Krankenhaus. Tom starb für sein Land. Tom starb an Tuberkulose. Tom starb an einer Überdosis Drogen. Tom starb an einer selbst zugefügten Schussverletzung am Kopf. Tom ist an Sauerstoffmangel gestorben. Tom starb an Sauerstoffmangel. Tom starb an einer Lungenentzündung. Tom starb an Tuberkulose. Tom ist glücklich gestorben. Tom starb 2009. Tom starb 2013 an Leberversagen. Tom starb 2013. Tom ist 2013 in Australien gestorben. Tom starb in Australien. Tom starb in Boston an Lungenkrebs. Tom ist am 20. Oktober 2013 in Boston gestorben. Tom starb in Marias Armen. Tom starb im Oktober 2013. Tom starb letztes Jahr im Oktober. Tom starb im Oktober 2013. Tom starb im Oktober vor drei Jahren. Tom ist im Oktober gestorben. Tom starb bei einem Flugzeugabsturz. Tom kam bei einem tragischen Unfall ums Leben. Tom kam bei einem Zugunglück ums Leben. Tom ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Tom fiel im Kampf. Tom ist im Bett gestorben. Tom fiel im Kampf. Tom ist in seiner Küche gestorben. Tom starb in seinem Wohnzimmer. Tom starb im Schlaf. Tom starb im Gefängnis. Tom starb in meinen Armen. Tom ist 2013 im Gefängnis gestorben. Tom starb im Gefängnis. Tom starb unter seltsamen Umständen. Tom kam bei dem Unfall ums Leben. Tom fiel im Kampf. Tom kam bei der Explosion ums Leben. Tom kam bei der Explosion ums Leben. Tom starb, als er Maria gerade etwas sagen wollte. Tom starb nur einen Tag nach seinem 70. Geburtstag. Tom ist letzten Oktober gestorben. Tom ist letzte Woche gestorben. Tom ist letztes Jahr gestorben. Tom ist noch am selben Tag gestorben. Tom starb noch im selben Jahr. Tom starb an gebrochenem Herzen. Tom starb an einer Überdosis Drogen. Tom starb an einem Herzanfall. Tom starb an einer Überdosis Heroin. Tom starb an einer einzigen Schussverletzung. Tom starb an einer versehentlichen Überdosis. Tom starb an einer Überdosis. Tom ist im Oktober an Krebs gestorben. Tom ist letztes Jahr an Krebs gestorben. Tom starb an Krebs. Tom starb am 20. Oktober im Alter von 93 an Herzversagen. Tom starb an einer Lungenentzündung. Tom starb an Leberkrebs. Tom ist an Lungenkrebs gestorben. Tom starb eines natürlichen Todes. Tom starb an einer Lungenentzündung. Tom starb am Fleckfieber. Tom ist am Montagmorgen gestorben. Tom starb am 20. Oktober in Boston. Tom starb am 20. Oktober. Tom starb auf dem Heimweg von der Kirche. Tom starb in den frühen Morgenstunden friedlich in seinem Haus in Boston. Tom verstarb friedlich im Beisein seiner Freunde und seiner Familie. Tom ist friedlich gestorben. Tom ist kürzlich gestorben. Tom ist irgendwann in der Nacht gestorben. Tom ist plötzlich gestorben. Tom ist am nächsten Tag gestorben. Tom ist dort gestorben. Tom ist vor 30 Jahren gestorben. Tom ist heute Morgen gestorben. Tom starb drei Tage nach seiner Ankunft in Boston. Tom starb drei Tage nach seiner Ankunft in Boston. Tom starb drei Tage, bevor er den Preis erhalten sollte. Drei Tage später war Tom tot. Tom starb drei Stunden vor Maria. Tom ist vor drei Monaten in Australien gestorben. Tom ist vor drei Monaten in Boston gestorben. Tom ist vor drei Monaten gestorben. Tom starb drei Wochen, bevor ich aus dem Gefängnis kam. Tom starb drei Wochen später. Tom ist vor drei Jahren gestorben. Drei Monate später war Tom tot. Tom starb, um dir das Leben zu retten. Tom kam auf tragische Weise ums Leben. Tom starb bei dem Versuch, Mary zu retten. Tom kam vor zwei Jahren bei einem Flugabsturz ums Leben. Tom ist unerwartet gestorben. Tom ist sehr jung gestorben. Tom starb, als ich noch sehr jung war. Tom wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Tom starb, als er siebenundneunzig war. Tom starb, als er siebzig Jahre alt war. Tom starb mit einem Messer im Rücken. Tom starb ohne Erben. Tom starb ohne männliche Erben. Tom starb, ohne ein Testament gemacht zu haben. Tom starb ohne Erben. Tom ist gestern gestorben. Tom starb jung. Tom ist gestorben, nicht Maria. Tom starb. Tom tauchte eine Erdbeere in Schokolade ein und steckte sie sich dann in den Mund. Tom tunkte seine Pommes frites in das Ketchup. Tom tunkte sein Hörnchen in seinen Kaffee. Tom tauchte einen Zeh ins Wasser. Tom schlachtete zum Kauf eines Hauses sein Sparschwein. Tom widersprach ständig. In diesem Punkt war Tom mit Maria nicht einverstanden. Tom stimmte Mary nicht zu. Tom widersprach. Tom verschwand vor einem Jahr. Tom verschwand hinter dem Haus. Tom verschwand in der Menge. Tom verschwand in sein Zimmer. Tom hat sich in eins von den anderen Zimmern verkrümelt. Tom verschwand in den Wald. Tom ist vor drei Tagen verschwunden. Tom ist vor drei Monaten verschwunden. Tom ist vor drei Wochen verschwunden. Tom ist spurlos verschwunden. Tom ist spurlos verschwunden. Tom ist verschwunden. Tom hat Maria enttäuscht. Tom enttäuschte mich. Tom brachte mich davon ab. Tom entdeckte einen Fehler in der Schiffskonstruktion. Tom hat herausgefunden, wie man die Kiste öffnet. Tom bemerkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Tom bemerkte, dass ihm das Geld ausgegangen war. Tom stellte fest, dass das Leben auf der Straße nicht so leicht war, wie er es sich vorgestellt hatte. Tom fand zwei Leichen in seinem Keller. Tom besprach mit dem Kellner jedes Gericht auf der Speisekarte, bevor er bestellte. Tom hat seine Pläne mit Maria besprochen. Tom besprach die Einzelheiten mit Maria. Tom diskutierte das Problem mit Mary. Tom verkleidete sich als Polizist. Tom verkleidete sich als einen Wachmann. Tom verkleidete sich als Frau. Tom ekelt mich an. Tom mochte weder Maria noch Johannes. Tom lässt sich nicht gerne sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Tom mag mich nicht. Tom mag keine Städte voller Lärm. Tom spricht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Tom hat sich die Schulter ausgerenkt. Tom missachtete den direkten Befehl eines vorgesetzten Offiziers. Tom hat mir nicht gehorcht. Tom ignorierte meinen Ratschlag. Tom gab Mary im Park den Laufpass. Tom hat mich verlassen. Tom tauchte. Tom teilte das Brot in zwei Teile. Tom teilte den Kuchen in zwei Stücke. Tom ließ sich von Mary scheiden, nachdem die Kinder die Hochschule verlassen hatten. Tom hat sich von Maria scheiden lassen und Elke geheiratet. Tom hat sich letztes Jahr von Mary scheiden lassen. Tom ließ sich von Mary scheiden. Tom hat sich von seiner ersten Ehefrau vor mehr als 15 Jahren scheiden lassen. Tom hat sich von seiner ersten Frau scheiden lassen. Tom führt jeden Morgen vor dem Frühstück 100 Rumpfbeugen aus. Tom macht jeden Morgen 100 Rumpfbeugen. Tom macht jeden zweiten Morgen 50 Liegestütze. Tom leistet gute Arbeit. Tom macht alle seine Hausaufgaben in der Schule. Tom macht alles, was wir ihm auftragen. Tom macht im Grunde dasselbe wie Maria. Maria ist Tom sehr wichtig. Tom tut alles, was Maria will. Tom spart, wo es nur geht. Tom tut alles, was man ihm sagt. Tom ist bei allem sehr schnell. Tom kann alles gut. Tom macht alles. Tom leistet gute Arbeit. Tom hat ziemlich gute Instinkte. Tom hat ernsthafte Probleme. Tom muss das tun. Tom macht seine Arbeit gut. Tom tut seine Arbeit. Tom verrichtet gute Arbeit. Tom macht das die ganze Zeit. Tom weiß das. Tom mag dich. Tom mag dich schon leiden. Dessen bin ich mir sicher. Tom liebt Maria wirklich. Tom liebt dich wirklich. Tom macht zwar viele Fehler, und er muss noch viel lernen, aber er ist mir unglaublich sympathisch. Ich habe ihn sehr gern. Tom mag keinen Käse. Tom sieht nicht glücklich aus. Tom tut nichts außer essen und schlafen. Tom spielt den ganzen Tag nur. Tom tut nichts anderes, als den ganzen Tag lang fernzusehen. Tom leistet hervorragende Arbeit. Tom spielt Saxophon, aber nicht gut. Tom liefert schlampige Arbeit ab. Tom lernt tatsächlich viel. Tom macht das ständig. Das macht Tom jeden Tag außer montags um halb drei. Tom macht das, weil er muss. Tom kann das besser als jeder andere. Tom kann das besser als jeder andere. Tom macht das anders. Tom macht das jeden zweiten Montag. Tom tat das schnell. Tom macht das ziemlich oft. Tom tut dies zuweilen. Das macht Tom, um seine Unsicherheit zu kaschieren. Tom ist gut darin. Tom macht sowas, wenn er traurig ist. Tom macht das, aber Maria nicht. Tom macht das, nicht wahr. Tom macht das auch. Tom macht das. Tom macht das ständig. Tom erwirbt so seinen Lebensunterhalt. Tom will das, oder? Tom will das wirklich machen. Tom macht, was er sagt, dass er es tun wird. Tom tut, was er für richtig hält. Tom macht, was er will. Tom tut, was er für richtig hält. Tom macht das, was ihm befohlen wird. Tom tut, was ihm gesagt wird. Tom ist nicht damit einverstanden, wie die Gesellschaft Menschen zu einem bestimmten Verhaltensmuster zwingt und das Andersartige ablehnt. Tom ist nicht damit einverstanden. Tom erlaubt seinen Kindern nicht, Wein zu trinken. Tom erlaubt es seinem Sohn nicht, Eis zu essen. Tom lässt bei sich niemanden ins Haus. Tom kommt nicht immer pünktlich. Tom kommt nicht immer pünktlich, Maria dagegen für gewöhnlich schon. Tom kommt nicht immer zu spät. Tom tut nicht immer das, was andere erwarten. Tom steht nicht immer früh auf. Nicht immer gehorcht Tom seinen Eltern. Tom folgt nicht immer den Regeln. Tom achtet nicht immer auf Einzelheiten. Tom hält sich nicht immer an die Spielregeln. Tom versteht immer nicht, was vorgeht. Tom antwortet mir nicht. Tom scheint nicht mit dir überein zu stimmen. Tom scheint nicht nervös zu sein. Tom passt anscheinend nicht auf. Tom scheint nicht sonderlich religiös zu sein. Tom schätzt es nicht, was Maria tat. Tom glaubt nicht, dass ich gewonnen habe. Tom glaubt Mary ganz und gar nicht. Tom glaubt nicht, dass Maria getan hat, was Johannes behauptet. Tom glaubt nichts von dem, was Maria sagt. Tom glaubt nicht, dass er das kann. Tom glaubt nicht an Gott. Tom hält nichts davon, jede Regel blind zu befolgen. Tom glaubt nicht an ein Leben nach dem Tode. Tom glaubt das nicht. Tom glaubt mir überhaupt nicht. Tom glaubt nicht, dass Maria glücklich ist. Tom findet, dass es Geister nicht gibt. Tom glaubt nicht, dass das wahr ist. Tom glaubt das nicht. Tom hat hier nichts verloren. Tom macht es Mary nicht zum Vorwurf, dass sie wütend wurde. Tom kauft kein Brot. Tom glaubt das nicht. Tom kümmert sich nur um sich selbstständig. Tom kümmert sich nur um sich selbstständig. Tom schert sich um nichts. Tom sind seine Noten egal. Ich bin Tom egal. Du bist es, für die er sich interessiert. Tom macht sich nichts aus Geld. Tom macht sich nichts daraus, im Netz seine Privatsphäre zu schützen. Tom macht sich nichts aus dem, was andere Leute denken. Tom macht sich nichts aus japanischem Essen. Tom macht sich nichts aus Eiscreme. Es ist Tom egal, wie uns zumute ist. Tom liegt nicht viel am Schwimmen. Tom schert sich nicht darum, was andere Leute denken. Es ist Tom egal, was die Leute über ihn denken. Es ist Tom egal, ob Mary ihre Hausaufgaben macht oder nicht. Tom ist es egal, nicht wahr. Tom ist es egal. Tom hat nicht viel Bargeld dabei. Tom verlangt nicht viel Geld. Tom kommt nicht mehr her. Tom kommt nicht oft hierher. Tom kommt nicht allzu oft zu Besuch. Tom beklagt sich nicht. Tom hat keine Beförderung verdient. Tom verdient keine zweite Chance. Tom hat das nicht verdient. Tom tut nichts, worum ich ihn bitte. Montags tut Tom nichts. Tom tut nichts, ohne vorher Maria zu fragen, ob sie einverstanden ist. Tom tut nichts ohne die Erlaubnis seiner Frau. Tom tut nichts. Tom nimmt keine Drogen. Tom macht es nicht oft. Tom tut nicht viel, nicht wahr. Tom tut nicht viel. Tom tut das nicht mehr. Tom tut so etwas nicht mehr. Tom macht das nicht an Montagen. Tom tut das nicht mehr allzu oft. Tom tut das nicht, oder? Tom tut das nicht. Tom tut so etwas nicht. Tom trinkt nicht viel. Tom trinkt gar keinen Alkohol. Tom trinkt nicht mehr. Tom trinkt zu Hause kein Bier. Tom trinkt kein Bier. Tom trinkt keinen Kaffee, aber er raucht Zigaretten. Tom trinkt keinen Kaffee. Tom trinkt keinen kalten Tee. Tom trinkt nicht viel Bier, aber jede Menge Wein. Tom trinkt nicht viel. Tom trinkt jetzt nicht mehr. Tom trinkt und raucht nicht. Tom trinkt keinen Rotwein. Tom trinkt keinen Tee. Tom trinkt keinen Wodka. Tom trinkt nicht. Tom fährt nicht so vorsichtig wie ich. Tom fährt nicht so schnell wie Maria. Tom fährt nicht so schnell wie Maria. Tom fährt nicht Auto. Tom ernährt sich nicht ausgewogen. Tom isst nicht viel. An Fisch isst Tom nur eingelegten Hering. Tom isst nichts außer seinem selbst angebauten Gemüse. Tom isst kein Fleisch und Maria isst auch keines. Tom isst kein Fleisch mehr. Tom isst kein Fleisch, nicht wahr? Tom isst kein Fleisch. Tom isst nicht viel Fleisch. Tom isst nicht viel. Tom isst kein Schweinefleisch, nicht wahr? Tom isst kein Schweinefleisch. Tom isst keinen rohen Fisch. Tom isst kein rotes Fleisch. Tom isst nicht jeden Tag Reis. Solches Brot isst Tom nicht. Tom isst nicht sehr viel. Tom unterrichtet nicht gern Französisch. Tom weiß nicht einmal, dass es mich gibt. Tom weiß nicht einmal, dass Maria hier ist. Tom kennt Maria nicht einmal. Tom kann noch nicht einmal Wasser kochen. Tom weiß nicht mal, wie man ein Ei brät. Tom kann noch nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben. Tom weiß noch nicht einmal meinen Namen. Tom kennt nicht einmal meinen Namen. Tom weiß noch nicht einmal, warum er der Schule verwiesen wurde. Tom weiß noch nicht einmal, wie du heißt. Tom macht sich nicht einmal viel aus Autofahren. Tom besitzt nicht einmal einen Anzug. Tom liest noch nicht einmal Zeitung. Tom kann sich nicht einmal daran erinnern, was letzte Nacht passiert ist. Tom spricht noch nicht einmal mehr mit Maria. Tom versucht noch nicht einmal, Maria zu helfen. Tom versucht nicht einmal, mit der Mode Schritt zu halten. Tom versteht das noch nicht einmal selbstständig. Tom kommt nie allein hierher. Tom grüßt seine Nachbarn nie. Tom spricht Französisch überhaupt nicht mehr. Tom wartet nie auf jemanden. Tom wartet nie auf jemanden. Tom will in keinem Falle heiraten. Tom will Maria nie wiedersehen. Tom drückt sich nicht gut aus. Tom fürchtet sich nicht vorm Tod. Tom gibt dem Hund morgens nichts zu fressen, nur abends. Es ist Tom unangenehm, über seine Gefühle zu reden. Tom ist nicht zum Kochen aufgelegt. Tom hat keine Lust zu essen. Tom ist nicht nach Studieren. Tom meint, wir helfen ihm nicht genug. Tom findet das nicht so lustig wie Maria. Tom passt hier überhaupt nicht dazu. Tom zockt nicht mehr. Tom spielt, trinkt und raucht nicht. Tom spielt nicht. Tom versteht sich nicht mit seinen Mitarbeitern. Tom kommt nicht mehr so gut wie einst mit seinen Nachbarn aus. Tom versteht sich mit seinen Schwestern nicht. Tom schnallt das nicht. Tom kommt nicht oft aus der Stadt heraus. Tom wird nicht sehr gut bezahlt. Tom wird nicht bezahlt. Tom versteht das nicht. Tom steht nicht früh auf. Tom schenkt Maria keine Blumen mehr. Tom geht nicht mehr angeln. Tom geht nicht mehr so oft wie früher angeln. Tom geht auf keine gute Schule. Tom geht nicht mehr in die Kirche. Tom geht nicht allzu oft zur Kirche. Tom geht nicht in die Kirche. Tom geht nicht mehr zur Schule. Tom geht hier nicht mehr zur Schule. Tom geht nicht so oft ins Kino, wie er gerne würde. Tom geht am Samstag nicht ins Büro. Tom geht sonntags nicht zur Arbeit. Tom hasst dich nicht, Maria. Tom hasst euch nicht. Tom weiß nicht, welche Anschrift Maria in Boston hat, aber er hat ihre Telefonnummer. Tom hat zu Hause keinen Fernseher. Tom hat kein Bankkonto. Tom hat kein Fahrrad. Maria hingegen schon. Tom hat kein Fahrrad. Tom hat kein Fahrrad. Tom hat keinen Bruder. Tom hat kein Auto, und auch Maria hat keines. Tom hat kein Auto, und auch Maria hat keines. Tom hat kein Auto. Tom hat kein Auto. Er benutzt nur Marias. Tom hat keine Katze. Tom hat zwar keine Katze, aber er hat doch einen Hund, oder? Tom hat keine Ahnung. Tom hat keinen Rechner. Tom ist gewissenlos. Tom hat weder eine Kreditkarte noch ein Bankkonto. Tom hat keine Kreditkarte. Tom hat keinen Vater. Tom hat keinen Hund. Tom hat noch keinen Führerschein. Tom hat keinen Führerschein. Tom hat keine Familie. Tom hat kein Fieber. Tom hat im Moment keine Freundin. Tom hat keine Freundin. Tom hat kein gutes Französisch-Englisch-Wörterbuch. Tom hat keinen Universitätsabschluss. Tom hat kein Zuhause. Tom hat keinen Schlüssel. Tom hat nicht viel zu geben. Tom hat kein Mobiltelefon. Tom hat kein Namensschild. Tom hat kein Telefon. Tom hat keine feste Arbeit. Tom hat keinen Reiskocher. Tom hat kein Vorbild. Tom versteht keinen Spaß. Tom hat keine Schwester. Tom hat kein Telefon. Tom hat kein Fieber. Tom hat noch keine Fahrkarte. Tom hat keinen Fahrschein. Tom hat kein sehr gutes Französisch-Englisch-Wörterbuch. Tom hat keinen besonders guten Klavier-Lehrer. Tom hat keine Frau. Tom hat keinen australischen Akzent. Auch Tom hat kein Alibi. Tom hat kein Büro. Tom hat keinen Schirm. Tom hat keine Geschwister. Tom hat keine Katzen. Tom hat keine Chance zu gewinnen. Tom hat keine Hühner. Tom hat keine Kinder. Nicht wahr? Tom hat keine Kinder. Tom hat heute keinen Unterricht. Tom hat morgen keinen Unterricht. Tom hat kein Selbstbewusstsein. Tom hat keine Feinde. Tom hat keine Sommersprossen. Tom hat hier keine Freunde. Tom hat keine Freunde in Boston. Tom hat keine Freunde, mit denen er spielen könnte. Tom hat keine Freunde zum Reden. Tom hat keine Freunde, die bereit sind, ihm zu helfen. Tom hat keine Freunde, die gerne zelten. Tom hat keine Freunde, die gerne campen gehen. Tom hat keine Freunde. Tom hat nicht die geringste Ahnung, was Mary gerade denkt. Tom hat keine Kinder. Tom hat keine Haustiere. Tom hat morgen nichts vor. Tom hat keine richtigen Freunde. Tom hat keine Geschwister. Es fällt Tom nicht im geringsten schwer, sich auf Französisch verständlich zu machen. Tom hat nichts in seiner Tüte. Tom hat nicht so viele Freunde wie Maria. Tom hat nicht so viel Geduld wie ich. Tom hat kein Kabelfernsehen. Tom hat keinen Krebs. Tom hat keine Krübchen, wohl aber sein Bruder. Tom hat weder eine Katze noch einen Hund. Tom hat nicht genug Erfahrung, um einen Zug zu fahren. Tom hat nicht genug Erfahrung. Tom hat nicht genug Freunde. Tom hat nicht genug Geld, um sich ein Haus zu kaufen. Tom hat nicht genug Geld, um zu verreisen. Tom hat noch nicht ausreichend Geld, um sich das Auto zu kaufen, das er will. Tom hat nicht genug Geld. Tom hat nicht genug Geld. Tom hat keine Hochwasserversicherung. Tom hat sein Telefon nicht dabei. Tom hat keine Versicherung. Tom hat nicht mehr lange zu leben. Tom hat nicht viel anzuziehen. Tom hat nicht viel Bilder von sich als Baby. Tom hat keine große Wahl. Tom hat nicht viel Unterrichtserfahrung. Tom hat nicht viel freie Zeit. Tom hat nicht viel Geld. Tom hat keinen großen Appetit. Tom hat nicht viel Zeit, um sich zu erholen. Tom hat nicht viel Zeit zu verlieren. Tom hat nicht viel Zeit. Tom hat keines. Tom hat keinen Tee. Tom ist dazu außerstande. Tom hat nicht die nötige Qualifikation für diese Arbeit. Tom hat nicht das Zeug zum Lehrer. Tom hat nicht das Recht, das zu sagen. Tom hat gerade nicht die Zeit, um Maria zu helfen. Tom hat keine Zeit. Tom hat dafür gerade keine Zeit. Tom hat keine Zeit, mit ihnen zu reden. Tom hat keine Zeit. Tom muss nicht hier sein. Tom braucht bei mir nicht vorzusprechen. Tom braucht nicht zu kommen. Tom muss nichts tun, das er nicht tun will. Tom muss es hier nicht tun. Tom muss es nicht tun. Tom muss das jetzt nicht tun. Tom muss es nicht sofort tun. Tom muss das heute nicht machen. Tom braucht das nicht zu tun. Tom muss das nicht für mich tun. Tom muss das nicht tun. Tom muss nirgendwo hin. Tom muss nicht gehen, wenn er nicht will. Tom muss da nicht reingehen. Tom muss jetzt nicht gehen. Tom muss nicht dorthin gehen. Tom muss nächste Woche nicht nach Australien. Tom braucht nicht mehr zur Schule zu gehen. Tom muss morgen nicht in die Schule. Tom braucht nicht zur Schule zu gehen. Tom muss nicht gehen. Tom muss es nicht wissen. Tom muss es nicht wissen. Tom muss mir nichts beweisen. Tom muss nicht zu Hause bleiben, um Maria zu helfen. Tom muss nicht studieren. Tom braucht nicht darüber zu sprechen, wenn er nicht will. Tom braucht mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Tom braucht mir nicht zu danken. Tom braucht uns nicht zu danken. Tom muss geschäftlich nicht viel reisen. Tom braucht das Auto nicht zu waschen. Mary hat es schon gewaschen. Tom muss nicht mehr arbeiten. Tom braucht sonntags nicht zu arbeiten. Tom braucht nicht zu arbeiten. Tom braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. Tom braucht sich keine Sorgen zu machen. Tom braucht sich keine Sorgen zu machen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Tom hat nicht sonderlich viele Freunde in Boston. Tom hat nicht das Zeug zum Rennfahrer. Tom beherzigt keinen der Ratschläge Marias. Tom hilft mir nicht bei der Hausarbeit. Tom hilft mir nicht. Tom hegt keinen Groll. Tom lässt sich weder als konservativ noch als liberal einstufen. Tom hat nicht vor, das jemals wieder zu tun. Tom kann gar kein Französisch. Tom spricht nicht Französisch. Tom weiß nicht, dass ich existiere. Tom weiß nicht, dass ich Marias Freund bin. Tom weiß nicht, dass ich Marias Bruder bin. Tom weiß nicht, dass ich hier bin. Tom kennt Mary überhaupt nicht. Tom weiß nicht, dass Maria hier ist. Tom weiß nicht, dass Maria in Boston ist. Tom kennt Maria nicht gut genug, um sie darum zu bitten. Tom kennt Marias Adresse noch nicht. Tom weiß Marias Adresse nicht. Tom weiß Marias Nachnamen nicht. Tom kennt Marias Telefonnummer nicht. Tom kennt Marias Schuhgröße nicht. Tom kennt Marias Telefonnummer nicht. Tom kennt Mary nicht, aber er würde sie gern treffen. Tom kennt Mary nicht. Tom hat überhaupt keine Ahnung vom Kochen. Tom weiß nichts von mir. Tom versteht nicht viel vom Rennsport. Tom weiß noch nichts von Marias Tod. Tom spricht kein Wort Französisch. Tom weiß es nicht besser. Tom kennt keinen seiner Nachbarn. Tom kennt niemanden von uns. Tom kennt hier niemanden. Tom weiß nichts über Marias Familie. Tom hat vom Programmieren keine Ahnung. Tom versteht von Rechnern nichts. Tom weiß nichts über mich. Tom weiß nichts über Opern. Tom weiß noch nichts. Tom weiß nicht genau, wann Marias Zug die Station verließ. Tom weiß nicht genau, wo Marie lebt. Tom weiß nicht mit Gewissheit, was Maria zu tun beabsichtigt. Tom weiß nicht sicher, wann Mary eintreffen wird. Tom weiß nicht sicher, wann Mary kommen wird. Tom weiß nicht mit Sicherheit, wer Marys Freund ist. Tom weiß nicht, dass er das nicht mehr soll. Tom weiß nicht, dass er in der Scheiße sitzt. Tom kennt seine Klassenkameraden nicht besonders gut. Tom kann seinen Text nicht. Tom kennt seine Nachbarn nicht. Tom weiß nicht, wie Maria morgen zur Schule kommt. Tom weiß nicht, wie tief der Pool ist. Tom weiß nicht, wie es passiert ist. Tom weiß nicht, wie lange er auf Mary wird warten müssen. Tom weiß nicht, wie lange die Feier dauern wird. Tom weiß nicht, wie sehr Mary ihn liebt. Tom weiß nicht, was Mary wiegt. Tom weiß nicht, was es kosten wird. Tom weiß nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Tom weiß nicht, wie viel der Fahrschein kosten wird. Tom weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür aufgewendet habe. Tom weiß nicht, wie viel Zeit er dafür benötigen wird. Tom weiß nicht, wie stark sie sind. Tom weiß nicht, wie groß Mary ist. Tom kann keine Nudeln kochen. Tom kann nicht sehr gut kochen. Tom kann nicht kochen. Tom kann nicht tanzen. Tom weiß nicht, wie er das tun soll. Das kann Tom noch nicht. Tom weiß nicht, wie man das macht. Tom weiß noch nicht einmal, wie man einen Wald rebellt. Tom kann nicht mit Kindern umgehen. Tom versteht es nicht, sich zu amüsieren. Tom versteht es nicht, sich zu amüsieren. Tom weiß nicht, wie man Käsekuchen backt. Tom weiß nicht, wie man eine Kuh melkt. Tom kann kein Schach. Tom weiß nicht, wie man Golf spielt. Tom kann nicht Gitarre spielen. Tom weiß nicht, wie man Poker spielt. Tom weiß nicht, wie die Bassgitarre zu spielen ist. Tom kann nicht Klavier spielen. Tom kann weder lesen noch schreiben. Tom versteht es nicht, sich zu entspannen und das Leben zu genießen. Tom weiß nicht, wie er antworten soll. Tom kann nicht Fahrrad fahren. Tom hat kein Sitzfleisch. Tom kann nicht gut Französisch. Tom kann kein Französisch. Tom kriegt keinen Rasen mehr an. Tom kann nicht schwimmen. Tom kann sich nicht die Schuhe zubinden. Tom kann nicht mit der Waschmaschine umgehen. Tom weiß nicht, ob Maria beschäftigt ist. Tom weiß nicht, ob Mary glücklich ist oder nicht. Tom weiß nicht, ob Maria Kürbiskuchen mag oder nicht. Tom weiß nicht, ob Maria mitkommen will. Tom weiß nicht, ob Maria morgen kommt. Tom weiß nicht, ob Mary mit uns campen geht oder nicht. Tom weiß nicht, ob Mary ihn morgen begleiten wird oder nicht. Tom weiß nicht, ob er zu dem, worum du ihn batzt, in der Lage ist. Tom kennt mich nicht. Tom weiß nicht viel über Australien. Tom weiß nicht viel über Indonesien. Tom weiß nicht viel über Kunst. Tom versteht nicht viel von Musik. Tom weiß nicht viel über Sport. Tom weiß nicht viel. Tom weiß nicht meinen Namen. Tom weiß nicht, dass ich eine Katze habe. Tom weiß nicht, dass ich weiß. Tom weiß nicht, dass ich Kanadier bin. Tom weiß nicht, dass ich hier bin. Tom weiß nicht, dass Maria Kanadier ihn ist. Tom weiß nicht, dass Mary in ihn verliebt ist. Tom weiß nicht, dass er in Schwierigkeiten ist. Tom weiß nicht viel über Kunst. Tom weiß es noch nicht. Tom weiß nicht, dass du ein Auto hast. Tom weiß das nicht. Tom weiß noch nicht die Antwort. Tom kennt die Einzelheiten nicht. Tom kann den Irak und den Iran nicht auseinanderhalten. Tom kennt nicht den Unterschied zwischen Wikingern und Norwegern. Tom kennt nicht den Unterschied zwischen einem Diamanten und einem Smaragd. Tom kennt nicht den Unterschied zwischen einer Fabel und einem Märchen. Tom kennt den Unterschied zwischen einem Maultier und einem Esel nicht. Tom kennt nicht den Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie. Tom kennt den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht. Tom kennt nicht den Unterschied zwischen richtig und falsch. Tom kennt nicht den Unterschied zwischen einem Wein und einem Champagner. Tom hat überhaupt keine Ahnung vom Angeln. Tom hat vom Programmieren keine Ahnung. Tom weiß nicht den Grund, warum Mary fehlt. Tom weiß nicht, warum Maria nicht kommt. Tom weiß nicht, aus welchem Grunde sich Maria nach Australien aufgemacht hat. Tom weiß nicht den Grund, warum Mary nach Boston gegangen ist. Tom kennt den Grund, warum Mary nicht die Ahnung vom Angeln aufgemacht hat. Tom hat die Wahrheit noch nicht gehört. Tom kennt die Wahrheit nicht. Tom kennt nicht die ganze Geschichte. Tom weiß nicht allzu viel. Tom weiß nicht, dass wir hier sind. Tom weiß nicht, was ich mache. Tom weiß nicht, was ich weiß. Tom weiß nicht, was ich will. Tom weiß nicht, was ich vorhabe. Tom weiß nicht, was Maria beruflich macht. Tom weiß nicht, was Maria von ihm erwartet. Tom weiß nicht, was Maria getan hat. Tom weiß nicht, was Maria tut. Tom weiß nicht, was Maria machen wird. Tom weiß nicht, wie Mary ist. Tom weiß nicht, was Mary sucht. Tom weiß nicht, was Mary zu tun vorhat. Tom weiß nicht, was Mary meint, wenn sie das sagt. Tom weiß nicht, was Mary zu Abend essen möchte. Tom weiß nicht, was Mary zu Abend essen möchte. Tom weiß nicht, was Mary möchte. Tom weiß nicht, was Mary jetzt gerade tut. Tom weiß nicht, welche Schuhgröße Mary hat Tom weiß nicht, was aus Mary wurde, nachdem sie das Abitur gemacht hatte Tom weiß nicht, was in Mary gefahren ist Tom weiß nicht, was passiert ist, weil er nicht dort war Tom weiß nicht, was Mary geschah Tom weiß nicht, was passiert ist, nicht wahr Tom weiß nicht, was passiert ist Tom weiß nicht, was er tun soll Tom weiß nicht, was er wirklich will Tom weiß nicht, was er will Tom weiß nicht, was er ohne Mary machen soll Tom weiß nicht, was er da macht, nicht wahr Tom weiß nicht, was er da macht Tom weiß nicht, was er verloren hat Tom weiß nicht, was er sagt Tom weiß nicht, was er tun soll Tom weiß nicht, wie es ist, verliebt zu sein Tom weiß nicht, wie es ist, arm zu sein Tom weiß nicht, was für ein Mensch Mary ist Tom weiß nicht, welchen Plan Mary wählen wird Tom weiß nicht, was das ist, Tom weiß nicht, wie das auf Englisch heißt Tom weiß nicht, wie das auf Französisch heißt Tom weiß nicht, was das ist Tom weiß nicht, wie viel Uhr es ist Tom weiß nicht, was er glauben soll Tom weiß nicht, was er Maria zum Geburtstag kaufen soll Tom weiß nicht mehr, was er tun soll Tom weiß nicht, was er zuerst tun soll Tom weiß nicht, was er jetzt tun soll Tom weiß nicht, was er mit all seinem Geld anfangen soll Tom weiß nicht, was er tun soll Tom weiß nicht, womit Marys Hund zu füttern ist Tom weiß nicht, was er davon halten soll Tom weiß nicht, was er bestellen soll Tom weiß nicht, was zu sagen ist, damit Mary sich besser fühlt Tom weiß nicht, was er sagen soll Tom weiß nicht, was er denken soll Tom weiß nicht, was schief ging Tom weiß nicht, was du willst Tom weiß nicht, was du getan hast Tom weiß nicht, was Mary nervt Tom weiß nicht, was vor sich geht Tom weiß nicht, was da drin ist Tom weiß nicht, was eigentlich gerade passiert Tom weiß nicht, wann Mary nach Boston gekommen ist Tom weiß nicht, wann Mary kommen kann Tom weiß nicht, wann Mary von Boston zurückgekommen ist Tom weiß nicht, wann Mary geheiratet hat Tom weiß nicht, wann Mary kommen soll Tom weiß nicht, wann Mary hier sein wird Tom weiß nicht, wann Mary zurückgekommen wird Tom weiß nicht, wann Mary kommen wird Tom weiß nicht, wann Mary Boston verlassen wird Tom weiß nicht, wann Mary Tom weiß nicht, wann Mary nach Boston aufbrechen wird Tom weiß nicht, wann Mary Boston besuchen wird Tom weiß nicht, wann es passiert ist Tom weiß nicht, wann es geschehen wird Tom weiß nicht, wann er den Mund halten sollte Tom weiß nicht, wann Mary kommt Tom weiß nicht, wann Mary den Schulabschluss gemacht hat Tom weiß nicht, wohin Mary gegangen ist Tom weiß nicht, wo Mary fahren gelernt hat Tom weiß nicht, wo Mary wohnt Tom weiß nicht, wohin Mary gegangen ist Tom weiß nicht, wo er ist Tom weiß nicht, wo er hingehen soll Tom weiß nicht, wo er nächstes Jahr wohnen wird Tom weiß nicht, wo seine Schlüssel sind Tom weiß nicht, wo sein Schirm ist Tom weiß nicht, wo es ist Tom weiß nicht, wohin Tom weiß nicht, wo er suchen soll Tom weiß nicht, wo Mary zu warten ist Tom weiß nicht, wo wir jetzt sind Tom weiß nicht, wo wir sind Tom weiß nicht, wo Tom weiß nicht, ob Maria schwimmen kann Tom weiß nicht, ob Maria beschäftigt ist Tom weiß nicht, ob Mary tot oder am Leben ist Tom weiß nicht, ob Mary glücklich ist oder nicht Tom weiß nicht, ob Mary die Wahrheit sagt oder nicht Tom weiß nicht, ob Mary jünger oder älter als er ist Tom weiß nicht, ob Mary einverstanden sein wird Tom weiß nicht, ob Mary einverstanden sein wird zu gehen oder nicht Tom weiß nicht, ob Mary mit dem Auto oder dem Fahrrad kommen wird Tom weiß nicht, ob Mary kommen wird oder nicht Tom weiß nicht, ob er es kann, aber er wird es versuchen Tom weiß nicht, ob er die Arbeitsstelle annehmen soll oder nicht Tom weiß nicht, ob es neu ist oder nicht Tom weiß nicht, ob das Konzert gut angekommen ist oder nicht Tom weiß nicht, ob er Marys Angebot akzeptieren oder ablehnen soll Tom weiß nicht, ob sich nach links oder rechts zu wenden ist Tom weiß nicht, ob das, was Mary sagt, wahr ist oder nicht Tom weiß nicht, welche Taste zu drücken ist Tom weiß nicht, welche Farbe zu wählen ist Tom weiß nicht, wohin Tom weiß nicht, wer ich bin Tom weiß nicht, mit wem Mary nach Australien fährt Tom weiß nicht, mit wem Mary plant zum Ball zu gehen Tom weiß nicht, wer Mary ist Tom weiß nicht, wer mit Mary in den Zoo gegangen ist Tom weiß nicht, wer den Kuchen gebacken hat Tom weiß nicht, wen er um Rat fragen sollte Tom weiß nicht, wen er fragen sollte Tom weiß nicht, wer dieses Bild gemalt hat Tom weiß nicht, wen er fragen soll Tom weiß nicht, an wen sich zu wenden ist Tom weiß nicht, wer das Graffiti an die Wand schrieb Tom weiß nicht, warum Maria und Johannes sich nicht mögen Tom weiß nicht, warum Mary nicht zur Feier gekommen ist Tom weiß nicht, warum Mary kein Fleisch isst Tom weiß nicht, warum Maria keine Hunde mag Tom weiß nicht, warum Mary ihn nicht mag Tom weiß nicht, warum Mary das College abgebrochen hat Tom weiß nicht, warum Maria heute schlechte Laune hat Tom weiß nicht, warum Mary heute nicht hier ist Tom weiß nicht, warum Maria nicht hier ist Tom weiß nicht, warum Mary heute Morgen schlechte Laune hatte Tom weiß nicht, warum er hier ist Tom weiß nicht, weshalb das Treffen verschoben wurde Tom weiß nicht, warum Tom weiß es noch nicht Tom weiß nicht, dass du ein Auto hast Tom weiß nicht, dass du hier bist Tom kennt dich nicht Tom weiß das nicht Tom lacht überhaupt nicht Tom lässt Mary nach 22 Uhr nicht fernsehen Tom lässt seine Kinder keinen Wein trinken Tom lässt bei sich niemanden ins Haus Tom lügt nicht Tom mag Boston nicht sehr Tom mag Boston nicht Tom mag keinen irischen Kaffee Tom mag es nicht, dass Maria das macht Tom mag Maria auch nicht Tom mag Maria nicht sonderlich Tom mag Maria nicht so sehr Tom mag Maria nicht sonderlich Tom mag Marys Einstellung nicht Es gefällt Tom nicht, dass Maria allein dort wohnt Tom mag Maria nicht, ich aber schon Tom mag es nicht besonders viel aus, ob er sie mag oder nicht Tom mag keine scharfen Speisen Tom mag keinen Sport Tom mag keine Bananen Tom redet nicht gerne um den heißen Brei, sondern kommt lieber gleich zur Sache Tom mag Rindfleisch nicht Tom trinkt nicht gern Bier Tom hat nicht gerne Kinder um sich, weil er Angst hat, dass er sich von diesem Jahr eine Erkältung einfangen könnte Tom mag es nicht, wenn man ihm widerspricht Tom wird nicht gerne kritisiert Tom steht nicht gern im Mittelpunkt Tom lässt sich nicht gerne sagen, dass er noch nicht groß genug sei Tom lässt sich nicht gerne Anweisungen geben Tom lässt sich nicht gern wie ein Kind behandeln Tom mag keine grellen Lichter Tom ist kein Freund von Veränderungen Das Umziehen für den Sportunterricht missfällt Tom Tom mag Käse nicht besonders gern Tom mag keinen Käse Tom mag kein Schach Tom mag keine Kinder Tom mag keine Schokolade Tom mag überhaupt keinen Kaffee Tom mag keinen Kaffee Tom tut das nicht gerne Tom fährt nicht gerne nachts Tom fährt nicht gern in Boston Tom fährt nicht gern im Regen Tom fährt nicht gern bei viel Verkehr Tom isst nicht gerne Fisch Tom isst nicht gerne Gemüse Tom mag keine Eier Tom kämpft nicht gern Tom mag Fisch nicht besonders gern Tom mag keinen Fisch Tom mag Fisch Tom mag Fisch Tom mag Fisch nicht Tom mag kein Knoblauchbrot Tom mag kein Knoblauchbrot Tom gefallen keine Mädchen wie Maria Tom geht nicht gern zur Schule Tom geht nicht gern zur Schule Tom mag keine Weintrauben Tom mag seinen Kaffee nicht heiß Tom mag kein scharf gewürztes Essen Es gefällt Tom nicht Wie Maria lacht Tom mag keinen Fertigreis Es gefällt Tom hier nicht Tom mag es nicht Wenn Mary ihn in der Öffentlichkeit kritisiert Tom mag es nicht Wenn sein Saft nicht kalt ist Tom gefällt es nicht Wenn Leute vor seinen Kinder fluchen Tom mag das nicht Tom mag keine Kinder Tom wohnt nicht gerne in Boston Tom mag das Leben in Boston nicht Warum zieht er dann nicht weg? Tom mag keine langen Autofahrten Tom schaut nicht gern in den Spiegel Tom mag keine laute Musik Tom mag kein Kartoffelpüree Tom mag Mathematik nicht Tom mag Mathematik nicht Tom mag mich nicht besonders Tom mag mich nicht besonders Tom mag mich nicht sehr Tom kann mich nicht leiden Tom trinkt nicht gerne Milch Tom hat keinen Gefallen an moderner Kunst Tom mag keine Ankreuz-Fragebogen-Prüfungen Tom mag meinen Hund nicht Tom mag meine Familie nicht Tom mag meine Freunde nicht Tom mag keine Apfelsinen Tom mag es nicht Wenn man über ihn lacht Tom mag keine unpünktlichen Menschen Tom mag keine leicht reizbaren Menschen Tom mag keine Leute Die in Nichtraucherbereichen rauchen Tom mag Poker überhaupt nicht Tom spielt nicht allzu gerne Poker Tom mag keine Politik Tom mag kein Schweinefleisch Tom fährt nicht gern mit dem Bus Tom fährt nicht gerne im Regen Motorrad Tom mag keine Liebesromane Tom mag die Schule nicht Tom mag nicht auf Französisch singen Tom mag Fußball nicht Tom spricht nicht gern Französisch Tom spricht nicht gerne in der Öffentlichkeit Tom isst nicht allzu gern Spinat Tom studiert nicht gern Tom mag den Sommer nicht Es ist ihm dann zu warm Tom schwimmt nicht gerne in Becken Sondern lieber in Seen und Flüssen Tom schwimmt nicht gern in diesem Fluss Er sagt Er sei zu verschmutzt Tom geht nicht gerne Risiken ein Tom spricht nicht gern über Boston Warum tut er es dann immer wieder Tom spricht nicht gerne über seine Gefühle Das gefällt Tom überhaupt nicht Tom mag diese Frau nicht Tom mag das nicht Tom mag die Farbe der Wände in seinem Zimmer nicht Tom gefällt nicht meine Art zu reden Tom missfällt Marias Gesang Es gefällt Tom nicht Es gefällt Tom nicht Wie Maria mit seinen Kindern spricht Es gefällt Tom nicht Wie Maria mit seinen Kindern spricht Tom gefällt Marias Art zu reden nicht Es gefällt Tom nicht Wie Maria Johannes behandelt Tom gefällt es nicht Wie Mary ihren Hund behandelt Tom gefällt Tom nicht Wie seine Mutter ihm die Haare schneidet Das gefällt Tom überhaupt nicht Tom gefällt diese Farbe nicht Tom gefällt das gar nicht Tom mag das gar nicht Tom mag das nicht Tom mag diese Frauen nicht Tom bittet Leute Tom bittet Leute Die er nicht kennt Nicht gern um Hilfe Tom mag es nicht Allein zu sein Tom wird nicht gern vor anderen verbessert Tom steht nicht gerne in der Schuld eines anderen Tom tut das nicht gerne Tom isst nicht gerne Zwiebeln Tom lässt sich nicht gerne auf Streitgespräche ein Tom verkehrt nicht gern mit Rauchern Tom verliert nicht gern Tom mag es nicht Sich zu wiederholen Tom fährt während des Berufsverkehrs nicht gerne mit der U-Bahn Tom teilt nicht gern Tom spricht nicht gern französisch Tom spricht nicht gerne in der Öffentlichkeit Tom redet nicht gern über seine Arbeit Tom spricht nicht gern darüber Tom spricht nicht gern darüber Tom verreist nicht gern Tom verwendet den Begriff Farbiger nicht gern weil er meint dass diese Aussage Weiße hätten keine Farbe Tom wartet nicht gerne Tom arbeitet nicht gern allein Tom reist nicht gerne mit dem Flugzeug Tom reist nicht gern mit dem Flugzeug Tom mag uns auch nicht Tom mag uns nicht sonderlich Tom mag uns nicht Tom mag den Winter nicht Tom mag keine Frauen die sich zu stark schminken Tom mag keine Frauen Tom arbeitet nicht gern allein Tom arbeitet nicht gerne hier Tom mag es nicht Tom mag es nicht im Garten zu arbeiten Tom mag es nicht mit leerem Magen zu arbeiten Tom mag dich nicht mehr Tom empfindet auch keine besondere Sympathie für sie Tom mag dich nicht sonderlich Tom mag dich nicht Tom hört nicht mehr zu Tom hört nicht auf Maria Tom hört nicht auf seine Eltern Tom hört nicht die Musik die alle hören Tom gehorcht mir nicht Tom hört nicht zu Tom wohnt nicht weit weg Tom wohnt ganz in der Nähe Tom wohnt nicht weit von seinem Arbeitsplatz entfernt Tom lebt hier nicht mehr Tom lebt nicht hier in Boston Tom wohnt nicht etwa hier oder Tom wohnt hier nicht Tom lebt nicht mehr in Boston Tom lebt jetzt nicht in Boston Tom wohnt noch nicht in Boston Tom lebt nicht in Boston Tom wohnt nicht in meiner Nachbarschaft Tom wohnt nicht in der Stadt Tom wohnt nicht mehr in der Parkstraße Tom wohnt nicht allzu weit von hier Tom lebt nicht sehr weit weg Tom lebt nicht mit Mary zusammen Tom wohnt nicht bei seiner Familie Tom lebt nicht mehr bei seinen Eltern Tom wohnt nicht bei seinen Eltern Tom wohnt nicht mehr bei uns Tom sieht überhaupt nicht wie sein Bruder aus Tom sieht kein bisschen überzeugt aus Tom sieht für mich nicht pleite aus Tom sieht nicht gut aus Tom sieht nicht sehr glücklich darüber aus Für mich sieht Tom nicht glücklich aus Tom scheint nicht erfreut zu sein uns zu sehen Tom wirkt nicht erfreut sie zu sehen Tom sieht nicht glücklich aus Tom sieht nicht glücklich aus Tom sieht unzufrieden aus Man sieht Tom sein Alter nicht an Tom sieht nicht wie Johannes aus Tom sieht nicht wie ein Professor aus Tom sieht überhaupt nicht wie ein Lehrer aus Tom sieht nicht so aus wie sein Bruder Tom sieht seinem Vater überhaupt nicht ähnlich Tom sieht seinem Vater nicht ähnlich Tom sieht nicht wie seine Mutter aus Tom sieht nicht wie ich aus Tom sieht nicht wie der Mann auf dem Foto aus Tom sieht seinem Bruder nicht sehr ähnlich Tom sieht seinem Vater nicht sehr ähnlich Tom sieht nicht viel älter als Maria aus Tom sieht nicht alt aus Tom sieht für mich nicht reich aus Tom sieht nicht beschäftigt aus Tom sieht nicht so glücklich aus Tom sieht nicht allzu glücklich darüber aus Tom sieht nicht sehr glücklich aus Tom sieht nicht so gut aus Tom sieht nicht allzu glücklich aus Tom liebt Maria nicht mehr Tom liebt Maria nicht mehr so, wie er sie früher liebte Tom liebt niemanden außer sich selbstständig Tom liebt seine Ehefrau nicht mehr Tom liebt mich nicht mehr Tom liebt uns nicht Tom liebt dich nicht so sehr wie ich Tom verdient nicht genug Geld, um eine Familie zu versorgen Tom verdient nicht genug, um seine Familie zu unterhalten Tom macht nicht viele Fehler Tom macht keine Fehler Tom nimmt kein Blatt vor den Mund Es macht Tom nicht allzu viel aus Tom macht es nichts aus, das für dich zu erledigen Es macht Tom nichts aus, Mary ab und zu zu helfen Tom macht es nichts aus, Mary Geld zu leihen Warten macht Tom nichts aus Tom macht es nichts aus, im Regen spazieren zu gehen Tom ist es egal, was die Leute über Mary sagen Tom macht das nichts aus Tom entgeht nichts, oder? Tom entgeht nichts Tom braucht keinen Anwalt Tom braucht keinen Rollstuhl Tom braucht niemanden Tom braucht keine Brille mehr Tom braucht keine Brille Tom braucht kein Geld, um sich zu amüsieren Tom braucht unsere Hilfe nicht mehr Tom braucht keine drei Fahrräder Tom braucht sich nicht zu entschuldigen Tom braucht sich nicht zu entschuldigen Er hat nichts falsch gemacht Tom muss an dem Treffen nicht teilnehmen Tom braucht nicht hier zu sein Tom braucht nichts zu bedauern Tom braucht nicht zu kommen, wenn er nicht will Tom braucht nicht zu mir ins Büro zu kommen Tom braucht nichts zu tun, was er nicht tun möchte Tom braucht nichts zu machen Tom braucht das nicht zu tun, wenn er nicht will Tom braucht das nicht zu tun Tom muss das nicht tun Tom braucht morgen nicht so früh aufzustehen Tom braucht nicht mehr zur Schule zu gehen Tom braucht das nicht zu wissen Tom muss nicht wissen, wohin Mary geht Tom braucht nicht zu wissen, wer uns das gegeben hat Tom muss es noch nicht wissen Tom muss es nicht wissen Tom muss sich nicht gleich entscheiden Tom muss Mary nicht mehr beschützen Tom braucht das nicht zu lesen, wenn er nicht will Tom braucht keine Brille mehr zu tragen Tom braucht nicht zu arbeiten Tom braucht sich um Mary keine Sorgen zu machen Tom braucht sich um nichts Sorgen zu machen Tom braucht sich um nichts Sorgen zu machen Maria wird sich um alles kümmern Tom braucht sich keine Sorgen darum zu machen Tom braucht sich keine Sorgen darum zu machen Tom tut das normalerweise nicht Tom gehorcht seinen Eltern nicht Tom macht seine Hausaufgaben nicht oft vor dem Abendessen Tom tut das nicht sehr oft Tom bekommt nicht oft Gelegenheit dazu Tom spielt nicht oft Videospiele Tom singt nicht oft Tom trägt nicht oft einen Anzug Tom schuldet niemandem etwas Tom besitzt kein Auto Tom mag Maria nicht besonders Tom beachtet Mary nicht Tom passt im Unterricht nicht auf Tom passt in der Schule nicht auf Tom erlaubt das seinen Kindern nicht Tom hat nicht vor Tom hat nicht vor Tom spielt nicht mehr Basketball Tom spielt nicht mehr so gut Schach wie früher Tom spielt nicht mehr so oft Golf wie früher Tom spielt nicht mehr so oft Golf Tom spielt nicht mehr Handball Tom spielt kein Poker Tom kann nicht sonderlich gut Tennis spielen Tom spielt kein Tennis Tom spielt keine Videospiele Tom spielt nicht mehr so viel mit seinem Hund wie früher Tom spielt nicht Tom tut keinen Zucker in seinen Kaffee Tom weiß nicht recht, was er tun soll Tom liest keine französischen Bücher Tom liest keine Bücher Tom liest nicht viele Bücher Tom liest nicht viel Tom liest keine Romane Tom liest nicht Tom ist sich nicht bewusst, wie glücklich er ist Tom weiß gar nicht, was er verloren hat Es ist Tom eigentlich egal, ob er gewinnt oder verliert Tom hat eigentlich keine ihm nahestehenden Freunde Tom kann es sich wirklich nicht aussuchen Tom weiß wirklich nicht, was passiert ist Tom kann Maria nicht besonders leiden Tom mag überhaupt keine Hunde Tom mag mich nicht wirklich Tom spricht nicht richtig Französisch Tom redet nicht wirklich viel Tom spricht kaum mit Maria Tom versteht nicht wirklich Französisch Tom versteht das wirklich nicht Tom will wirklich nicht mit uns gehen Tom möchte wirklich nicht gehen Tom erinnert sich nicht an Maria Tom kann sich nicht erinnern, zugestimmt zu haben, Maria zu helfen Tom erinnert sich an nichts Tom kann sich nicht entsinnen, dich darum gebeten zu haben Tom erinnert sich nicht mehr genau, was passiert ist Tom erinnert sich nicht, das gesagt zu haben Tom kann sich nicht an sein Passwort erinnern Tom weiß nicht mehr, ob er die Tür abgeschlossen hat Tom hat sich nicht an mich erinnert Tom kann sich nicht erinnern, das Licht ausgeschaltet zu haben Tom erinnert sich nicht mehr, wo er seinen Schlüssel hingelegt hat Tom erinnert sich nicht, wo er seine Schlüssel hingelegt hat Tom muss kaum beaufsichtigt werden Tom respektiert Marias Meinung nicht Tom respektiert Maria nicht Tom hat keine Achtung vor Hörgestellten Tom sieht das nicht so Tom scheint nicht glücklich zu sein Tom sieht überhaupt nicht wie ein Lehrer aus Tom scheint nicht er selbst zu sein Tom scheint nicht viel glücklicher zu sein Es scheint Tom nicht allzu gut zu gehen Tom scheint kein Kanadier zu sein Tom scheint sich nicht entscheiden zu können Tom scheint nicht so künstlerisch veranlagt zu sein wie Maria Tom scheint nicht so beschäftigt zu sein wie Maria Bei Tom scheint man nicht so eine Gänsehaut zu bekommen wie bei Maria Tom scheint nicht mehr so vergisslich wie ehemals zu sein Tom scheint nicht so romantisch wie Marias letzter Freund zu sein Tom scheint sich nicht so sehr wie Maria zu fürchten Tom scheint nicht so tolerant wie Maria zu sein Tom scheint sich all der Probleme, die er verursacht, nicht bewusst zu sein Tom scheint über nichts besorgt zu sein Tom scheint nichts daran gelegen zu sein, Freundschaften zu schließen Tom passt anscheinend nicht auf Tom scheint nicht alle Tassen im Schrank zu haben Die Therapie scheint bei Tom nicht anzuschlagen Tom scheint nicht allzu besorgt zu sein Tom scheint heute nicht unglücklich zu sein Tom scheint nicht allzu müde zu sein Tom scheint nicht sehr verärgert zu sein Tom scheint das nicht mehr zu machen Tom scheint nicht viel zu essen Tom scheint nicht erkältet zu sein Tom scheint nicht besonders viele Freunde zu haben Tom scheint über keinerlei Selbstbewusstsein zu verfügen Tom scheint sich keine Feinde gemacht zu haben Tom scheint es nicht bemerkt zu haben Tom hört anscheinend nicht so gut Anscheinend kann Tom kein Französisch Tom scheint nicht zu wissen, was Maria getan hat Tom scheint hier niemanden zu mögen Tom scheint hier niemanden zu mögen Das scheint Tom keinen Spaß zu machen Tom scheint mich nicht zu mögen Spinat scheint Tom nicht zu schmecken Tom scheint dich nicht sonderlich leiden zu mögen Tom scheint derzeit keine große Hilfe nötig zu haben Tom scheint Maria nicht wieder zu erkennen Tom scheint sich nicht zu erinnern Tom scheint nicht so zu denken Tom versteht anscheinend kein Französisch Tom scheint nicht zu verstehen, was wir meinen Tom scheint es nicht zu verstehen Tom scheint diese Frage nicht beantworten zu wollen Tom will nicht mit uns mitgehen, wie es scheint Tom scheint nichts mit mir zu tun haben zu wollen Tom scheint augenblicklich nicht sehr bei der Sache zu sein Tom scheint nicht sehr glücklich zu sein Tom ist nicht so enthusiastisch wie Maria Tom teilt sein Essen nicht Tom teilt nicht deinen Enthusiasmus Tom rasiert sich nicht allzu häufig Tom rasiert sich noch nicht Tom rasiert sich nicht Tom singt nicht mehr Tom singt nicht mehr so viel Tom singt nicht besonders gut Tom singt nicht gut Tom singt nicht Tom schläft hier nicht Tom lächelt nicht oft Tom lacht nicht mehr so viel Tom lächelt nicht besonders oft Tom raucht nicht mehr Tom raucht keine Zigaretten Tom raucht weder noch trinkt er Tom raucht nicht nicht wahr Tom raucht nicht Tom schnarcht nicht Tom hört sich nicht sehr optimistisch an Tom spricht nicht so gut Französisch wie Mary Tom spricht nicht so gut Französisch wie Mary Tom spricht gar kein Französisch Tom spricht zu Hause kein Französisch Tom spricht auf der Arbeit kein Französisch Tom spricht nicht allzu gut Französisch Tom spricht nicht gut Französisch und ich auch nicht Tom spricht nicht gut Französisch Tom spricht kein Französisch und ich auch nicht Tom spricht kein Französisch, seine Eltern hingegen schon Tom spricht kein Französisch und ich auch nicht 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 Tom verbringt nicht viel Zeit in Boston. Tom verbringt nicht viel Zeit damit, an Geld zu denken. Tom hat keine Chance. Tom bleibt nicht beim Thema. Tom racket sich nicht so ab. Tom lernt kein Französisch mehr. Tom lernt kaum. Tom lernt nicht so fleißig, wie er müsste. Tom lernt nicht genug. Tom studiert nicht fleißig genug. Tom lernt nicht viel. Tom hat keinen Verdacht. Tom schwimmt nicht mehr. Tom schwimmt nicht mehr so viel. Tom schwimmt nicht. Tom nimmt seinen Job nicht richtig ernst. Tom nimmt sich keinen Urlaub. Tom spricht nicht viel über seine Familie. Tom redet nicht viel, nicht wahr? Tom redet nicht viel. Tom spricht nicht mit seinen Nachbarn. Tom spricht mit mir über nichts mehr. Tom redet nicht mehr mit mir. Tom redet nicht sehr viel. Tom redet nicht. Tom wird nicht braun, sondern bekommt lediglich einen Sonnenbrand. Tom gibt keinen Französisch-Unterricht mehr. Tom unterrichtet nicht mehr. Tom lügt nicht. Tom sagt mir nichts. Tom glaubt nicht, dass ich schwimmen kann. Tom glaubt nicht, dass ich das tun werde. Tom glaubt nicht, dass Mary ohne ihn leben kann. Tom glaubt nicht, dass Mary französisch kann. Tom findet Maria nicht so hübsch wie Elke. Tom findet Maria nicht attraktiv. Tom glaubt nicht, dass Maria pleite ist. Tom glaubt, Maria sei nicht zur Lehrerin geschaffen. Tom glaubt nicht, dass Maria glücklich ist. Tom denkt nicht, dass Maria nervös ist. Tom traut Maria das nicht zu. Tom glaubt zwar, Maria lüge ihm gegenüber nicht. Ich aber weiß, sie tut's. Tom findet, Maria solle das lassen. Tom findet, dass Mary nicht nach Hause fahren sollte, da sie getrunken hat. Tom glaubt nicht, dass Maria gehen will. Tom rechnet nicht mit Marias Mithilfe. Tom glaubt nicht, dass Maria Johannes das gestatten wird. Tom glaubt nicht, dass Maria ja sagen wird. Tom denkt nicht mit Marias Mithilfe. Tom denkt nicht an andere. Tom denkt nicht, bevor er spricht. Tom glaubt nicht, dass er das tun könnte. Tom glaubt nicht, dass er das tun wird. Tom denkt nicht, dass er Mary jemals treffen wird. Tom geht nicht mit Marias Mithilfe. Tom geht nicht davon aus, dass er verlieren wird. Tom glaubt, er sei nicht so kreativ wie Maria. Tom glaubt nicht, dass es regnet, aber für den Fall der Fälle will er trotzdem einen Schirm mitnehmen. Tom denkt nicht, dass es sein Fehler ist. Tom glaubt nicht, dass das so eine große Sache ist. Tom sieht das anders. Tom glaubt nicht, dass Mary all ihre Hausaufgaben alleine gemacht hat. Tom glaubt nicht, dass Maria zu Hause ist. Tom findet Maria nicht attraktiv. Tom glaubt nicht, dass Maria glücklich ist. Tom glaubt nicht, dass Maria recht hat. Tom findet, Maria solle das lassen. Tom glaubt nicht, dass Maria das getan hat. Tom glaubt nicht, dass Maria kommen wird. Tom hielte es nicht für ratsam, das zu tun. Tom findet die Idee schlecht. Tom sieht keinen Vorteil in der von dir vorgeschlagenen Methode. Tom denkt nicht, dass wir das tun werden. Tom findet, du solltest das nicht tun. Tom glaubt nicht, dass du mich verstehst. Tom denkt nicht, dass du das tun würdest. Tom glaubt nicht, dass du das tun würdest. Tom glaubt nicht, dass sie gewinnen werden. Tom reist nicht so viel wie Maria. Tom traut nichts von dem, was Maria sagt. Tom vertraut keinem von uns. Tom traut niemandem. Tom traut der Regierung nicht. Tom traut der Regierung nicht. Tom traut der Polizei nicht. Tom traut uns nicht. Tom traut dir nicht. Tom versteht kein Französisch. Tom versteht Maria nicht. Tom versteht nichts. Tom versteht kein Französisch. Tom kann mit Brüchen nichts anfangen. Tom begreift nicht, wie Maria sich fühlt. Tom weiß nicht, wie man einen Computer bedient. Tom versteht mich nicht so, wie du es tust. Tom versteht mich nicht. Tom versteht das überhaupt nicht. Tom versteht das nicht. Tom versteht nicht den Unterschied zwischen einer Kathode und einer Anode. Tom versteht nicht, was Maria versucht zu sagen. Tom begreift nicht, was ihr von ihm erwartet. Tom erfasst nicht, was sie sagten. Tom versteht nicht, was ihr wollt. Tom versteht nicht, wovon du gerade sprichst. Tom weiß auch nicht, was los ist, aber er will es nicht zugeben. Tom versteht nicht, was vorgeht. Tom versteht nicht, warum. Tom versteht dich nicht. Tom versteht das nicht. Tom benutzt kein Facebook. Tom nimmt keine Drogen. Tom verwendet es nicht. Tom benutzt beim Kochen kein Salz. Tom benutzt keine Steroide. Tom hält sich in der Regel an die Gebote seiner Eltern. Tom tut so etwas gewöhnlich nicht. Tom fährt normalerweise nicht mit dem Auto zur Arbeit. Tom singt normalerweise nicht auf Französisch. Tom trägt für gewöhnlich keine Schlafanzüge. Tom geht nirgendwo mehr zu Fuß hin. Tom will Mary nicht hier haben. Tom will nicht, dass Maria das tut. Tom möchte nicht, dass Maria ihn nach Hause fährt. Tom will nicht, dass Maria mit anderen Männern ausgeht. Tom möchte nicht, dass Maria mit ihm nach Boston geht. Tom möchte nicht, dass Maria nach Boston geht. Tom möchte nicht, dass Maria geht. Maria soll nicht wissen, dass Tom keine Ahnung hat, was er tun soll. Tom will nicht, dass Maria von seinem Reichtum erfährt. Maria soll nicht wissen, dass Tom keine Ahnung hat, was er tun soll. Tom will nicht, dass Maria von seinem Reichtum erfährt. Tom will nicht, dass Maria es erfährt. Tom will Marias Mitleid nicht. Tom will keine Freundin. Tom will keine Pizza. Tom will niemanden in seinem Zimmer haben, solange er weg ist. Tom will nicht, dass es jemand erfährt. Tom will nichts trinken. Tom will nicht, dass seine Eltern davon erfahren, dass er betrunken war. Tom will nicht, dass seine Eltern es erfahren. Tom will nicht, dass sein Sohn so wird wie ich. Tom will es nicht, oder? Tom will es nicht. Tom will keine Kinder. Tom will mich hier nicht, oder? Tom will nicht, dass ich das tue. Tom will zwar nicht, dass ich gehe, aber ich gehe trotzdem. Tom will nicht, dass ich gehe. Tom möchte nicht, dass ich sehe, was er gerade macht. Tom will mich nicht. Tom will meine Hilfe nicht. Tom will keinen. Tom will nicht, dass er nicht weiß, wie man das macht. Tom will nicht zugeben, dass er ein Alkoholproblem hat. Tom will sich nicht mit Maria streiten. Tom möchte nicht zu Hause sein. Tom möchte nicht enttäuscht werden. Tom will nicht hier sein. Tom will, während er mit dir spricht, nicht gesehen werden. Tom möchte nicht mit Maria gesehen werden. Tom will nicht dort sein. Tom will von niemandem angefasst werden. Tom will nicht mit uns sein. Tom will kein Holzfäller werden. Tom will nicht Elektriker werden. Tom will nichts anderes kaufen. Tom will Maria nichts zum Geburtstag kaufen. Tom will das nicht ändern. Tom will sich nicht umziehen. Tom will nicht mit uns kommen. Tom will nicht kommen. Tom will sich nicht auf Kompromisse einlassen. Tom möchte sich jetzt nicht mit diesem Problem abgeben. Tom will Maria nicht entmutigen. Tom will nichts tun, was Maria weh tut. Tom will das nicht hier tun. Tom will das nicht machen, oder? Tom will das nicht tun. Tom will das nicht machen. Tom will nichts anderes trinken. Tom will nichts anderes essen. Tom will nicht mehr aus Australien weggehen. Tom will sich nicht die Hände schmutzig machen. Tom will nicht in Schwierigkeiten kommen. Tom will nicht darin verstrickt werden. Tom möchte nicht heiraten. Tom will nicht aufstehen. Tom will nicht aufgeben. Tom will nirgendwo anders hin. Tom will heute nirgendwo hingehen. Tom will mit dir nirgendwo hingehen. Tom will nirgends hin. Tom will nicht weggehen. Tom will jetzt nicht nach Hause gehen. Tom will nicht nach Hause gehen. Tom will nicht jagen gehen. Tom will nicht ausgehen. Tom will nicht allein dorthin. Tom will nicht dorthin gehen. Tom möchte nicht mit mir nach Boston fahren. Tom möchte nicht nach Boston fahren. Tom will nicht studieren. Tom will nicht ins Gefängnis. Tom will nicht mehr zur Schule gehen. Tom will nicht zur Schule gehen. Tom will nicht zum Sie gehen. Tom möchte nicht mit Maria gehen. Tom will nicht mit uns gehen. Tom möchte nicht mit dir gehen. Tom möchte nicht gehen. Tom will nicht mit dir kämpfen müssen. Tom will dir nicht helfen. Tom will kein Französisch lernen. Tom möchte nicht länger hier leben. Tom will nicht länger als ein Jahr in Boston leben. Tom will nicht in Boston leben. Tom will nicht in der Stadt leben. Tom möchte nicht so leben. Tom will nicht so leben. Tom will so nicht länger leben. Tom will nicht mit mir zusammen wohnen. Tom will nicht hinsehen. Tom will Maria nicht verlieren. Tom will Mary nicht heiraten. Tom will dich nicht treffen. Tom will sein Flug nicht verpassen. Tom will nicht bar bezahlen. Tom will nicht bar bezahlen. Tom will keines der Lieder spielen. Um die Maria bat. Tom will heute nicht draußen spielen. Tom will am Sonntag kein Tennis spielen. Tom will nicht mehr Klavier spielen. Tom will kein Buch lesen. Tom will sich nicht verabschieden. Tom möchte Mary nicht wiedersehen. Tom will Maria nicht mehr sehen. Tom will Maria jetzt nicht sehen. Tom will Maria nicht sehen. Tom will dich nicht sehen. Tom will seinen Hof nicht verkaufen. Tom will nicht mit euch reden. Tom will nicht mit euch reden. Tom will nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Tom will nicht aufzuhalten. Tom will nicht zu Hause bleiben. Tom möchte sich hier nicht aufhalten. Tom will nicht bleiben. Tom möchte kein Französisch lernen. Tom will nicht in Boston studieren. Tom möchte sich nicht noch mehr Arbeit aufhalsen. Tom will keine Risiken eingehen. Tom will ein solches Risiko nicht in Kauf nehmen. Tom will ein solches Risiko nicht in Kauf nehmen. Tom will hier nicht darüber sprechen. Tom will nicht darüber sprechen. Tom möchte nicht darüber reden. Tom möchte nicht mehr darüber reden. Tom will nicht über das Geschehene sprechen. Tom möchte jetzt gerade nicht reden. Tom will nie wieder mit Mary sprechen. Tom will jetzt gerade nicht mit Maria reden. Tom will mit niemandem sprechen. Tom möchte jetzt nicht mit dir sprechen. Tom will nicht mit euch reden. Tom will nicht mit euch reden. Tom will Maria nicht alles sagen. Tom will Maria nicht die Wahrheit sagen. Tom will nichts anderes ausprobieren. Tom will nie auf etwas warten. Tom will nicht auf euch warten. Tom will nicht so lange warten. Tom möchte nicht zu Fuß gehen. Tom möchte hier nicht mehr arbeiten. Tom will morgen nicht arbeiten. Tom will nicht, dass wir kommen. Tom will nicht, dass wir das tun. Tom will uns nicht. Tom will nicht, dass du das tust. Tom will dich nicht hier haben. Tom will nicht, dass du das für ihn tust. Tom will nicht, dass du das tust. Tom will nicht, dass ihr verletzt werdet. Tom will nicht, dass du gehst, oder Tom will nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Tom will nicht, dass du es weißt. Tom will nicht, dass du damit aufhörst. Tom will nicht, dass du das tust. Tom will nicht, dass du das tust. Tom will dich nicht. Tom sieht kein Fernsehen mehr. Tom sieht nicht fern. Tom sieht nicht oft fern. Tom sieht sich keine Kriegsfilme an. Tom trägt keinen Ehring. Tom trägt keine Brille, trug früher aber mal eine. Tom trägt keine Brille. Tom zieht sich keinen Pyjama an. Er schläft nackt. Tom trägt im Haus keine Schuhe. Tom trägt keine Anzüge. Tom arbeitet nicht mehr. Tom arbeitet nicht so hart wie sonstige. Tom arbeitet nicht so viel wie Mary. Tom arbeitet nicht mehr so viel wie früher. Tom arbeitet nicht mehr bei uns. Tom arbeitet nicht mehr hier. Tom arbeitet hier nicht. Tom schreibt mir nicht mehr. Tom weiß noch nicht, wie lange er in Boston bleiben muss. Das kann Tom noch nicht. Tom arbeitet nicht gerne hier, nicht wahr? Tom hat im letzten Jahr 30000 Dollar für wohltätige Zwecke gespendet. Tom hat uns viel Geld gespendet. Tom spendete seinen gesamten Gewinn für wohltätige Zwecke. Tom hat Blut gespendet. Tom spendete sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke. Tom stiftete seinen Grundbesitz zur Einrichtung eines geschützten Lebensraums für Tiere. Tom spendete seinen Gewinn für wohltätige Zwecke. Tom spendete dem Roten Kreuz, um den Überlebenden des Erdbebens zu helfen. Tom spendete die Hälfte seines Lohns an seine Lieblings-Hilfsorganisation. Tom kritzelte auf einem Blatt Papier herum, während er mit Maria sprach. Tom bezweifelte, dass Maria so reich war, wie sie behauptete. Tom bezweifelte, dass Maria ihr Versprechen halten würde. Tom bezweifelt, dass das, was heute passiert ist, jemals wieder passieren wird. Tom tauchte ins Becken. Tom tauchte ins Becken. Tom schlief während der Prüfung ein. Tom ist während der Sitzung eingenickt. Tom ist im Unterricht weggedöst. Tom schlief auf der Veranda vor seinem Haus in der Sonne ein. Tom schlief ein. Tom döste. Tom zerrte Maria auf die Tanzfläche. Tom kroch aus dem Bett und zog sich etwas an. Tom hat Maria unter den Tisch getrunken. Tom trank ein Bier. Tom trank eine Tasse Kaffee. Tom trank eine Tasse Milch. Tom trank eine Tasse Tee. Um sich wach zu halten, trank Tom ein paar Tassen Kaffee. Tom trank ein Glas Orangensaft. Tom trank ein Glas Rotwein. Tom trank ein Glas Wein. Tom trank während seiner Russlandreise viel Wodka. Tom trank gestern sehr viel. Tom nahm einen Proteintrunk zu sich. Tom hat allein eine ganze Flasche Wein ausgetrunken. Tom trank Bier. Tom trank Kaffee, während Maria eine Zigarette rauchte. Tom hat aus meiner Tasse getrunken. Tom war ein starker Trinker. Als Mary ihn verließ, betrank sich Tom sinnlos. Tom trank Limonade. Tom hat Milch getrunken. Tom hat meinen Apfelsaft getrunken. Tom hat Milch getrunken. Tom trank Apfelsinensaft. Tom trank versehentlich etwas Gift. Tom trank direkt aus der Flasche. Tom schluckte den Trank. Tom trank die ganze Flasche Wein allein aus. Tom trank drei Flaschen Bier. Tom hat nach dem Abendessen drei Tassen Kaffee getrunken. Kein Wunder, dass er nicht schlafen konnte. Tom trank drei Gläser Wasser. Tom trank drei Gläser Wein. Tom hat zu viel getrunken. Tom hat gestern Nacht viel zu viel getrunken. Tom zeichnet gut. Tom fürchtete sich davor, dass er Weihnachten würde im Krankenhaus verbringen müssen. Tom träumte von Maria. Tom träumte davon, Maria zu küssen. Tom träumte von Zebras. Tom träumte davon, Rockstar zu werden. Tom träumte davon, Schriftsteller zu werden. Tom träumte davon, ein Held zu sein. Tom träumte von der gemeinsamen Zukunft. Tom träumte, dass Maria ihn verlassen hätte. Tom träumte, dass Maria ihn verlassen hätte. Tom träumte, dass er den Wettbewerb gewonnen, dass man aber seinen Preis gestohlen hätte. Tom träumte, er träume. Tom träumte davon, Millionär zu werden. Tom träumte vom Weltfriede. Tom zog sich hastig an. Tom verkleidete sich zu Halloween als Mädchen. Tom kleidete sich wie ein Mädchen. Tom verkleidete sich als Weihnachtsmann. Tom verkleidete sich als Pirat. Tom verkleidete sich als Frau. Tom hat sich gut angezogen. Tom kleidet sich gut. Tom zeichnete mit einem Stock einen Kreis in den Sand. Tom zeichnete einen Kreis in den Sand. Tom nahm einen tiefen Atemzug. Tom zeichnete ein freudestrahlendes Gesicht auf den Einband seines Notizbücks. Tom zeichnete ein Haus und einen Baum. Tom zeichnete einen Delfin. Tom zeichnete ein Eichhörnchen. Tom zeichnete einen Schneemann. Tom zeichnete eine Gerade auf das Papier. Tom malte einen Baum. Tom zeichnete einen Apfel. Tom zog seine Pistole und erschoss einen der Männer. Tom zog seine Pistole. Tom hat dieses Bild gestern gezeichnet. Tom zog die Vorhänge zu, damit er von der Straße aus nicht gesehen werden konnte. Tom hat den Kürzeren gezogen. Tom zeichnete zwei Quadrate an die Tafel. Tom trocknete sich mit einem Handtuch ab. Tom trocknete seine Tränen. Tom trocknete sich das Gesicht mit einem Handtuch ab. Tom trocknete sich die Hände ab. Tom trocknete seine Tränen. Tom bohrte ein Loch in die Wand und traf dabei eine Wasserleitung. Tom bohrte ein Loch in die Wand. Tom trinkt sehr viel Bier. Tom trinkt viel Milch. Tom trinkt viel. Tom trinkt fast jeden Tag. Tom trinkt jeden Tag Bier. Tom trinkt Bier. Tom trinkt jeden Tag Kaffee. Tom trinkt jeden Tag. Tom trinkt Instant Kaffee. Tom trinkt Saft. Tom trinkt Milch. Tom trinkt nur Wasser aus Flaschen. Tom trinkt Rotwein. Tom trinkt sechs Tassen Kaffee am Tag. Tom trinkt sechs Tassen Kaffee am Tag. Tom trinkt Tee und Mary trinkt Kaffee. Tom trinkt drei Tassen Kaffee am Tag. Tom trinkt zu viel Bier. Tom trinkt zu viel Kaffee. Tom trinkt zu viel. Tom trinkt ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag. Tom trinkt ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag. Tom trinkt viel zu viel. Tom trinkt. Tom bringt Mary auf 180. Tom fährt einen BMW. Tom fährt einen Datsun. Tom fährt einen Ford. Tom fährt einen Rolls-Royce. Tom fährt einen schwarzen Wagen, nicht wahr? Tom fährt einen schwarzen Wagen. Tom fährt einen Bus und Maria ist Reiseleiterin. Tom fährt einen Müllwagen. Tom fährt einen Pick-up. Tom fährt einen roten Sportwagen. Tom fährt einen Sportwagen, oder Tom fährt einen Sportwagen. Tom fährt einen Abschleppwagen. Tom fährt einen LKW, und seine Frau fährt einen Kombi. Tom ist Fernfahrer von Beruf. Tom fährt einen Pick-up. Tom fährt einen weißen Wagen. Tom fährt einen SUV. Tom fährt einen alten Ford. Tom fährt einen alten Diesel. Tom fährt einen alten Lastwagen. Tom fährt vorsichtig. Tom fährt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Tom fährt wie ein Verrückter. Tom macht mich irre. Tom fährt sicher. Tom fährt langsam. Tom fährt zu schnell. Tom fährt sehr schnell. Tom fährt Auto. Tom setzte Maria beim Haus ihrer Freundin ab. Tom setzte Maria am Flughafen ab. Tom setzte Maria an der Bibliothek ab. Tom setzte Maria am Bahnhof ab. Tom setzte Maria am Supermarkt ab. Tom setzte Maria bei Johannes ab. Tom ließ eine Tasse auf den Fußboden fallen, und sie zersprang in tausend Stücke. Tom hat einen Täler fallen lassen, und er zerbrach. Tom fiel eine Erdbeere auf den Boden, und Maria trat darauf. Tom ging bei Maria vorbei, um kurz Hallo zu sagen. Tom ließ seine Bücher auf den Boden fallen. Tom ließ seine Tasse fallen, wodurch sie zerbrach. Tom ließ sein Glas fallen, aber es zerbrach nicht. Tom ließ sein Glas fallen. Tom hat sein neues Schlauchfon fallen lassen. Tom ließ das Telefon ins Wasser fallen. Tom hat sein Handy fallen lassen. Tom hat sein Butterbrot auf die Erde fallen lassen. Tom ließ seinen Koffer fallen und lief weg. Tom ist gestern kurz bei mir vorbeigeschneit. Tom kam zu Besuch bei uns vorbei. Tom hat mich am Flughafen abgesetzt. Tom brach sein Studium ab und wurde Lastwagenfahrer. Tom brach sein Studium ab und gründete eine eigene Firma. Tom brach das Studium ab und zog nach Boston. Tom hat das College abgebrochen. Tom hat die Oberschule abgebrochen. Tom ging von der Schule ab, um seine Familie unterstützen zu können. Tom brach die Schule ab, als er 13 war. Tom hat die Schule abgebrochen. Tom setzte die Kinder an der Schule ab. Tom ließ die Tasse fallen und sie zerbrach. Tom ließ vor Überraschung das Messer fallen. Tom ließ das fallen. Tom fiel auf die Knie. Tom hat Mary überall hingefahren. Tom fuhr Maria in seinem Sportwagen nach Hause. Tom fuhr Maria zum Krankenhaus. Tom hat Maria gestern zur Arbeit gefahren. Tom fuhr Marias Wagen nach Boston. Tom fuhr den ganzen Tag. Tom fuhr die ganze Nacht durch, während Maria neben ihm schlief. Tom fuhr extra quer durch die Stadt, um Maria einen Geburtstagskuchen zu kaufen. Tom fuhr weg. Tom fuhr zurück nach Boston. Tom ist zu Marys Haus zurückgefahren. Tom fuhr schnell. Tom fuhr schneller. Tom fuhr selbst zum Krankenhaus. Tom fuhr seine Kinder zum Fußballtraining. Tom fuhr seine Kinder zur Schule. Tom fuhr seine Kinder zum Fußballtraining. Tom fuhr seine Kinder zur Schule. Tom fuhr nach Hause. Tom hat mich nach Hause gefahren. Tom hat mich zum Flughafen gefahren. Tom fuhr mich zum Bahnhof. Tom fuhr ziemlich schnell. Tom fuhr langsam über die alte Brücke. Tom saß am Steuer. Tom fuhr die Kinder zum Schwimmbad. Tom fuhr die verletzte Radfahrerin zum Krankenhaus. Tom fuhr nach Boston mit einem Wagen, den er sich von einem seiner Freunde geliehen hatte. Tom fuhr zu Maria nach Hause. Tom fuhr zu Maria nach Hause. Tom fuhr zur Schule. Tom fuhr sehr schnell. Tom fuhr? Tom ertrank vor drei Jahren im oberen See. Tom ist im Schwimmbecken seines Nachbarn ertrunken. Tom ertrank im Meer. Tom ertrank im Fluss. Tom ist beim Schwimmen im Fluss ertrunken. Tom ertrank. Tom trommelte nervös mit den Fingern auf den Tisch. Tom trommelte gelangweilt mit dem Bleistift auf dem Tisch herum. Tom duckte sich. Tom grub mit der Schaufel, die Maria ihm geschenkt hatte, im Garten ein Loch. Tom hat im Garten ein Loch gegraben. Tom grub ein Loch in den Sand. Tom grub ein Loch mit Hacke und Schaufel. Tom hat ein Loch gegraben. Tom hat am Telefonschluss mit mir gemacht. Tom hat mich sitzen lassen. Tom tunkte sein Hörnchen in seinen Kaffee. Tom staubte die alte Lampe ab. Tom hat sich die Haare schwarz gefärbt. Tom hat sich die Haare blau gefärbt. Tom färbte sich das Haar braun. Tom hat sich die Haare dunkelbraun gefärbt. Tom färbte seine Haare grün. Tom hat sich die Haare gefärbt. Tom hat in Harvard promoviert. Tom wurde 2013 promoviert. Tom verdiente sich seinen Lebensunterhalt als Gitarrenspieler. Tom verdiente sich seinen Lebensunterhalt als Lehrer. Tom hat sich mit Kinderhüten etwas verdient. Tom verdiente Geld als Zeitungsausträger. Tom hat Geld verdient. Tom hat sich etwas Geld mit Rasenmähen verdient. Tom bekommt ein gutes Gehalt. Tom verdient viel Geld. Tom verdient in Teilzeit monatlich etwa 300 Dollar. Tom verdient das Doppelte meines Gehalts. Tom verdient sich seinen Lebensunterhalt als Gitarrenspieler. Tom verdient sich seinen Lebensunterhalt als Straßenmusiker. Tom verdient mehr als seine beiden Eltern zusammen. Tom verdient 30 Dollar pro Stunde. Tom verdient dreimal so viel wie ich. Tom verdient dreimal mehr als ich. Tom verdient dreimal mehr als ich. Tom verdient doppelt so viel wie ich. Tom verdient doppelt so viel wie ich. Tom verdient das Doppelte meines Gehalts Tom ist schnell abgelenkt Tom hat mühelos gewonnen Tom isst viel Obst Tom isst viel ungesunde Schnellgerichte Tom isst viel, nicht wahr? Tom isst sehr viel Tom isst fast alles Tom isst alles, was Maria auf den Tisch stellt Tom isst alles Tom isst Spargel, aber sein Bruder nicht Tom isst Brot Tom frühstückt jeden Morgen um 6 Uhr Tom frühstückt jeden Morgen Tom isst fast jeden Tag Schokolade Tom isst mindestens einmal in der Woche Fisch Tom isst weniger als Marie Tom isst wie ein Vögelchen Tom isst wie ein Scheunendrescher Tom isst wie ein Schwein Tom nimmt das Mittagessen an seinem Schreibtisch ein Tom isst bisweilen hier zu Mittag Tom isst hier manchmal zu Mittag Tom isst mehr als Maria Tom isst mehr Eis als ich Tom isst mehr als Maria Tom isst überwiegend Obst und Gemüse Tom isst nur etwa einmal wöchentlich Tom isst nichts außer Obst Tom isst nichts außer Obst und Gemüse Tom isst ausschließlich Gemüse Tom isst nichts außer weißem Fleisch Tom isst zum Frühstück Haferflocken Tom isst viel auswärts Tom geht fast jeden Abend essen Tom isst Himbeeren Tom isst fast täglich Reis Tom isst mindestens einmal am Tag Reis Tom isst jeden Tag Reis Tom isst langsam Tom isst Erdbeeren Tom isst recht häufig TV, da er hörte, es sei gesund Tom ist zu hastig Tom ist zu viel Jungfodee Tom ist zu schnell Tom ist sehr schnell Tom ist mit seiner linken Hand, aber er schreibt mit seiner rechten Tom hat mich vor meinen Freunden blamiert Tom hat seiner Firma über eine Million Dollar veruntreut Tom umarmte seinen Sohn Tom wanderte mit 30 nach Australien aus Tom ist nach Australien ausgereist Tom stellte Maria als seine Assistentin ein Tom leerte sein Glas Tom schlachtete sein Sparschwein, um Maria ein Geschenk zu kaufen Tom goss erst das alte Wasser aus der Flasche, ehe er Neues hinein füllte Tom stieß auf einige unerwartete Probleme Tom ermunterte Maria Tom landete auf dem zweiten Platz Tom beendete die Beziehung Letztlich nahm Tom sich das Leben Tom hat letztlich doch eine gute Arbeit gefunden Letzten Endes ging Tom allein Tom landete im Gefängnis Tom ist im Gefängnis gelandet Tom landete auf dem dritten Platz Tom bekam letztlich weniger Lohn, als er gedacht hatte Tom ertrug den Schmerz Tom genoss Marias Gesellschaft Tom gefiel Marys Geschichte Tom kostete seine Berühmtheit voll aus Das Radfahren hat Tom Spaß gemacht Tom hatte eine Menge Spaß auf der Party Tom hat das Konzert gefallen Tom hat sich auf der Tanzabend letztes Wochenende gut amüsiert Tom hat seinen Besuch genossen Es hat Tom Spaß gemacht Tom genoss das Leben Tom genoss es, mit Mary zu reden Tom hat das genossen Tom genoss die Zeit, die er zusammen mit Maria in Boston verbrachte Tom hat es gefallen, auf dem Bauernhof zu arbeiten Tom genießt es, eine Berühmtheit zu sein Tom ist gerne draußen Tom steht gerne im Mittelpunkt Tom geht gerne mit seinem Vater angeln Tom hat Spaß an allem, was er tut Tom geht gerne bergsteigen Tom genießt Filme Tom spielt gerne mit Maria Schach Tennis spielen macht Tom Freude Tom spielt gerne Klavier Tom liest gerne französische Literatur Tom liest gerne Kriminalromane Tom liest gerne Märchen Tom hat Freude am Lesen von Romanen Tom liest gerne Tom geht gern in die Schule Tom spricht gern Französisch Tom hat Freude am Fotografieren Tom genießt das Tom genießt die frische Luft Tom reist gerne Tom hat Freude daran, neue Dinge auszuprobieren Tom fährt gerne nach Boston Tom hat Freude an eurer Gesellschaft Tom ließ sich anwerben Tom betrat, nachdem er angeklopft hatte Marias Büro Tom gab sein Passwort ein Tom betrat das Verlass-Senehaus Tom betrat das Gebäude Seinen Fahrradhelm mit sich führend Tom betrat Tom das Klassenzimmer Tom betrat das leere Zimmer und bemerkte sofort eine angezündete Zigarette im Aschenbecher Tom verschaffte sich durch das Fenster Zugang zum Haus Tom ging in die Küche Tom gab das Passwort ein Tom kam ins Zimmer, nachdem du gegangen bist Tom ging in das Zimmer und schloss die Tür Tom betrat das Zimmer als Erster Tom betrat nervös den Raum Tom betrat den Raum Tom ging ins leere Zimmer, obwohl die Schüler das eigentlich nicht dürften Tom kam zur Hintertür herein Tom kam durch das Fenster herein Tom neidete Maria ihren Erfolg Tom entfernte den Satz und schrieb ihn neu Tom ist mit knapper Not davon gekommen Tom entkam durch einen Tunnel aus dem Gefängnis Tom ist vor etwa einem Jahr aus dem Gefängnis ausgebrochen Tom ist aus dem Gefängnis ausgebrochen Tom entkam, als Frau verkleidet, aus dem Schloss Tom entkam der Gefahr Tom entkam Tom geleitete Maria aus dem Gebäude Tom geht besonders gern in italienische Restaurants Tom wich der Frage aus Tom mag sogar kalte Pizza Tom schrieb mir sogar Gedichte Tom entschied sich schließlich dafür Es ist Tom letztlich doch gelungen ein kostenfreies Datenbankprogramm auf seinem Rechner zu installieren Tom fand schließlich eine Arbeit, die ihm gefiel Tom gab schließlich auf Tom erfuhr letztendlich, was Maria vorhatte Schließlich bekannte sich Tom schuldig Schließlich unterschrieb Tom das Dokument Tom sagte endlich die Wahrheit Tom fuhr schließlich nach Boston zurück Tom übertrieb Tom übertreibt alles Tom übertreibt Tom begutachtete es von oben bis unten Tom begutachtete den Inhalt der Kiste Tom studierte die Karte mit einem Vergrößerungsglas Tom übertraf meine Erwartungen Tom tauschte mit Maria die Plätze Tom entschuldigte sich und verließ den Raum Tom entschuldigte sich und ging Tom entschuldigte sich dafür, zu spät gekommen zu sein Tom entschuldigte sich Er musste aufs Klo Tom hat sich ertüchtigt Tom macht jeden Tag Körperübungen, um in Form zu bleiben Tom trainiert Tom atmete leise aus Tom atmete langsam aus Tom atmete aus Tom erwartete von Maria, ein wenig hilfsbereiter zu sein Tom ging davon aus, dass Maria sich verspäten würde Tom erwartete, dass Maria ihm helfe Tom erwartete, dass Mary früher gehen würde Tom hat es erwartet Tom erwartete, dass ich für alles aufkomme Tom hat mehr erwartet Tom erwartet, dass ich Maria dabei helfe, das verstopfte Rohr zu reinigen Tom geht davon aus, dass Maria uns hilft Tom erwartet zu viel von Maria Tom hat alles auf Französisch erklärt Tom hat mir alles erklärt Tom erklärte alles Tom erläuterte seinen Entschluss Tom erläuterte seinen Plan im Detail Tom erklärte, wie er sein Geld verloren hatte Tom erklärte, wie es zu dem Unfall kam Tom erklärte ausführlich, wie es zu machen ist Tom erklärte in allen Einzelheiten, was er gesehen hatte Tom hat es zwar genau erklärt, aber ich verstehe es noch immer nicht Tom hat es zwar genau erklärt, aber ich verstehe es noch immer nicht Tom hat es Mary sehr sorgfältig erklärt Tom hat mir es erklärt, aber ich hab's noch immer nicht verstanden Tom erklärte es mir Tom hat es erklärt Tom hat das sehr gut erklärt Tom erläuterte das Problem detailliert Tom erklärte Maria die Angelegenheit Tom erklärte mir das Problem Tom erklärte mir das Problem Tom hat Mary das Projekt erklärt Tom erläuterte Maria den Zweck des Projekts Tom erläuterte die Hintergründe seiner Entscheidung Tom erklärte die Regeln im Einzelnen Tom erläuterte Maria die Regeln Tom erklärte Mary den Plan Tom erklärte Mary die Situation Tom erklärte mir die Situation Tom erklärte Maria die ganze Sache Tom legte Maria dar warum es nicht ratsam sei dass sie das tue Tom versuchte Maria darzulegen warum sie das tun sollte Tom legte Maria dar warum es nicht ratsam sei dass sie das tue Tom begab sich in Gefahr Tom drückte sich klar aus Tom drückte sich in gutem Englisch aus Tom drückte seine Unzufriedenheit aus Tom kann sich sehr gut ausdrücken Tom streckte seinen rechten Arm aus Tom verlängerte seinen Aufenthalt um drei Tage Tom machte das Feuer aus Tom beäugte die Fremde misstrauisch Tom steckt in einer Zwickmühle Tom sieht drei Jahren Gefängnis entgegen Tom ist im letzten Semester in Englisch durchgefallen Tom ist im letzten Semester in Französisch durchgefallen Tom ist durchgefallen weil er nicht gelernt hat Tom ist kläglich gescheitert Tom ist bei der Französisch Prüfung durchgefallen Tom fiel bei der Aufnahmeprüfung durch Tom fiel bei der Prüfung durch genau wie Maria vorhergesagt hatte Tom hat den Test nicht bestanden Es gelang Tom nicht zu tun was er angekündigt hatte Es gelang Tom nicht nominiert zu werden Tom hielt sein Versprechen nicht ein Tom ist bei seiner Fahrprüfung durchgefallen Tom kam nicht durchs Abschlussexamen Tom konnte Maria nicht überreden Tom ist zweimal gescheitert Tom hat versagt Tom wurde kaum dass er die Nadel sah ohnmächtig Tom wurde beim Anblick der Nadel ohnmächtig Tom ist auf dem Schulhof ohnmächtig geworden Tom wurde ohnmächtig Tom täuschte seinen Tod vor Tom täuschte seinen eigenen Tod vor Tom schläft ein sobald er ins Bett geht Tom schläft jeden Abend beim Fernsehen ein Darauf fällt Tom jedes Mal herein Tom verfälschte die Berichte Tom wedelte sich mit einer Zeitschrift Wind zu Tom schnallte sich an Tom hat seinen Gurt angelegt Tom befürchtete das Schlimmste Tom verfütterte einen Teil seines Brotes an seinen Hund Tom fütterte seinen Hund mit dem Tom fütterte die Überreste seinem Hund Tom fütterte die Alpakas Tom fütterte die Hühner Tom fütterte den Hund Tom fütterte das Pferd Tom fütterte die Tauben Tom hat die Schweine gefüttert Tom fütterte die Schafe Tom fütterte das Eichhörnchen Tom füttert seinen Hund jeden Tag zur gleichen Zeit Tom füttert seinen Hund zweimal am Tag Tom ist heute nicht richtig auf dem Damm Es geht Tom nun etwas besser Nachdem er das Medikament eingenommen hat Das der Arzt ihm verschrieb Es geht Tom nun etwas besser Nachdem er das Medikament eingenommen hat Das der Arzt ihm verschrieb Maria tut Tom ein bisschen leid Tom hat Heimweh Tom fühlt sich verletzt Tom ist unsicher bezüglich seiner Zukunft Tom fühlt sich jetzt viel besser Tom spürt, dass seine Mannschaft das Spiel gewinnen wird Tom empfindet genauso wie ich Tom empfindet auch so Tom ist gefallen und hat sich den Arm gebrochen Tom stürzte und brach sich das Bein Tom ist gestürzt und hat sich sein Knie aufgeschürft Tom schlief fast sofort ein Tom schlief ein und bekam das Ende des Films nicht mit Tom schlief ein und fing an zu schnarchen Tom schlief sofort ein, als er den Kopf auf das Kissen legte Tom schlief am Steuer ein und verursachte einen Unfall Tom schlief am Steuer ein und fuhr gegen einen Laternenmast Tom schlief am Arbeitsplatz ein Tom schlief ein, ehe Maria nach Hause kam Tom ist im Unterricht eingeschlafen Tom schlief während der Prüfung ein 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 Tom schlief während des Prüfung ein Tom schlief während des Prüfung ein Tom schlief während des Prüfung ein ein. Tom ist an meiner Schulter eingeschlafen. Tom ist im Bus eingeschlafen. Tom ist beim Fernsehen auf dem Sofa eingeschlafen. Tom ist auf dem Sofa eingeschlafen. Tom schlief am Arbeitsplatz ein. Tom ist auf dem Sofa eingeschlafen. Tom ist im Zug eingeschlafen. Tom schlief beim Lesen eines Buches ein. Tom ist sofort eingeschlafen. Tom schlief sofort ein, als er seinen Kopf auf das Kissen legte. Tom schlief unter dem Baum ein. Tom schlief ein, während er auf Mary wartete. Tom ist beim Fernsehen eingeschlafen. Tom schlief ein, während er sich im Fernsehen die Olympischen Spiele ansah. Tom schlief ein, als er sich gerade einen Film ansah. Tom ist beim Lesen eingeschlafen. Tom schlief ein, während er die Zeitung las. Tom schlief beim Gucken eines Filmes ein. Tom ist in seiner Kleidung eingeschlafen. Tom schlief mit der Brille auf der Nase ein. Tom schlief ein. Tom fiel rückwärts. Tom geriet in immer größere Schulden. Tom fiel hin und kam nicht mehr hoch. Tom stürzte zu Boden. Tom fiel die Treppe hinab und stieß sich den Kopf. Tom fiel die Treppe hinunter. Tom fiel auf die Nase, wobei ihm die Brille zu Bruch ging. Tom fiel flach auf den Bauch. Tom fiel auf den ältesten Trick der Welt herein. Tom fiel vom Pferd. Tom ist aus dem zweiten Stock gefallen. Tom fiel vom Hochbett. Tom fiel vom Baum. Tom stürzte schwer und schlug mit dem Kopf auf einen Felsen auf, sodass er sich lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Tom verliebte sich auf den ersten Blick in Maria. Tom verliebte sich in Maria gleich beim ersten Mal, als er sie sah. Tom verliebte sich in Maria. Tom verliebte sich in ein schönes Mädchen. Tom verliebte sich in eine hübsche junge Frau. Thomas verliebte sich in eine viel ältere Frau. Tom verliebte sich in ein hübsches Mädchen. Tom verliebte sich in eine junge Schauspielerin. Tom verliebte sich in eine jüngere Frau. Tom verliebte sich in seine beste Freundin. Tom hat sich erneut in seine Frau verliebt. Tom hat sich in eine seiner Schülerinnen verliebt. Tom verliebte sich in die Tochter des Predigers. Tom verliebte sich. Tom ist ins Schwimmbecken gefallen. Tom sank in einen tiefen Schlaf. Tom fiel in einen tiefen Schlaf. Tom fiel in einen Bottich mit Schwefelsäure. Tom kam in schlechte Gesellschaft. Tom geriet in tiefe Verzweiflung. Tom ist in den Graben gefallen. Tom fiel ins Becken und ertrank. Tom ist ins Schwimmbecken gefallen. Tom ist in den Fluss gefallen. Tom wurde auf rätselhafte Weise krank. Tom fiel von der Leiter und brach sich beide Arme. Tom ist von einer Leiter gefallen. Tom fiel vom Rad. Tom fiel vom Rad. Tom fiel vom Stuhl. Tom fiel vom Pferd und brach sich den Arm. Tom ist von seinem Pferd gefallen. Tom ist von seinem Pony gefallen. Tom ist vom Balkon gefallen. Tom fiel vom Sprungbrett. Tom fiel vom Pferd und brach sich den Arm. Tom ist vom Pferd gestürzt. Tom fiel von der Leiter. Tom ist vom Dach gefallen und hat sich drei Rippen gebrochen. Tom fiel von der Schaukel und fing an zu weinen. Tom ist aus einem Fenster im zweiten Stock gestürzt. Tom hat aufgehört, Maria zu lieben. Tom fiel vom Baum. Tom verstummte. Tom fiel durch das Eis in das eiskalte Wasser. Tom ist gefallen. Tom fällte den Baum. Tom hielt seine Hand vor Marias Stirn, um zu sehen, ob sie Fieber habe. Tom fühlte Marias Stirn. Tom spürte Marias Hand auf seiner Schulter. Tom fühlte sich ein bisschen müde. Tom fühlte sich etwas benebelt. Tom fühlte einen Schauer den Rücken hinunterlaufen. Tom fühlte sich ein bisschen schuldig. Tom fühlte einen Schmerz in seinem Rücken. Tom verspürte einen stechenden Schmerz in der Brust. Tom rutschte das Herz in die Hose. Tom fühlte die Eifersucht an sich nagen. Tom fühlte sich ganz allein. Tom fühlte sich einsam. Tom fühlte sich fantastisch. Tom verspürte den Drang, Maria zu küssen. Tom tastete auf allen Fähren den Boden nach Marias Ohrring ab. Es kam Tom so vor, als hätte man ihm in die Magengrube geboxt. Tom schämte sich. Tom fühlte sich wie zu Hause. Tom fühlte sich unbehaglich. Tom fühlte sich schlecht. Tom fühlte sich betrogen. Tom fühlte sich besser. Tom fühlte sich verraten und gedemütigt. Tom fühlte sich betrogen. Dem Thomas war es kalt. Tom sah sich gezwungen zu sprechen. Tom fühlte sich ganz wie zu Hause. Tom war verwirrt. Tom war von der Hitze schwindlig. Tom war schwindlig. Tom fühlte sich ausgeschlossen. Tom fühlte sich gut. Tom fühlte sich dumm. Thomas fühlte sich niedergeschlagen. Tom fühlte sich gut. Tom fühlte sich großartig. Tom hatte wegen der Art, wie er Maria behandelt hatte, ein schlechtes Gewissen. Tom bekam ein schlechtes Gewissen, weil er seine Tochter angeschrien hatte. Tom fühlte sich schuldig. Tom fühlte sich glücklich. Tom fühlte sich gehasst. Tom meinte, seine Pflicht getan zu haben. Tom kam sich hilflos vor. Tom fühlte sein Herz schnell schlagen. Tom fühlte sich durch die Dunkelheit. Tom hatte während seines Boston-Aufenthaltes Heimweh. Tom hatte Heimweh. Tom fühlte sich gedemütigt. Tom fühlte sich hungrig. Tom fühlte sich von Maria ignoriert. Tom fühlte sich krank. Tom kam sich unbedeutend vor, als er zum Nachthimmel empor blickte. Tom hielt es für wichtig, dass du davon erfährst. Tom kam sich wie ein Dummkopf vor. Tom war zum Heulen zumute. Tom hatte Lust zu tanzen. Es kam Tom so vor, als ignorierten ihn alle. Tom war danach heimzugehen und er ging, ohne sich von jemandem zu verabschieden. Tom hatte Lust auf einen Spaziergang. Es kam Tom so vor, als hätte man ihm in die Magengrube geboxt. Tom fühlte sich auf sich allein gestellt. Tom kam sich wie der glücklichste Mann auf Erden vor. Tom fühlte sich einsam. Tom fühlte sich geliebt. Tom war glücklich. Tom empfand mehr als Freundschaft für Maria. Tom war übel. Tom war nervös. Tom fühlte nichts. Tom fühlte sich verpflichtet, Marias Eltern formell in Anzug und Krawatte um Erlaubnis zu bitten, mit Maria auszugehen. Tom fühlte sich überwältigt. Tom war voll und ganz zufrieden. Tom fühle sich machtlos. Tom fühlte sich gut vorbereitet. Tom fühlte sich abgestoßen. Tom hat sich verantwortlich gefühlt. Tom war traurig. Tom fühlte sich sicher. Tom fühlte sich krank. Tom fühlte sich schläfrig. Tom ahnte, dass etwas nicht stimmte. Tom kam sich stark vor. Tom hatte Mitleid mit Maria. Tom fühlte sich ausgenutzt. Tom war elend zumute, als Maria ihm sagte, dass sie ihn zwar gerne habe, ihn aber nicht liebe. Tom fühlte sich schrecklich. Tom fühlte sich großartig. Tom ahnte, dass es Zeitverschwendung wäre, den Brief für Maria zu übersetzen. Tom meinte, dass es nicht nur tue, sich zu beeilen. Tom empfand genauso wie ich. Tom fühlte, wie sich der Zug in Bewegung setzte. Tom war müde, nachdem er den ganzen Tag gearbeitet und Mais gesät hatte. Tom fühlte sich müde. Tom fühlte sich gefangen. Tom fühlte sich unbehaglich. Tom hatte ein ungutes Gefühl. Tom fühlte sich schlecht vorbereitet. Tom fühlte sich krank. Tom kam sich nutzlos vor. Tom war zutiefst gedemütigt. Tom fühlte sich sehr einsam. Tom war sehr nervös. Tom fühlte sich sehr müde. Tom fühlte sich sehr müde. Tom fühlte sich schwach. Tom fühlte sich benommen. Tom fühlte sich ungerecht behandelt. Tom dachte sich, dass Mary die Neuigkeiten gerne erfahren wollte. Tom reichte eine Beschwerde ein. Tom füllte beide Gläser mit Wein. Tom füllte seine Tasche mit Nüssen. Tom füllte seinen Eimer mit Sand und stülpte ihn um. Tom füllte erneut sein Glas. Tom goss erst sich und dann Marie etwas ein. Tom hat das Anmeldeformular für mich ausgefüllt. Tom füllte das Antragsformular aus. Tom füllte den Ballon mit Helium. Tom füllte den Ballon mit Wasser. Tom füllte die Badewanne mit heißem Wasser. Tom füllte die Badewanne mit warmem Wasser. Tom füllte die Flasche mit Trinkwasser. Tom füllte die Flasche mit Wasser. Tom packte die Kiste mit Lebensmitteln voll. Tom füllte den Eimer bis zum Rand. Tom füllte den Eimer mit Wasser. Tom füllte das leere Glas mit Eis. Tom füllte das Glas mit Wasser. Tom hat das Loch mit Zement gefüllt. Tom füllte den Kessel mit Wasser. Tom füllte den Krug mit Wasser. Tom füllte den Topf mit Wasser und stellte ihn auf den Kocher. Tom füllte den Topf mit Wasser. Tom ließ Wasser ins Waschbecken. Tom füllte die drei Gläser mit Apfelsinensaft. Tom füllte die Badewanne mit Wasser. Tom füllte die Vase mit Wasser. Tom gestand endlich ein, Hilfe zu benötigen und unterzog sich einer Entziehungskur. Tom hat endlich zugestimmt, Maria in das Geheimnis einzuweihen. Tom willigte endlich ein, den Vertrag zu unterzeichnen. Tom hat endlich zugestimmt, bei uns zu arbeiten. Endlich nahm Tom etwas zu sich. Tom glaubt uns endlich. Schließlich ritt Tom das Pferd ein. Tom ist endlich nach Hause gekommen. Endlich hat Tom seinen Namen geändert. Tom meldete sich endlich telefonisch bei Maria. Tom entschloss sich letztlich, uns zu helfen. Tom beschloss endlich, etwas dagegen zu unternehmen. Endlich hat Tom mal was richtig gemacht. Tom Tom hat endlich aufgehört zu rauchen. Tom hat endlich Arbeit gefunden. Tom kam endlich dazu, zum Zahnarzt zu gehen. Endlich wurde Tams Wunsch erfüllt. Tom fasste endlich den Mut, seiner Freundin einen Antrag zu machen. Tom ging endlich. Tom verlor schließlich die Geduld. Tom hat es endlich geschafft, Maria loszuwerden. Tom brachte endlich den Mut auf, Maria zum Ausgehen einzuladen. Tom hat schließlich den Mut gefasst, das zu sagen, was gesagt werden musste. Tom hat endlich den Mut aufgebracht, Maria zu sagen, dass er sie liebt. Tom hat endlich mit dem Rauchen aufgehört. Tom sah schließlich ein, dass Maria ihn nie als ihren Freund betrachten würde. Tom hat es letztendlich eingesehen, dass er falsch lag. Schließlich lächelte Tom. Tom hat die Aufgabe endlich gelöst. Tom hat endlich geredet. Es ist Tom endlich gelungen, Maria ein Geständnis ihrer wahren Gefühle zu entlocken. Es ist Tom endlich gelungen, Arbeit zu finden. Tom verstand es schließlich. Tom findet Maria attraktiv. Tom findet Marias Mutter ziemlich einschüchternd. Tom findet Marias Mutter ziemlich einschüchternd. Tom hat an allem, was ich tue, etwas auszusetzen. Tom beendete sein Frühstück, bevor Mary aufwachte. Tom aß zu Ende und wusch dann ab. Tom hat zu Ende gegessen. Tom belegte, weit abgeschlagen, den letzten Platz. Tom trank sein Bier aus. Tom trank seinen Kaffee aus und stellte die Tasse hin. Tom trank seinen Kaffee aus. Tom trank sein Glas Milch aus. Tom machte erst noch die Hausaufgaben fertig, bevor er sich schlafen legte. Tom wurde letzter. Tom hat die Suppe aufgegessen. Tom las das Buch zu Ende und gab es Maria zurück. Tom wurde als vorletzter fertig. Tom war als zweiter fertig. Tom trank die Flasche Wein allein aus. Tom aß den Rest des Kuchens. Tom hat die Aufgabe schnell erledigt. Tom brachte die Arbeit alleine zu Ende. Tom wurde fertig. Tom beendet seine Schicht um 2,30. Tom feuerte Mary, da sie oft zu spät zur Arbeit erschien. Tom feuerte Mary. Tom schoß zuerst. Tom schoß, kaum dass er mich sah. Tom feuerte mit seiner Waffe auf Maria. Tom feuerte seine Pistole ab. Tom schoß mit seiner Pistole auf den Mann, der soeben Maria ermordet hatte. Tom hat seine Sekretärin entlassen. Tom feuerte seine Waffe ab. Tom hat einmal geschossen. Tom hat Maria in Boston kennengelernt. Tom traf Mary vor drei Jahren das erste Mal. Tom hat Marias Fahrrad repariert. Tom hat Marias Auto repariert. Tom goss sich eine Tasse Kräutertee auf. Tom hat den Fehler behoben. Tom hat das Auto selbst repariert. Tom reparierte den tropfenden Wasserhahn. Tom hat uns eine Kleinigkeit zubereitet. Tom entkam der Sklaverei, indem er nach Kanada flüchtete. Tom flüchtete nach Australien. Tom ließ mit seinem Sohn einen Drachen steigen. Tom flog heim nach Boston. Die Nacht ist Tom aus Boston eingeflogen. Tom bekam einen kindischen Wutanfall und warf seine Brille mit solcher Wucht auf den Boden, dass sie kaputt ging. Tom bekam einen Wutanfall. Tom ist heute nach Boston geflogen. Tom flog gestern nach Boston. Tom ließ vor dem Spiegel seine Muskeln spielen. Tom ließ seine Muskeln spielen. Tom fuhr zusammen. Tom klappte sein Mobiltelefon auf. Tom schaltete die Lichter aus. Tom schaltete das Licht im Esszimmer ein. Tom schaltete das Licht ein. Tom warf die Münze und fragte, Kopf oder Zahl? Tom blätterte um und las weiter. Tom hat auf unangebrachte Weise Kundinnen angebaggert. Tom flirtete mit Mary. Tom schäkerte mit der Kellnerin. Tom flirtet mit jeder Frau, die er trifft. Tom feuerte seine Schultasche in die Ecke und ging wortlos auf sein Zimmer. Tom spülte die Drogen die Toilette hinunter. Tom konzentrierte sich auf seine Arbeit. Tom faltete einen Origamikranich. Tom verschränkte die Arme vor der Brust. Tom verschränkte die Arme vor der Brust. Tom verschränkte seine Arme. Tom legte die Decke zusammen. Tom legte die Decken zusammen. Tom faltete die Landkarte zusammen und legte sie wieder ins Handschuhfach. Tom faltete die Servietten sorgfältig. Tom faltete ein Stück Papier zu einem Kranich. Tom folgte nach Maria hierher. Tom folgte Mary nach Hause. Tom folgte Maria in Johannes' Büro. Tom folgte Maria in ihr Büro. Tom folgte Maria in die Küche, nahm ein Messer und bedrohte sie damit. Tom folgte Maria in die Küche. Tom folgte Maria ins Büro. Tom folgte Maria ins Zimmer nach. Tom folgte Maria auf den Flur. Tom befolgte Marias Rat. Tom befolgte Marias Anweisungen. Tom folgte Maria. Tom folgte Maria, zwei Koffer tragend, nach. Tom folgte Maria. Tom trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Anwalt. Tom trat in die Fußstapfen seines Vaters. Tom ist mir hierher gefolgt. Tom ist mir gefolgt. Tom folgte meinem Rad. Tom folgte dem Bus mit dem Fahrrad. Tom befolgte genau das Rezept. Tom ist uns hierher gefolgt. Tom ist uns gefolgt. Tom kam hinterher. Tom folgt Maria auf Twitter. Tom befolgt Befehle. Tom hielt Mary zum Narren. Tom hat uns alle zum Narren gehalten. Tom nötigte Maria, ihm das Geld zu geben. Tom zwang Maria, den Vertrag zu unterzeichnen. Tom rang sich ein Lächeln ab. Tom hat sich dazu gezwungen. Tom hat sich zu einem Lächeln gezwungen. Tom zwang sich, konzentriert zu bleiben. Tom bahnte sich einen Weg in den Raum. Tom hat mich dazu gezwungen. Tom zwang mich zu gehen. Tom zwang mich, die Schachtel zu öffnen. Tom stemmte die Tür mit einer Brechstange auf. Tom verziehe Maria, dass sie ihr Versprechen gebrochen hatte. Tom vergab Mary, dass sie all sein Geld verloren hatte. Tom verziehe Maria. Tom hat mir vergeben. Tom hat uns verziehen. Tom hat dir vergeben. Tom fälschte die Unterschrift seines Chefs. Tom fälschte die Unterschrift seines Vaters. Tom fälschte die Unterschrift seiner Mutter. Tom vergisst jedes Jahr Marias Geburtstag. Tom vergibt dir. Tom hat Marys Adresse vergessen. Tom vergaß Mary. Tom hat seine Bücher in der Schule vergessen. Tom hat seine Brille vergessen. Tom hatte seinen Einkaufszettel vergessen. Tom hat sein Passwort vergessen. Tom hat seinen Schirm bei Maria im Wagen liegen lassen. Tom hat seinen Regenschirm in seinem Auto vergessen. Weil Tom seinen Schirm vergessen hatte, lieh ich ihm meinen. Tom hatte seinen Hochzeitstag vergessen, worüber Maria erbost war. Tom hat seinen Hochzeitstag vergessen. Tom hat den Geburtstag seiner Frau vergessen. Tom hat meinen Geburtstag vergessen. Tom hat den Ketchup vergessen. Tom vergaß, Maria nach dem zu fragen, wonach er sie eigentlich hatte fragen wollen. Tom vergaß, seine Kamera mitzubringen. Tom hat vergessen, sein Buch zum Unterricht mitzubringen. Tom hat vergessen, Zahnpasta zu kaufen. Tom hat vergessen, seine Mutter anzurufen. Tom hat vergessen, das Fenster zuzumachen. Tom hatte vergessen, sich zu kämmen. Tom hat vergessen, seine Hausaufgaben zu machen. Tom hat vergessen, Marias Hund zu füttern. Tom hat gestern Abend vergessen, seinen Hund zu füttern. Tom hat gestern Tom vergaß, dem Hund zu füttern. Tom vergaß, dem Hund zu fressen zu geben. Tom vergaß, Maria ihr Geschenk zu überreichen. Tom hat vergessen, mir mein Wörterbuch zurückzugeben. Tom vergaß, sein Fahrrad abzuschließen und als er zurückkam, war es verschwunden. Tom hat vergessen, seinen Wagen abzuschließen. Tom vergaß, die Türe zu schließen. Tom vergaß, die Haustür abzuschließen. Tom hat vergessen, seine Stromrechnung zu bezahlen. Tom hat vergessen, seine Telefonrechnung zu bezahlen. Tom hat vergessen, seine Miete zu bezahlen. Tom hat vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen. Tom hat vergessen, mich von der Schule abzuholen. Tom vergaß, das Preisschild zu entfernen. Tom vergaß, sich zu bedanken. Tom hat vergessen, zu unterschreiben. Tom hat vergessen, den Check zu unterschreiben. Tom hat vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Tom hat vergessen, seinen Schirm mitzunehmen. Tom hat vergessen. Tom vergaß, Mary von der Party zu erzählen. Tom vergaß, Maria mitzuteilen, dass Johannes angerufen Tom vergaß. Tom vergaß, das Licht auszuschalten. Tom vergaß, das Mikrofon auszuschalten, als er sich zu Maria umdrehte, um ihr etwas zu sagen. Tom vergaß, sich die Hände zu waschen. Tom hat vergessen. Tom hat vergessen, Maria zu schreiben. Tom wusste nicht mehr, wo er seine Brille hingelegt hatte. Tom vergaß es. Tom rief eine Garagenmusikgruppe mit dem Namen Die Eichhörnchen ins Leben. Tom leitete das Mehl, das er von Maria bekommen hatte, an John weiter. Tom wehrte sich. Tom kämpfte wacker. Tom hat hart gekämpft. Tom warnte sich seinen Weg durch die Menge. Tom hat an beiden Weltkriegen teilgenommen. Tom kämpfte wie eine in die Enge getriebene Ratte. Tom hat gut gekämpft. Tom kämpfte mit aller Kraft. Tom kämpfte. Tom hat Maria eine gute Arbeit besorgt. Tom fand Maria etwas sonderbar. Tom fand Maria weinend in ihrem Zimmer vor. Tom fand Maria weinend im Bad. Tom fand Maria faszinierend. Tom fand Maria unwiderstehlich. Tom fand Maria, die bewusstlos auf dem Küchenboden lag. Tom fand Maria dort, wo er angenommen hatte, dass sie sein würde. Tom fand Marias Terminkalender. Tom haben Marias ständige Nörgele ihn schwer zu schaffen gemacht. Tom fand Marias Tagebuch und las die letzten drei Seiten. Tom fand Marias Terminkalender. Tom fand im Telefonbuch Marias Telefonnummer. Tom hat Mary gefunden, oder Tom fand Maria. Tom fand am Strand eine angeschwemmte Flaschenpost. Tom hat eine Kiste auf dem Dachboden gefunden. Tom hat eine Schachtel mit alten Bildern auf dem Dachboden gefunden. Tom fand einen vergrabenen Schatz. Tom fand eine Höhle, die so groß war, dass er darin schlafen konnte. Tom entdeckte am Strand eine Leiche. Tom hat eine tote Quale am Strand gefunden. Tom fand auf dem Dachboden seines Großvaters eine staubige Kiste voller Fotos. Tom hat ein fehlblättriges Kleeblatt gefunden. Tom hat eine gute Arbeit gefunden. Tom hat eine schöne Wunstätete für mich gefunden. Tom fand ein gutes Versteck. Tom hat auf dem Dachboden ein Grammophon gefunden. Tom fand ein Haar in seiner Suppe und beschwerte sich beim Kellner. Tom hat eine Anstellung als Mechaniker gefunden. Tom hat eine Arbeit gefunden, die ihm zusagt. Tom hat Arbeit gefunden. Tom fand einen neuen Job. Tom hat eine schöne Wohnung für mich gefunden. Tom fand am Strand eine Möwenfeder. Tom hat in der Höhle ein Skelett gefunden. Tom hat im Garten eine sehr alte Münze gefunden. Tom hat in einem verlassenen Lastwagen eine Brieftasche gefunden. Tom hat im Zimmer seiner Tochter eine leere Bierdose gefunden. Im letzten Augenblick fand Tom einen Fehler. Tom hat im Wald einen verletzten Vogel gefunden und ihn wieder gesund gepflegt. Tom fand am Strand ein interessantes Stück Treibholz. Tom hat eine alte Kamera auf dem Dachboden gefunden. Tom hat alte Bilder von seinen Großeltern auf dem Dachboden gefunden. Tom hat in seiner Garage einen alten Tresor gefunden. Tom hat Beweise gefunden. Tom fand einen Platz nahe an der Tür. Vor einigen Jahren hatte Tom gravierende Geldsorgen. Tom fand seine Brille und setzte sie auf. Tom fand seinen Schlüssel unter dem Sofa. Tom hat seine Schlüssel unter dem Sofa gefunden. Tom tat sich schwer damit, das Problem zu lösen. Tom hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Es fiel Tom schwer, das Gespräch am Laufen zu halten. Tom hat sie gefunden. Tom hat für mich einen Französischlehrer ausfindig gemacht. Tom hat eine gute Arbeit für mich gefunden. Tom hat eine schöne Wunstätete für mich gefunden. Tom hat eine Stelle für mich gefunden. Tom suchte mir ein Taxi. Tom hat mein Fahrrad gefunden. Tom hat mein Fahrrad gefunden. Tom hat meine Kontaktlinse gefunden. Tom hat neue Beweismittel gefunden. Tom fand nichts. Tom hat eins gefunden. Tom ist von selbst dahinter gekommen. Tom hat erfahren, dass sein Vater nicht sein richtiger Vater ist. Tom erfuhr später, dass die Frau, die er im Park getroffen hatte, Maria war. Tom ist hinter unser Geheimnis gekommen. Tom stellte fest, dass das Leben auf der Straße nicht so leicht war, wie er es sich vorgestellt hatte. Tom erfuhr die Wahrheit von Maria. Tom fand heraus, was schief gegangen war. Tom hat herausgefunden, wo Mary ist. Tom fand Kaugummi und kaufte es seinem Sohn. Tom hat Geld gefunden. Tom hat ein paar alte Bücher auf dem Dachboden gefunden. Tom hat ein paar alte Magazine auf dem Dachboden gefunden. Tom fand Pizza im Kühlschrank. Tom ist bei Recherchen bezüglich seiner Familiengeschichte auf einige Leichen im Keller gestoßen. Tom fand jemandes Visitenkarte in seiner Tasche, doch er konnte sich nicht besinnen, wo er diese her hatte. Tom fand etwas, das hinter der Kommode versteckt war. Tom fand auf dem Vordersitz seines Wagens etwas. Tom hat etwas gefunden. Tom fand, dass die Ferien viel zu schnell vergangen waren. Tom hat das da gefunden. Tom fand die Tür verschlossen vor. Tom fand die Tür verschlossen vor. Tom fand den Beweis, den wir brauchten, um Marias Mörder zu überführen. Die Erfahrung war für Tom frustrierend. Tom fand die Erfahrung erschreckend. Tom hat den Schlüssel gefunden, den er gesucht hatte. Tom fand den Schlüssel, den er verloren zu haben glaubte. Tom fand den Brief, den Maria versteckt hatte. Tom fand den Brief, den Maria versteckt hatte. Tom fand die Briefe, die Maria versteckt hatte. Tom fand die Briefe, die Maria versteckt hatte. Tom fand die Nachricht, die Maria ihm hinterlassen hatte. Tom fand die Bürotür verschlossen vor. Tom fand den Schatz auf dem Grunde des Sees. Nach einer Suche von oben bis unten durch das ganze Haus fand Tom die Geldbörse, die er verloren zu haben glaubte, wieder. Tom fand die Armbanduhr, die er verloren hatte. Tom fand die Arbeit leicht. Tom fand diese Uhr auf einem privaten Trödelmarkt. Tom fand das erst verwirrend. Tom hat uns gefunden. Tom hat gefunden, was er wollte. Tom fand, wonach er suchte. Tom hat ihre Mütze gefunden. Tom drehte durch, als er erfuhr, was Maria getan hatte. Tom flippte aus. Tom hat den Vogel freigelassen. Tom hat die Geisel befreit. Tom macht das oft vor dem Mittagessen. Tom lädt sich oft Filme herunter. Tom vergisst das häufig. Tom spricht oft mit Maria. Tom spricht oft im Schlaf. Tom hat häufig einen Hut auf. Tom brät ein Ei. Tom machte sich Spiegeleier. Tom ängstigte Maria. Tom hat mich erschreckt. Tom macht mir Angst. Tom blickte finstert rein. Tom blieb wie angewurzelt stehen. Tom ist erfroren. Tom erstarrte. Tom nahm an Gewicht zu. Tom verspielte alles Geld, das sein Großvater ihm gegeben hatte. Tom hat seine Ersparnisse verspielt. Tom japste. Tom sammelte Stöcke für das Feuer. Tom sammelte Feuerholz. Tom gab Maria eine Herzlungenwiederbelebung und rettete ihr Leben. Tom überbrachte Maria Johannes' Nachricht. Tom gab Maria ein Weihnachtsgeschenk. Tom gab Maria ein Französisch-Wörterbuch. Tom hat Mary fest umarmt. Tom gab Maria einen dicken Kuss. Tom gab Maria ein Buch. Tom gab Maria eine Flasche Wein. Tom schenkte Maria eine Schachtel mit verschiedenen Pralinen. Tom hat Maria eine Schachtel Pralinen und eine langstielige Rose zum Geburtstag geschenkt, das ist aber süß. Tom schenkte Maria eine Schachtel Pralinen und aß dann sämtliche Pralinen selbstständig. Tom schenkte Maria eine Schachtel Pralinen. Tom drückte Maria kurz. Tom gab Maria einen kurzen Kuss. Tom gab Mary einen Kalender und sie hängte ihn an den Kühlschrank. Tom rief Mary an. Tom erklärte Maria eingehend, wie es funktionierte. Tom hat Maria zum Hochzeitstag einen Diamanten-Armband geschenkt. Tom schenkte Maria einen Ring mit Diamanten. Tom warf Maria einen bösen Blick zu und verließ dann das Zimmer. Tom gab Maria etwas zu trinken. Tom gab Maria eine Fahrstunde. Tom und Maria schlugen die Fäuste aneinander. Tom massierte Maria die Füße. Tom lächelte Maria freundlich zu. Tom schenkte Maria einen herzförmigen Ballon. Tom schenkte Maria einen herzförmigen Keks. Tom gab Maria einen Schlüssel für seine Wohnung. Tom versetzte Maria einen Tritt in die Rippen. Tom küsste Maria auf beide Wangen. Tom küsste Maria auf die Stirn. Tom gab Maria einen Kuss. Tom hat Maria nach Hause gebracht. Tom hat Mary zum Bahnhof gefahren. Tom hat Mary im Auto mitgenommen. Tom knufte Maria in die Rippen. Tom gab Maria eine Liste mit allen Opfern. Tom gab Mary eine Nachricht, die sie an John weitergeben sollte. Tom schenkte Maria eine Halskette. Tom schenkte Maria Diamant-Ohrringe. Tom gab Mary ein Stück Schokolade. Tom hat Maria die Meinung gesagt. Tom küsste Maria schnell und ging dann zur Tür hinaus. Tom hat Maria gestern nach Hause gebracht. Tom gab Marie eine Filmrolle. Tom schenkte Maria eine Rose. Tom schenkte Maria zum Geburtstag einen Schal. Tom gab Maria einen Pullover. Tom zeigte Maria sein Haus. Tom schenkte Maria etwas Schönes. Tom gab Maria eine Uhr. Tom winkte Maria zu. Tom gab Maria alles, was er hatte, aber sie war noch immer nicht zufrieden. Tom gab Maria alles, was sie wollte. Tom gab Maria alles. Tom schenkte Maria Blumen und Schokolade zu ihrem Hochzeitstag. Tom schenkte Maria Blumen. Tom hat Mary einen guten Rat gegeben, aber sie hat ihn nicht befolgt. Tom gab Mary seine Festnetznummer. Tom gab Mary seine Nummer. Tom gab Mary seine Nummer. Tom gab Maria seine Telefonnummer. Tom gab Maria seine Telefonnummer. Tom gab Maria das Geld für eine Fahrkarte. Tom gab Maria eine seiner Gitarren. Tom gab Maria ein paar Ratschläge, wie an Kreuz Fragebögen zu bestehen seien. Tom schenkte Maria Gänseblümchen. Tom erteilte Maria einen guten Rat. Tom erteilte Maria einen praktischen Rat. Tom gab Maria etwas, was sie brauchte. Tom gab Maria etwas, was sie brauchte. Tom erteilte Maria einen klugen Rat. Diesen Spitznamen hatte Maria von Tom? Im Zweifel für den Angeklagten, dachte sich Tom bei Maria. Tom ließ seinen Zweifel Maria zum Vorteile gereichen. Tom gab Mary den Schlüssel. Tom gab Maria das Geld. Tom gab Maria die Notiz, die ich ihm gegeben hatte, dass er sie ihr gebe. Tom gab Maria das Rezept und sagte ihr, sie solle es in ihre Handtasche tun. Tom gab Marie absichtlich das falsche Buch. Tom gab Maria drei und Johannes 30 Dollar. Tom gab Mary eine Banane. Tom gähnte breit. Tom gab Maria einen Strauß Blumen. Tom hat eine kurze Rede gehalten. Tom gab eine detaillierte Antwort. Tom gab der Polizei eine falsche Adresse. Tom gab einem berühmten Sänger 10.000 Dollar, damit dieser zu einem Geburtstagsständchen zum Gasthaus käme. Tom gab Marie eine Filmrolle. Tom seufzte erleichtert auf. Tom seufzte. Tom hielt bei der Konferenz eine Rede. Tom hielt eine Rede in französischer Sprache. Tom hielt eine Rede. Tom gab eine vage Antwort. Tom gab dem Lehrer einen Apfel. Tom gab all sein Geld weg. Tom hat Blut gespendet. Tom gab allen dreien einen Apfel. Tom gab alles hin, was er besaß, aber es genügte nicht. Tom hat alles gegeben, was er hatte. Tom schenkte Maria Blumen. Tom spendete die Hälfte seines Geldes für wohltätige Zwecke. Tom gab alles, doch es reichte nicht. Tom hat seiner Katze ein bisschen Milch gegeben. Tom hat seine Katze Maria geschenkt. Tom gab seinem Hund einen Knochen. Tom kratzte seinen Hund ausgiebig hinter den Ohren. Tom gab seinem Hund etwas zu essen. Tom gab seinem Hund Wasser. Tom gab seinem Pferd Hafer. Tom gab sein Leben fürs Vaterland. Tom überließ seinen Platz dem alten Mann. Tom überließ seinen Platz einer alten Frau. Tom erteilte seinem Sohn einen väterlichen Rat. Tom gab auf. Tom versuchte es einmal. Tom gab das Maria zurück. Tom gab es mir, bevor er starb. Tom hat es mir gratis gegeben. Tom hat es mir gegeben. Tom hat es uns gegeben. Tom gab mir 300 Dollar. Tom hat mir eine üble Erkältung angehängt. Tom gab mir ein Fahrrad. Tom hat mir ein blaues Auge verpasst. Tom gab mir ein Buch. Tom hat mir eine Schachtel Pralinen geschenkt. Tom gab mir ein paar Toastscheiben und ein Glas Milch. Tom gab mir ein Wörterbuch. Tom schickte mir einen fiesen Blick rüber. Tom machte es mir schwer. Tom ließ mir einen Vorsprung. Tom gab mir einen Hinweis. Tom hat mich umarmt. Tom gab mir einen Schlüssel. Tom hat mir einen neuen Füller geschenkt. Tom gab mir ein hübsches Weihnachtsgeschenk. Tom hat mir etwas Nettes geschenkt. Tom hat mir einen Stift gegeben. Tom knufte mich gegen die Schulter. Tom hat mir etwas geschenkt. Tom gab mir ein wirklich cooles Geschenk. Tom fuhr mich nach Hause. Tom hat mich zum Flughafen gefahren. Tom zeigte mir sein Haus. Tom gab mir eine vage Antwort. Tom hat mir etwas sehr Schönes zu Weihnachten geschenkt. Tom zwinkelte mir zu. Tom hat mich beraten. Tom gab mir all sein Geld. Tom ließ mir alle Hilfe zukommen, die ich benötigte. Tom hat mir noch eine Chance gegeben. Tom gab mir eine Wegbeschreibung zum Theater. Tom hat mir einen guten Rat erteilt. Tom gab mir seine Adresse. Tom gab mir seine Nummer. Tom gab mir seine Telefonnummer und sagte, ich solle ihn anrufen. Tom gab mir seine Telefonnummer. Tom gab mir sein Wort. Tom hat mir noch eine letzte Chance gegeben. Tom gab mir einige Bücher. Tom gab mir einen guten Rat. Tom gab mir Tabletten. Tom schenkte mir ein paar Briefmarken. Tom gab mir etwas, was ich brauchte. Tom hat mir etwas Schönes geschenkt. Tom gab mir etwas, was ich brauchte. Tom gab mir etwas. Tom hat mir das Buch gegeben. Tom hat mir das gegeben. Tom gab mir, was ich brauchte. Tom hat mir deine Nummer gegeben. Tom gab Befehle. Tom gab seinen Enkelkindern Süßigkeiten. Tom schenkte Maria Gänseblümchen. Tom gab der Katze etwas Milch. Tom gab seinem Pferd Hafer. Tom gab mir einige alte Münzen. Tom hat Mary etwas gegeben. Tom dankte Gott. Tom hat mir das gegeben. Tom badete das Baby. Tom gab dem Bettler etwas zu essen. Tom hat Maria das Buch letzte Woche zurückgegeben. Tom gab dem Obdachlosen etwas zu essen. Tom erweckte den Eindruck, nicht glücklich zu sein. Tom gab Maria das Geld zurück. Tom nannte der Polizei einen falschen Namen. Tom gab der Polizei eine falsche Adresse. Tom gab dem Kellner ein großzügiges Trinkgeld. Tom gab mir dieses Spiel hier. Das hat Tom mir zum Geburtstag geschenkt. Tom hat mir das gegeben. Tom ließ alle Hoffnung fahren. Tom gab seinen Lehrberuf auf, um ein Vollzeitstudio-Musiker zu werden. Tom gab die Hoffnung auf. Tom hat aufgegeben, das zu tun. Tom verwarf seinen Traum, Pilot zu werden. Tom hat das Rauchen aufgegeben. Tom gab zu früh auf. Tom gab auf. Tom gab uns eine Menge Essen. Tom hat uns ein Geschenk gegeben. Tom hat uns alles Geld gegeben, das er bei sich hatte. Tom hat uns alles gegeben, was er hatte. Tom gab uns alles, was wir brauchten. Tom gab uns viel zu essen. Tom gab uns das Geld, als wir es brauchten. Tom hat uns nichts gegeben. Tom machte uns ganz schön viel Ärger. Tom gab uns zu essen. Tom hat uns das gegeben. Tom hat uns den Schlüssel gegeben. Tom gab seinem Hund Wasser. Tom sah Maria mit liebenden Augen an. Tom betrachtete sein Spiegelbild im Glas. Im Allgemeinen fährt Tom mit dem Bus zur Arbeit. Tom machte die Tür behutsam zu. Tom knuffte Maria leicht. Tom rüttelte Maria behutsam wach. Tom bedeutete Maria, sich zu setzen. Tom lässt sich etwa dreimal im Jahr die Haare schneiden. Tom lässt sich einmal im Monat die Haare schneiden. So was macht Tom riesigen Spaß. Tom bekommt viel Hilfe von seinen Freunden. Tom bekommt viel Hilfe. Tom versteht sich sehr gut mit Maria. Tom verträgt sich gut mit Mary. Tom kommt mit jedem zurecht. Tom versteht sich mit seinen Nachbarn. Tom wird böse, wenn man ihm widerspricht. Tom wird schnell böse. Tom kriegt jedes Mädchen, das er will. Tom fängt schnell an, sich zu langweilen. Tom bekommt in Französisch gute Noten. Tom schöpft sein Trinkwasser aus einem Brunnen auf seinem Grundstück. Tom kommt fast jeden Tag um halb drei nach Hause. Tom kommt fast jeden Tag um zwei Uhr und dreißig Minuten nach Hause. Tom kommt immer am Montag um etwa zwei Uhr und dreißig Minuten nach Hause. Tom bekommt Verdauungsbeschwerden und Sodbrennen, wenn er übermäßig schwere Speisen zu sich nimmt. Tom versteht das. Tom erbost sehr schnell. Tom ist leicht beleidigt. Tom kommt mit allen seinen Nachbarn gut aus. Tom kommt mit allen seinen Nachbarn gut aus. Tom wird dafür bezahlt. Tom wird sehkrank. Tom wird leicht müde. Tom steht morgens viel früher auf als ich. Tom steht um sechs Uhr und dreißig Minuten auf. Tom steht jeden Morgen um sechs Uhr auf. Tom steht um sechs auf. Tom steht des Morgens meist vor Sonnenaufgang auf. Tom steht jeden Morgen früh auf. Tom steht früh auf. Tom steht morgens viel früher auf als ich. Tom steht sehr früh auf. Mit ein paar Bierintus wird Tom überaus streitlustig. Tom kicherte wieder. Tom kicherte wie ein Schulmädchen. Tom kicherte wie ein Schulmädchen. Tom kicherte. Tom gibt Maria alles, worum sie bittet. Tom schneidet gute Frisuren. Bei Tom bekommt jeder eine zweite Chance. Tom gibt Kindern Klavierunterricht. Tom gibt Tennisunterricht. Tom gibt uns alles, was wir brauchen. Tom gibt uns alles, was wir wollen. Tom gibt uns Geld. Tom gibt uns, was wir wollen. Tom stimmte bereitwillig zu. Tom hat gerne zugestimmt. Tom sah sich im Schlafzimmer um. Tom warf noch einmal einen Blick auf seine Uhr. Thomas blickte auf seine Uhr, stand auf und ging. Tom warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Tom warf einen Blick auf das Namensschild des Verkäufers. Tom warf einen Blick auf die Uhr. Tom warf einen Blick auf den Wetterbericht. Tom wandte seinen Blick auf den Wetterbericht. Tom blickte zurück. Tom schaute nach unten. Tom sah zum Fenster hinaus. Tom sah sich im Schlafzimmer um. Tom warf einen Blick in die Zeitschrift. Tom funkelte Maria voller Hass und Ekel an. Tom freute sich hämisch. Tom fährt fast jedes Jahr ins Ausland. Tom fährt jedes Jahr ins Ausland. Tom geht ziemlich oft angeln. Tom macht jeden Nachmittag einen Spaziergang. Tom geht jeden Morgen spazieren. Tom fährt fast jedes Wochenende nach Hause. Tom geht um halb drei nach Hause. Tom geht jeden Tag nach der Arbeit joggen. Tom geht jeden Morgen joggen. Tom geht bei jedem Wetter joggen. Tom geht jeden Morgen im Park laufen. Tom geht mit Maria drei oder vier Mal im Monat aus. Tom geht jeden Morgen laufen. Tom geht fast jeden Morgen einkaufen. Tom geht jedes Wochenende Wellen reiten. Tom fährt jeden Tag dahin. Tom geht jeden Morgen dorthin. Tom geht bei jeder sich bietenden Gelegenheit dorthin. Tom fliegt alle zwei Jahre nach Australien. Tom fährt immer mal wieder nach Boston. Tom fliegt mehrmals im Monat nach Boston. Tom fährt dreimal im Jahr geschäftlich nach Boston. Tom besucht eine andere Schule. Tom geht auf eine Privatschule. Tom besucht eine Blindenschule. Tom geht in eine Schule für Gehörlose. Tom geht um 10.30 Uhr zu Bett. Tom geht jeden Abend um dieselbe Zeit ins Bett. Tom geht jeden Abend um die gleiche Zeit ins Bett. Tom geht früh ins Bett. Tom geht an jedem Sonntag morgens zur Kirche. Tom geht in den Kindergarten. Tom fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Tom fährt mit Bus und Bahn zur Schule. Tom fährt mit dem Bus zur Schule. Tom geht fünf Tage die Woche in die Schule. Tom geht zu Fuß zur Schule. Tom geht mit Maria zur Schule. Tom geht mit meiner Tochter zur Schule. Tom geht mit meinem Sohn zur Schule. Tom geht in die Schule, nicht wahr? Tom geht in die Schule. Tom besucht Maria jeden Tag im Krankenhaus. Tom geht nicht einmal viermal im Jahr zum Friseur. Tom geht mindestens einmal im Monat in die Bibliothek. Tom geht auf dieselbe Schule wie Maria. Tom geht auf dieselbe Schule wie Maria. Ein oder zweimal in der Woche geht Tom zum Supermarkt. Tom fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Tom fährt mit dem Bus zur Arbeit. Tom fährt mit dem Auto zur Arbeit. Tom fährt mit dem Motorrad zur Arbeit. Tom fährt mit dem Zug zur Arbeit. Tom hat einen dummen Fehler gemacht. Tom hat Maria betrunken gemacht. Tom hat dafür gesorgt, dass Maria entlassen wurde. Tom holte Maria Wasser. Tom brachte Maria dazu, Johannes und Elke nach Hause zu fahren. Tom brachte Maria zum Lachen. Tom ließ sich von Maria dort, wo er nicht hinkam, am Rücken kratzen. Tom ließ sich von Maria dort, wo er nicht hinkam, am Rücken kratzen. Tom hat sich den Brief von Maria ins Französische übersetzen lassen. Tom bekam eine 30% IG-Gehaltserhöhung. Tom hat bei seiner Klassenarbeit eine 4 geschrieben. Tom hat einen Schnäppchenpreis bekommen. Tom holte eine Decke und legte sie über Mary. Tom holte eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Tom nahm eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank. Tom bekam einen Anruf von Maria. Tom bekam einen Anruf. Tom hat sich die Haare schneiden lassen. Tom hat zu Weihnachten einen Hamster geschenkt bekommen. Tom arbeitet bei sich in der Nähe als Bademeister. Tom hat eine Stelle als Kellner gefunden. Tom bekam einen Job in einem Bekleidungsgeschäft. Tom hat einen Job in einem Restaurant bekommen. Tom bekam eine seiner Ausbildung und Erfahrung entsprechende Arbeit. Tom hat eine Anstellung als Französischlehrer gefunden. Tom hat bei einem Bauern vor Ort eine Arbeit gefunden. Tom hat eine Arbeit gefunden. Tom hat heute von Maria einen Brief bekommen. Tom erhielt einen Brief von Maria. Tom hat ein bisschen Kuchen bekommen. Tom bekam einen Kredit von der Bank. Tom hat eine neue Stelle. Tom hat eine neue Stelle. Was für eine denn? Tom bekam eine Teilzeitstelle als Gärtner. Tom hat von Maria ein Geschenk bekommen. Tom hat einen Schub in die richtige Richtung erhalten. Tom erhielt eine kleine Kuchenportion. Tom ist braun geworden. Tom hat sich tätowieren lassen. Nach einem Hundebiss bekam Tom eine Tetanusimpfung. Tom bekam eine 30% IgE Gehaltserhöhung. Tom hat ein Strafmandat wegen Überfahrens einer Sperrlinie bekommen. Tom hat einen Strafzettel für eine Verkehrsordnungwidrigkeit bekommen. Tom hat ein Ticket bekommen. Tom hat zu Weihnachten einen Spielzeughammer samt Werkzeugkiste bekommen. Tom wurde nach seinem Unfall Schmerzmittel abhängig. Tom wurde aufgeregt. Tom überholte mich. Tom wurde ganz emotional. Tom hat all seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, damit es Maria nach seinem Tode leichter hat. Tom hat fast alles bekommen, was er brauchte. Tom hat sich mit allen verstanden. Tom hat in Französisch eine 1 bekommen. Tom hat in der letzten Französisch-Klassenarbeit eine 1 bekommen. Tom hat bei der Prüfung eine 1 bekommen. Tom bekam eine 1. Tom erhielt für die höchste Verkaufsleistung innerhalb der Firma einen Preis. Tom hat eine E-Mail von Maria bekommen. Tom bekam unerwarteten Besuch von Marie. Tom wurde böse, weil ich seine Anweisungen nicht befolgte. Tom wurde wütend, als er die Tür verschlossen vorfand. Tom wurde böse, als er Maria Johannes küssen sah. Tom ist mit mir böse geworden. Tom wurde böse auf uns. Tom ist wütend geworden. Das ist ganz untypisch. Tom hat sich geärgert. Tom hat die Zulassung bekommen. Tom wurde am Montagmorgen festgenommen. Tom wurde beim Verlassen des Hotels, in dem er logierte, festgenommen. Tom wurde von einem Bären angegriffen. Tom wurde von einem Hund angegriffen. Tom ist davon gekommen. Tom stieg wieder in sein Auto und fuhr weg. Tom stieg wieder in sein Auto. Tom stieg wieder auf sein Motorrad. Tom ist gestern Nacht nach Boston zurückgekehrt. Tom begab sich hinter den Wagen und schob an. Tom ist besser geworden. Tom wurde größer. Tom wurde von einem Pferd gebissen. Tom wurde gerügt, obwohl es gar nicht seine Schuld war. Nach einer Viertelstunde fing Tom an, sich zu langweilen. Nach drei Minuten fing Tom an, sich zu langweilen. Tom wurde schnell langweilig. Tom hat sich verbrannt. Tom wurde geschnappt. Tom ist in einen Verkehrsstau geraten. Tom wurde bei einer Geschwindigkeitsübertretung erwischt. Er kam jedoch mit einer Verwarnung davon. Tom wurde beim Stehlen von Äpfeln erwischt. Im Eifer des Gefechts traf Tom einen übereilten Entschluss. Tom wurde erwischt. Tom hat sich geändert. Tom wurde betrogen. Tom kam näher. Tom kam ganz durcheinander. Tom wurde depressiv. Tom verlor den Mut. Tom hat sich schon wieder scheiden lassen. Tom fiel vor den Augen aller im Restaurant auf die Knie, nahm einen Diamantring aus der Tasche und machte Maria einen Heiratsantrag. Alle Anwesenden applaudierten. Tom kniete sich nieder. Tom wurde nass bis auf die Haut. Tom zog sich an und schlüpfte in seine Schuhe. Tom zog sich an und ging nach draußen. Tom hat sich schnell angezogen. Tom zog sich an. Tom hat sich gestern Abend schon wieder betrunken. Tom hat sich letzte Nacht betrunken. Tom betrank sich mit seinen Freunden. Tom betrank sich mit seinem Sohn. Tom wurde betrunken. Tom wurde fallen gelassen. Tom schlief acht Stunden am Stück. Tom hat sich mit Maria verlobt. Tom verlobte sich mit meiner Cousin. Tom hat sich verlobt. Tom wurde bewertet. Tom hat alles bekommen, was er wollte. Tom wurde rausgeworfen, weil er seine Miete nicht bezahlt hat. Tom bekam genau das, was er verdiente. Tom wurde erregt. Tom wurde der Schule verwiesen. Tom wurde extrem aggressiv. Tom wurde sehr schnell berühmt. Tom wurde dicker. Tom wurde entlassen und aus dem Gebäude geführt. Tom wurde wegen häufiger Fehler entlassen. Tom wurde wegen die Pstahls entlassen. Tom wurde gefeuert. Tom hat den ersten Preis gewonnen, nicht wahr? Tom ist gut im Singen geworden. Tom wurde gehackt. Tom war eine Stunde früher als Maria da. Tom ist mit dem Rad hier. Tom war früh hier. Tom kam eine Viertelstunde nach Maria hier an. Tom traf kurz vor dem Mittagessen hier ein, Maria einige Stunden später. Tom kam hierher zu spät an. Tom hat es rechtzeitig her geschafft. Tom war eine halbe Stunde früher hier. Tom nahm sich ein Getränk. Tom hat sein Auto reparieren lassen. Tom war beim Augenarzt. Tom hat sich den Namen seiner Freundin auf den Arm tätowieren lassen, doch die ließ ihn dann sitzen. Tom hat sich den Namen seiner Freundin auf den Arm tätowieren lassen. Tom ließ sich die Haare schneiden. Tom hat sich die Hände schmutzig gemacht. Tom hat gestern seinen Lernfahrausweis bekommen. Daher ist er jetzt mit seinem Vater unterwegs und übt das Autofahren. Tom hat sich bei einem Skiunfall den Hals gebrochen. Tom hat sich sein Bild rahmen lassen. Tom ließ seinen Anzug ändern. Tom hat sich die Zähne bleichen lassen. Tom hat sich ein Zungenpiercing machen lassen. Tom hat seine Uhr reparieren lassen. Tom wurde von einem Bus angefahren. Tom wurde von einem Auto angefahren. Tom wurde von einem Mädchen geschlagen. Tom wurde von einem Golfball getroffen. Tom traf ein Betäubungspfeil. Tom wurde vom Blitz getroffen. Tom kam vor ein paar Stunden nach Hause zurück. Tom kam kurz vor 2 Uhr und 30 Minuten heim. Tom kam kurz vor Morgengrauen nach Hause. Tom kam kurz vor Tagesanbruch nach Hause. Tom ist gestern Abend erst sehr spät nach Hause gekommen. Tom kam sehr spät nach Hause. Tom kam drei Stunden vor Marie nach Hause. Tom kam nach Hause. Tom verletzte sich bei einem Arbeitsunfall. Tom hat sich bei dem Spiel letzte Woche verletzt. Tom hat sich verletzt, als er stürzte. Tom hat sich verletzt. Tom wurde ungeduldig. Tom stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Tom stieg in sein Auto und fuhr los. Tom stieg in sein Auto und fuhr nach Hause. Tom stieg ins Boot. Tom stieg in den Wagen und ließ den Motor an. Tom stieg in den Wagen und sie fuhren los. Tom stieg mit Maria in den Wagen und die beiden fuhren davon. Tom stieg mit Maria in den Wagen. Tom stieg in den Wagen. Tom kam in Schwierigkeiten, weil er die Wahrheit preisgegeben hatte. Tom ist in schlechte Gesellschaft geraten. Tom wurde bei einem Verkehrsunfall verwundet. Tom wurde verletzt. Tom stieg in Marys Auto ein. Tom geriet in einen Streit mit einem anderen Schüler. Tom fing mit den Leuten, die ihn beobachteten, zu streiten an. Tom geriet in einen Streit mit dem Oberkellner. Tom ging ins Bett. Tom stieg in seinen Wagen und fuhr weg. Tom stieg in sein Auto und fuhr schnell davon. Tom stieg in sein Auto und schlug die Wagentür zu. Tom stieg in seinen Wagen, schloss die Tür und fuhr davon. Tom stieg in seinen Wagen. Tom stieg in den Wagen und fuhr davon. Tom stieg ins Auto und fuhr weg. Tom stieg in den Wagen und schlug die Tür zu. Tom stieg in den Wagen und schlug die Tür zu. Tom stieg in den Wagen und ließ den Motor an. Tom stieg mit Maria in den Wagen und die beiden fuhren davon. Tom stieg mit Maria in den Wagen. Tom stieg ins Auto ein. Tom setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr los. Tom stieg ins Ruderboot. Tom geriet wegen Maria in Schwierigkeiten. Tom bekam Schwierigkeiten, weil er Befehle missachtet hatte. Tom geriet in Schwierigkeiten. Tom hat sich in der Kneipe auf eine Schlägerei eingelassen. Tom hat sich auf Leute eingelassen, auf die er sich besser nicht eingelassen hätte. Tom hat sich auf Leute eingelassen, die einen wahrlich schlechten Einfluss auf ihn hatten. Tom wurde eifersüchtig, als er Maria mit einem gutaussehenden Mann sprechen sah. Tom wurde eifersüchtig. Tom ist von einem Pferd getreten worden. Tom wurde aus der Mannschaft geworfen. Tom wurde vor drei Monaten von der Schule geworfen. Tom ist von der Schule geflogen. Tom wurde aus der Kneipe rausgeschmissen, weil er rumgerauft hatte. Tom kam bei einer Explosion ums Leben. Tom kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Tom kam bei einem Autounfall ums Leben. Tom wurde getötet. Tom kam lebenslang hinter Gitter. Tom verehrte sich im Wald und landete schließlich in jemandes Hinterhof. Tom hat sich im Wald verirrt. Tom verlief sich auf seinem Weg hierher. Tom verehrte sich auf seinem Weg zu Maria. Tom verehrte sich. Tom wurde wütend und warf Maria Schimpfworte an den Kopf. Tom wurde sauer auf mich. Tom wurde böse. Tom hat erneut geheiratet. Tom hat vor drei Tagen geheiratet. Tom hat vor drei Wochen geheiratet. Tom hat vor drei Jahren geheiratet. Tom hat Maria letzten Monat geheiratet. Tom heiratete Maria. Tom heiratete mit 30 Jahren. Tom hat geheiratet, als er erst 18 war. Tom hat mit 30 geheiratet. Tom hat geheiratet. Tom besorgte mir eine Uhr. Tom hat sich beim Fußballspielen schmutzig gemacht. Tom wurde ausgeraubt. Tom wurde nervös. Tom erhielt keine Antwort. Tom bekam nichts. Tom stieg an der nächsten Haltestelle aus. Tom stieg an der nächsten Station aus. Tom ist am falschen Bahnhof ausgestiegen. Tom ist von seinem Fahrrad abgestiegen. Tom stieg vom Pferd. Tom stieg von seinem Motorrad. Tom stieg von seinem Motorrad. Tom kam ungeschoren davon. Tom stieg aus dem Bus und wartete darauf, dass Maria käme, um ihn abzuholen. Tom stieg aus dem Bus. Tom stieg aus dem Fahrstuhl und ging, den Flur entlang, zu seinem Büro. Tom stieg aus dem Zug. Tom hatte einen guten Start hingelegt. Tom ist mit einer Warnung davon gekommen. Tom kam gestern eher von der Arbeit. Tom stieg auf ein Pferd und folgte Maria. Tom ging an Bord. Tom stieg auf sein Fahrrad und fuhr davon. Tom stieg auf sein Rad und fuhr fort. Tom stieg auf sein Fahrrad und fuhr weg. Thomas bestieg sein Fahrrad. Tom stieg auf sein Pferd. Tom stieg auf sein Motorrad und fuhr davon. Tom stieg auf sein Motorrad und fuhr davon. Tom stieg auf sein Motorrad und bediente den Anlasser. Tom bestieg das Flugzeug. Tom stieg in den Bus ein und der Fahrer schloss die Tür. Tom stieg in den Bus ein. Tom betrat den Fahrstuhl und drückte den Knopf für den zweiten Stock. Tom stieg in den Zug ein. Tom ist in den falschen Bus eingestiegen. Tom stieg in den falschen Zug ein. Tom kam unter dem Auto hervor. Tom stieg vor der Bibliothek aus und wartete, während Maria hinfuhr, um den Wagen zu parken. Tom verließ das Bett und zog sich an. Tom stand auf und zog sich an. Tom stieg aus dem Bett und zog sich zügig an. Tom stieg aus dem Bett und schaltete das Licht ein. Tom ist mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden und hat schon den ganzen Tag schlechte Laune. Tom stieg aus dem Bett, ging ans Fenster und betrachtete den Sonnenaufgang draußen. Tom stand auf. Tom stieg aus dem Wagen und öffnete das Tor. Tom stieg aus seinem Auto aus und öffnete den Gepäckraum. Tom stieg aus seinem Wagen. Tom wurde aus dem Gefängnis entlassen. Vor drei Jahren, am 20. Oktober kam Tom aus dem Gefängnis. Tom wurde am 20. Oktober aus dem Gefängnis entlassen. Tom stieg aus der Wanne und trocknete sich ab. Tom stieg aus der Badewanne und trocknete sich mit dem neuen Handtuch ab, das Maria ihm geschenkt hatte. Tom ist aus der Badewanne gestiegen. Tom stieg aus der Badewanne und trocknete sich mit dem Fahrstuhl. Tom stieg aus dem Fahrstuhl. Tom stieg aus der Dusche und zog sich wieder an. Tom stieg aus dem Schwimmbecken und trocknete sich mit einem Handtuch ab. Tom stieg aus dem Taxi aus. Tom chinas von seiner Erkältung. Tom wurde der Mindestlohn gezahlt. Tom wurde heute bezahlt. Tom wurde gestern bezahlt. Tom wurde bezahlt. Tom hat beim Streichen des Zauns Farbe ans Hemd bekommen. Tom wurde panisch. Tom bekam in der Schule schlechte Noten, weil er auf dem elterlichen Hof mitarbeiten musste und so kaum Zeit zum Lernen hatte. Tom wurde vor kurzem befördert. Tom wurde befördert. Tom bekam einen Schlag auf die Nase. Tom wurde sehr wütend. Tom war völlig betrunken. Tom wurde wirklich wütend. Tom wurde sehr krank. Tom wurde richtig wütend. Tom hat vor kurzem wieder geheiratet. Tom wurde in Rente geschickt. Tom wurde schnell reich. Tom ist alle Bücher losgeworden. Tom ist sein altes Fahrrad losgeworden. Tom ist sein altes Auto losgeworden. Tom kam direkt zur Sache. Tom wurde übervorteilt. Tom wurde ausgeraubt. Tom wurde von einem Lastwagen überfahren. Tom wurde übers Ohr gehauen. Tom hat es mit der Angst zu tun bekommen. Tom wurde durchsucht. Tom bekam Shampoo in seine Augen. Tom wurde erschossen. Tom wurde aufgrund übermäßigen Essens krank. Tom wurde krank. Tom wurde kränker. Tom wurde schläfrig. Tom wurde klitschnass. Tom besorgte etwas für Mary. Tom wurde in den Arm gestochen. Tom bekam Lampenfieber. Tom hat überall Einsen bekommen. Tom musste Nöhlans wohlens etwas tun, wozu er überhaupt keine Lust hatte. Tom steckt in einem Stau. Tom ist im Matsch stecken geblieben. Tom blieb auf der vollen Rechnung sitzen, als er mit Maria und ihren Freunden trinken ging. Tom blieb stecken. Tom wurde von einer Biene gestochen. Tom ist von einer Wespe gestochen worden. Tom hat Sonnenbrand bekommen. Tom wurde suspendiert. Tom hat das Fahrrad von Maria bekommen. Tom hat das von Mary bekommen. Tom brachte die Kinder zum Lachen. Tom nahm den Korkenzieher aus der Schublade und öffnete die Flasche Wein, die Maria mitgebracht hatte. Tom machte die Wachen trunken und konnte aus dem Schlosse fliehen. Kraft deiner Empfehlung erhielt Tom den Auftrag. Tom hat den Job bekommen. Tom bekam das letzte Stück Kuchen. Tom hat die Hauptrolle bekommen. Tom hat die Rolle bekommen. Tom bekam den Preis. Tom bekam die Strafe, die er verdiente. Tom bekam die Strafe, die er verdiente. Tom zog den Kürzeren. Tom kam lange nach uns dort an. Tom hat diese Eintrittskarten umsonst bekommen. Tom bekam drei Geburtstagsgeschenke. Tom hatte keine Lust mehr zu lesen und wollte nach draußen gehen, um zu spielen. Tom ermüdete bald. Tom stand auf und ging ans Fenster. Tom stand auf und ging zur Tür. Tom kam gerade rechtzeitig in der Schule an. Tom erreichte den Flughafen gerade zur rechten Zeit. Tom kam gerade noch rechtzeitig zur Bushaltestelle. Tom erreichte das Hotel nach Einbruch der Dunkelheit. Tom kam zu spät zur Party. Tom kam zu spät zum Bahnhof und verpasste so den Zug. Tom kam heute Morgen später als gewöhnlich zur Arbeit. Ich frage mich warum. Tom ist zu nah ans Feuer gekommen und hat sich den Bart angesenkt. Tom hatte Pech. Tom stand auf und fing an, auf und ab zu gehen. Tom stand auf und begab sich zur Hintertür. Tom stand auf und hinkte eilend davon. Tom stand auf und ging in die Küche, um sich eine Tasse Kaffee zu holen. Tom stand auf und ging zur Tür. Tom stand auf und ging. Tom stand auf und ging zur Tür. Tom stand auf und holte sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Tom stand wie gewöhnlich um 6 Uhr und 30 Minuten auf. Tom stand fast jeden Tag um 6 Uhr auf. Tom ist heute Morgen früh als gewöhnlich aufgestanden. Tom stand früh auf, um den ersten Zug zu erwischen. Tom stand heute Morgen früh auf. Tom stand zeitig auf. Tom stand vom Tische auf und ging in die Küche. Tom erhob sich vom Tisch und ging in die Küche. Tom ist heute Morgen spät aufgestanden. Tom stand spät auf. Tom ist mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden und hat schon den ganzen Tag schlechte Laune. Tom stand schnell auf. Tom hat in der Schule jede Menge Unsinn angestellt. Tom stand auf. Tom wurde wütend und ging. Tom ärgerte sich ohne Grund. Tom ärgerte sich, als er erfuhr, dass Maria Weg wollte. Tom hat sich daran gewöhnt, dem Lärm keine Beachtung zu schenken. Tom hat sich an das Leben in Boston gewöhnt, obwohl er in einer Kleinstadt aufgewachsen ist. Tom hat sich an die Arbeit gewöhnt. Tom hat sich an die Zusammenarbeit mit Maria gewöhnt. Tom wurde sehr aggressiv. Tom wurde sehr wütend auf Maria. Tom wurde sehr wütend. Tom bekam sehr viel zu tun. Tom fing an, sich große Sorgen zu machen. Tom war sehr verwirrt. Tom wurde sehr deprimiert. Tom fiel großer Verzweiflung anheim. Tom war sehr demotiviert. Tom war aufs Höchste angewiddert. Tom wurde stark abgelenkt. Tom ist sehr dick geworden. Tom bekam großes Heimweh. Tom wurde sehr heiß. Tom wurde sehr ungeduldig. Tom geriet in einen starken Rauschzustand. Tom wurde ganz kribbelig zumute. Tom hatte großes Glück. Tom wurde sehr wütend. Tom wurde von großer Motivation ergriffen. Tom wurde sehr nervös, als er plötzlich gebeten wurde, eine Rede zu halten. Tom wurde sehr nervös. Tom war schwer beleidigt. Tom wurde sehr beliebt. Tom wurde sehr krank. Tom wurde sehr misstrauisch. Tom wurde sehr gesprächig. Tom wurde sehr nervös. Tom bekam großen Durst. Tom wurde sehr wütend. Tom wurde sehr reich. Tom war nass bis auf die Knochen und erkältete sich. Tom bekam, was er verdiente. Tom erhielt, was er nötig hatte. Tom bekam, was er wollte. Tom wurde klüger, je älter er wurde. Tom wurde im Kampf verwundet. Tom wurde verwundet. Tom wurde von seinem Chef zusammengestaucht. Tom hat dich in Schwierigkeiten gebracht, oder? Tom fasste Maria beim Schopfe. Tom griff Mary an die Kehle und erwürgte sie. Tom ergriff Maria, auf dass sie nicht falle. Tom packte Maria am Arm und zerrte sie in Richtung Tür. Tom ergriff Marias Hand. Tom ergriff Marias rechte Hand mit seiner linken. Tom schnappte sich einen Stuhl und setzte sich. Tom packte einen Stuhl und warf ihn quer durch den Raum. Tom nahm sich einen Stuhl. Tom holte sich auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee und einen Muffin. Tom schnappte sich eine Brechstange, um diese als Waffe zu gebrauchen. Tom nahm sich eine Handvoll Popcorn aus der Tüte und reichte diese dann Maria. Tom hielt sich an dem Seil fest. Tom nahm einen Brieföffner von seinem Schreibtisch. Tom nahm sich einen Teller. Tom nahm sich ein Butterbrot aus dem Picknickkorb. Tom schnappte sich seinen Rucksack und ging. Tom nahm seinen Rucksack. Tom schnappte sich seine Tasche. Tom schnappte sich seine Kamera und ging nach draußen. Tom schnappte sich seinen Mantel und ging in Richtung Tür. Tom schnappte sich seine Gitarre und ging in Richtung Tür. Tom schnappte sich seine Schlüssel und steckte sie in seine Tasche. Tom packte seinen Sohn am Kragen. Tom nahm seinen Schirm und begab sich zum Aufzug. Tom schnappte es sich. Tom packte mich am Kragen. Tom ergriff meinen Arm. Tom ergriff meine Hand. Tom nahm sich etwas zu essen aus dem Kühlschrank. Tom schnappte sich ein paar Papierhandtücher und wischte sich die Hände ab. Tom griff das Seil, das von dem Hubschrauber her abgelassen wurde. Tom packte das Seil mit beiden Händen. Tom hat 2013 seinen Abschluss in Harvard gemacht. Tom ist Harvard-Absolvent. Tom machte seinen Abschluss an einer Elite-Universität. Tom hat sein Studium als Jahrgangsbester abgeschlossen. Tom ist im letzten Frühling mit dem Studium fertig geworden. Tom hat letztes Jahr sein Studium abgeschlossen. Tom hat 2013 Abitur gemacht. Tom hat im letzten Jahr die Oberschule abgeschlossen. Tom hat seinen Abschluss im Jahre 2013 gemacht. Tom hat im selben Jahr wie Mary seinen Abschluss gemacht. Tom war bei seinem Abschluss unter den besten 10% seines Jahrgangs. Tom machte seinen Abschluss als Zweitbester seines Jahrgangs. Tom hat vor drei Jahren seine Abschluss gemacht. Tom hat seinen Abschluss mit Auszeichnung erhalten. Tom machte seinen Abschluss. Tom begrüßte Maria lächelnd. Tom begrüßte mich auf Französisch. Tom ließ sich einen Bart wachsen, weil er glaubte, alle weisen Männer trügen Werte. Tom hat sich während der Sommerferien einen Bart wachsen lassen. Tom ließ sich den Sommer über einen Bart wachsen. Tom ließ sich einen Bart wachsen. Tom hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Tom wurde ängstlich. Tom geriet in noch größere Besorgnis. Tom züchtete Rosen. Tom ist mit dem Rennsport aufgewachsen. Tom ist zweisprachig aufgewachsen. Tom ist hier aufgewachsen. Tom ist in Australien aufgewachsen. Tom ist in Boston aufgewachsen, aber jetzt lebt er in Chicago. Tom wuchs in Boston auf. Tom wuchs in einer großen Stadt auf. Tom ist in einem kommunistischen Land aufgewachsen. Tom wuchs in einem Haus auf, das voller Bücher war. Tom ist in einer kleinen Stadt in Australien groß geworden. Tom wuchs in einer kleinen Stadt in der Nähe von Boston auf. Tom wuchs in einer kleinen Stadt auf. Tom ist in einem gefährlichen Vorort aufgewachsen. Tom ist in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Tom wuchs in einer Arbeiterfamilie auf. Tom wuchs in einem Dorf irgendwo weit ab in den Bergen auf. Tom ist bei Pflegeeltern groß geworden. Tom wuchs in Armut auf. Tom ist in Südaustralien aufgewachsen. Tom ist in den 90-Hörn aufgewachsen. Tom ist im Ghetto aufgewachsen. Tom wurde in der Vorstadt groß. Tom wuchs auf einer 12 Hektar großen Farm auf. Tom wuchs von Büchern umgeben auf. Tom wuchs in der Meinung auf, dass er es nötig habe, jeden Tag Fleisch zu essen. Tom wuchs mit Legasthenie auf. Tom wuchs ohne fließendes Wasser auf. Tom verzog tapfer das Gesicht. Tom verzog leicht das Gesicht. Tom verzog das Gesicht. Tom knirscht im Schlaf mit den Zähnen. Tom grinste bis über beide Ohren. Tom grinste. Tom biss die Zähne zusammen. Tom stöhnte. Tom striegelte sein Pferd. Tom tastete nach einer Taschenlampe, die hinter das Sofa gefallen war. Tom baut selbst an, was er isst. Tom baut eigenes Gemüse an. Tom züchtet euch Ideen. Tom baut in seinem Garten Bio-Gemüse an. Tom baut Rhabarbe an. Tom baut Reis an. Tom baut in seinem Garten Erdbeeren an. Tom baut in seinem Garten Tomaten und Salat an. Tom baut in seinem Garten Tomaten an. Tom schimpfte. Tom erhielt Marias Passwort. Tom schätzte Marys Gewicht. Tom hat erraten, wie viel Mary wiegt. Tom schätzte mein Gewicht. Tom hat richtig geraten. Tom hat falsch geraten. Tom führte uns durch den Wald. Tom hackte Marys Arm mit einem Schwert ab. Tom schlug sich allein seinen Weg durch den Dschungel. Tom ließ Maria das machen. Tom ließ sich von Maria beim Schnüren seiner Schuhe helfen. Tom hat sich den Brief von Maria ins Französische übersetzen lassen. Tom hatte noch einen Ausweichplan für den Fall, dass etwas schief ginge. Tom hatte einen schweren Unfall. Tom war im letzten Monat schwer erkältet. Tom hatte einen schlechten Tag. Tom hatte einen Albtraum. Tom hatte schlimme Bauchschmerzen. Tom hatte schlimme Bauchschmerzen. Tom hatte ich auch einen kleinen Tag. Tom war im letzten Mal im Keller. Tom hat er konnte nicht mehr da in den sensory reasoner wie ich l prauß ga. Vielen Dank.